Moppelwerken Romeo von Kirsten Beuer Kapitel 1 Wir haben nie nach Afrika gewollt, in unserem ganzen Leben nicht. Noch nicht einmal davon geredet haben wir. Auch nicht von Mallorca oder der Costa del Sol oder wo die Leute sonst alle so hinfahren. Dazu fehlt uns einfach das Geld. Wir fahren jeden Sommer an die Ostsee, schon solange ich denken kann. Das ist nicht so weit und nicht so teuer und wir kennen den Strand und den Supermarkt und die Stelle, wo man Fahrräder mieten kann. Ich fahre da eigentlich immer richtig gerne hin. Aber in diesem Urlaub ist alles schief gelaufen. Zwei Wochen hat es in Strömen geregnet und erst als wir abgefahren sind, kam plötzlich die Sonne raus. Das hat mich richtig böse gemacht. Jule hat gesagt, sie hätte ja gleich gewusst, dass es wahnsinnig war, in ihrem Alter noch mit der Familie zu verreisen. Und Papa hat gebrüllt, bitte ja, du hättest nur was sagen müssen. Wir hätten dich zu Hause gut zum Einhüten gebrauchen können. Loni ist ganz allein nach England und Friederike hat Jule gejammert. Da hatte sie auch kein besseres Wetter als wir, hat Mama gesagt. Und außerdem bist du mehr ein häuslicher Typ, mein Schatz, wie ich früher. Wir sind gar nicht so auf Abenteuer aus. Wir bleiben lieber in der Familie. Ein richtiger Erfolg war der Sommerurlaub also nicht. Das erklärt unseren plötzlichen Entschluss vielleicht ein bisschen. Aber trotzdem wäre im August keiner von uns auf die Idee gekommen, dass wir im Oktober schon wieder verreisen würden. Nach den Sommerferien ist Jule in die Oberstufe gekommen und hat sich plötzlich benommen, als wäre sie Professor. Wenn wir beim Essen geredet haben, hat sie alles besser gewusst. Egal, wovon die Rede war. Und Papa hat auf den Tisch geschlagen und gesagt, vollkommen blöde wäre er nicht, auch wenn er kein Abitur hätte. Das sollte sie sich gefälligst mal hinter die Ohren schreiben. Und ständig hat sie das Telefon blockiert und Sachen in den Hörer geschrien wie, aber warum verdammt muss ich diese Funktion gegen Null? Oder, und du meinst, dann mendeln die immer? Und eines Nachmittags, als ich vom Angelladen gekommen bin, hat sie mit so einem stieren Blick auf dem Küchenhocker gesessen und sich überhaupt nicht mehr bewegt. Ist was? Habe ich gefragt. Die Maden waren schon wieder 30 Pfennig teurer geworden. Und wenn man in der Stadt wohnt und nicht im Garten nach Regenwürmern buddeln kann, wird Angeln allmählich ein kostspieliges Hobby. Ich hatte also bestimmt genug eigene Sachen im Kopf. Jule hat nur immer weiter gestiert. Hast du eigentlich schon mal überlegt, Jochen? Hat sie dann gesagt. Wozu du auf der Welt bist? Was ist der Mensch? Und das alles in so einem Ton, als wäre sie die Zeitansage im Telefon. Ganz ohne Betonung. Mir ist richtig gruselig geworden. Aber am unheimlichsten war mir doch, dass sie nicht Moppel zu mir gesagt hatte. Darum kämpfe ich jetzt seit Jahren. Wenn einer Jochen heißt, kann er auch verlangen, dass man Jochen zu ihm sagt, auch wenn er nicht gerade eine Traumfigur hat. Und wenn sie zu Hause Moppel sagen, kann man wetten, dass es irgendwann mal einer aus der Klasse hört. Und der findet das dann witzig. Und schon sagen sie es alle. Jedenfalls ist es bei mir so gewesen. Was soll der Scheiß? Habe ich gefragt. Zur Zeit bin ich auf der Welt, um zu angeln. Aber leider sind die Maden schon wieder 30 Pfennig teurer geworden. Jule hat sich ganz langsam zu mir umgedreht. Gott, bist du jung? Hat sie gemurmelt. Erhalte dir deine Unschuld. Und dann hat sie wieder so gestiert. Und es war richtig was Tragisches in ihrem Blick. In dem Moment kam ein fürchterliches Gebrüll aus Ritchies Zimmer. Es waren zwei Stimmen, die gebrüllt haben. Und da habe ich gewusst, dass Ritchie wieder mit diesem kleinen Teufel Alfie spielt. Kümmer dich gefälligst mal um Ritchie, habe ich zu Jule gesagt, die auf ihrem Hocker zusammengesunken war, als hätte sie nichts gehört. Heute bist du zuständig. Meinetwegen soll sie ja gerne darüber nachdenken, was der Mensch ist. Vor allem, wenn sie dann Jochen zu mir sagt. Aber donnerstags ist sie zuständig für Ritchie. Und ich sehe nicht ein, dass ich mich um ihn kümmern muss. Nur weil Jule sich wieder mal beweist, dass sie nun tatsächlich aufs Abitur zusteuert. Gucke fälligst mal nach, die schlagen sich da halb tot. Jule ist aufgestanden und hat gesäufzt. Den tragischen Blick hatte sie immer noch. Was verstehst du schon von Philosophie, hat sie gesagt. Und da habe ich begriffen, dass sie diese verrückten Fragen nur stellt, weil sie in der Schule Philosophie gewählt hat, statt Religion. Und ich habe gedacht, wenn sie den Kurs nicht mal irgendwann wechselt, kann auch einiges auf uns zukommen. Im Kinderzimmer hat Ritchie inzwischen geschrien wie am Spieß. Und dazwischen hat man immer so ein schepperndes Geräusch gehört, dass ich dachte, vielleicht brettert ihm Alfie eins mit dem Parkhochhaus über den Kopf. Und ich habe beschlossen, dass ich es diesem Alfie wirklich mal zeigen müsste. Aber da war Jule schon auf dem Weg zu den beiden. Seit einem Jahr ist es bei uns nämlich so. Mama arbeitet halbtags im Supermarkt in der Wurst- und Käsetheke. Und wenn sie vormittags dran ist, ist das überhaupt kein Problem. Da ist Ritchie im Kindergarten und keiner macht sich Sorgen. Aber dienstags und donnerstags bedient sie nachmittags. Und dann sind Jule und ich für Ritchie zuständig. Jeder einen Tag. Und das kann manchmal verdammt lästig sein. Mama hat den Job aber unbedingt gewollt. Und sich auch überhaupt nicht davon abbringen lassen. Weil sie nämlich seit Jahren schon so eine Stollenwand für unser Wohnzimmer möchte. Nussbaumfurnier ohne Rückwand. Sie sagt, unsere Schrankwand ist vollkommen aus der Mode. Mal ganz abgesehen von all den Dellen, die im Laufe der Jahre Jule, ich und Ritchie nacheinander mit unseren Rutscheautos in die unteren Türen gefahren haben. So hat Mama dann Papa rumgekriegt. Sechs Monate, Richard. Überleg doch mal, hat sie gesagt. Als sie von der Stelle im Supermarkt gehört hatte. Wenn ich da nur sechs Monate arbeite, können wir uns die Wand kaufen, die neulich bei Möbelkraft annonciert war. Viereinhalb Meter breit. Mhm. Hat Papa gemurmelt. Und weiter die Sportseite im Abendblatt gelesen. Mhm. Ja, das stimmt. Dann hat er umgeblättert. Kein Mensch hat mehr so eine Schrankwand wie wir, hat Mama wieder gesagt. Richtig peinlich ist mir das immer, wenn jemand zu Besuch kommt. So massig ist die. Eine Stollenwand, die wäre... Die sind so leicht. Irgendwie. Erika hat sich gerade eine gekauft. Sogar Trockensträuße hat sie drin. Und all den Kram, den sie früher im Setzkasten hatte. Mhm. Hat Papa gesagt und umgeblättert. Furchtbar viel Interessantes stand offenbar nicht im Sportteil. Und so hat Mama im Supermarkt angefangen. Und seitdem bringt sie jeden Tag die Wurstanschnitte mit. Ihre Stollenwand hat sie trotzdem noch nicht. Und daran ist sie selber schuld. Kapitel 2 Im September ist dann in der Schule die Geschichte mit dem Theater passiert. Nur zwei Tage bevor Mama ihren Rappel gekriegt hat. Am Freitag erklärte er Knöfelen nämlich, dass es jetzt ernst würde mit unserer Aufführung. Romeo und Julia, weil er Knöfelen das Klassische liebt. Er sagt, deinen Shakespeare kann man gar nicht verhunzen. Der ist so groß, dass selbst beim schlechtesten Spiel immer noch mehr rüberkommt, als bei einem dieser mittelmäßigen Gegenwartsstücke im Schauspielhaus. Außerdem hat er in seiner eigenen Schulzeit bei Romeo und Julia mitspielen dürfen. Und daher wusste er, dass es sich einfach grandios eignet für die Aufführung durch eine willige Mittelstufenklasse. Und willig waren wir ja. Zuerst haben wir uns das Stück zusammen auf Video angeguckt. Und Herr Knöfelen hat erklärt, wovon es handelt, weil es wegen der altmodischen Sprache keiner begriffen hatte. Danach sollten wir es selber lesen, damit wir beim Vorsprechen den Text im Zusammenhang kannten. Und dann mussten wir eben vorsprechen. Und das war an dem Freitag. Herr Knöfelen ging alphabetisch vor. Zuerst die Mädchen und dann die Jungs. Bei den Mädchen war von vornherein klar, dass Henrike die Julia werden würde. Schon seit der Grundschulzeit muss sie bei Feiern immer Gedichte aufsagen. Und sie vergisst keine Zeile und steht da wie eine Elfe. Dass sie im Judo den gelben Gürtel hat, würde ihr in solchen Momenten keiner glauben. Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Flüsterte Henrike vorne neben dem Pult und streckte dem Kartenständer verzweifelt die Arme entgegen. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt ein banges Ur durchdrang. Mit einer leichten Drehung wandte sie sich vom Kartenständer weg und dem Pult zu, das jetzt offenbar die Balkonbrüstung darstellen sollte. Eine Balkonbrüstung kommt bei Romeo und Julia nämlich vor. Sie singt es nachts auf dem Granatbaum dort. Glaub lieber mir, es war die Nachtigall. Wir klatschten wie verrückt. Henrike hatte die Hände immer noch leicht erhoben, als flehte sie die Rückwand der Klasse an, wo Tanita Tikaram neben einer Straßenkarte von Nordamerika hing. Henrikes Augen wurden allmählich wieder normal, dann ließ sie die Arme sinken. So, sagte sie mit ihrer ganz alltäglichen Stimme. Na? Wunderbar, sagte er knöfeln und hakte etwas auf seinem Zettel ab. Ganz wunderbar, Henrike. Du hast wirklich Talent. Großes Talent. Alle einverstanden? Wir klatschten zufrieden. Es war klar, dass unsere Aufführung mit so einer Julia einfach kein Reinfall werden konnte. Dann waren die Jungs dran. Ich wusste, dass ich mich ins Zeug legen musste. Es ist nämlich so, dass ich seit der Grundschule auch schon öfter mal Gedichte bei Feiern aufgesagt habe. Aber wie eine Fee sehe ich nicht dabei aus. Meine Chancen für Romeo standen also nicht schlecht, obwohl natürlich klar war, dass viele Jungen die Rolle gerne gespielt hätten. Bis auf so ein paar Blödköpfe vielleicht, die alles doof finden, was irgendwie mit Liebe zu tun hat. Und damit hat dieses Stück ja eine Menge zu tun. Und jetzt, wo Henrike die Julia spielte und wo außerdem schon abzusehen war, dass sie sie gut spielen würde, hatte ich auf einmal richtig Lust, Romeo zu sein. Ich stellte mir die Proben vor, Henrike und ich verliebt auf dem Balkon und tragisch beim gemeinsamen Selbstmord aus unerfüllbarer Liebe. Und hinterher, auf dem Nachhauseweg, könnten wir vielleicht noch eine Cola zusammen trinken. Nicht, dass ich in Henrike verliebt gewesen wäre. Ja, sie war nur einfach mit Abstand das beste Mädchen in der Klasse. Und langsam komme ich ja auch in ein Alter, wo ich mal ausprobieren müsste, wie es mit den Mädchen so ist. Also jedenfalls mal ins Kino oder zur Disco oder so und üben. Ich stelle mir manchmal vor, was ist, wenn ich mich eines Tages echt verliebe und habe vorher nicht geübt. Dann verpatze ich womöglich gleich alles, nur weil ich nicht cool genug bleibe und nicht richtig küssen kann. Mit Henrike hätte es mir also schon ganz gut gepasst. Und ich machte mir ehrlich Hoffnungen. Ich hatte die Balkonszene gestern Abend mindestens zehnmal vor mich hingesagt. Und jetzt, wo ich bei Henrike gesehen hatte, wie man das alles mit künstlerischen Armbewegungen noch eindrucksvoller machen konnte, war ich wirklich ganz zuversichtlich. Jäger Jochen kommt immer so in der vorderen Mitte im Alphabet. Und bis dahin hatte noch niemand vorgesprochen, der ernsthaft als Romeo in Frage gekommen wäre. Ich holte also tief Luft und ging nach vorne. Die Lerche war's, die Tagvergründerin, rief ich und streckte wie vorher Julia, erschüttert die Arme nach dem Pult aus. Nicht Filomele! Und ich zeigte auf gut Glück, drohend auf Nadine, die mit staunend geweihten Augen in der ersten Bankreihe saß. Ich hatte keine Ahnung, wer oder was Filomele sein könnte, aber die Gelegenheit zu einer Armbewegung wollte ich mir nicht entgehen lassen. Außerdem klang es nach einem Frauennamen. Sieh, den neidschen Streif, der dort im Osten der frühen Wolken säumt! Ich fiel auf die Knie und deutete verzweifelt auf den Kartenständer. Dann beschloss ich, meinen Vortrag mit einiger Dramatik zu beenden. Ich presste beide Hände gegen die Brust und stand auf, als wäre ich gerade aus einer Ohnmacht erwacht. Mit schreckgeweiteten Augen torkelte ich auf Knöfelen zu. Die Nacht hat ihre Kerzen ausgebrannt. Der muntere Tag erklimmt die dunklen Höhen. Wenn sie das nicht überzeugte, konnte sie nichts mehr überzeugen. Nur heile rettet mich. Verzug ist tot. Und direkt vor Knöfelen schlug ich stöhnt die Hände vor die Augen. Dankeschön, Jochen, sagte Herr Knöfelen verwirrt. Er sah anders aus, als der Henrikes Auftritt. Aber ich hätte nicht genau sagen können, wie. Das war sehr nett. Ich fand nicht, dass nett der richtige Ausdruck für meine Leistung war. Ein Romeo kann man alles Mögliche nennen. Tragisch, dramatisch, betörend, aber sicher nicht nett. Ich spürte ein unbehagliches Gefühl im Magen aufsteigen. Irgendetwas war falsch gelaufen. Und dann sah ich auch was. Und ich konnte nur nicht begreifen, dass ich es nicht schon vorher gemerkt hatte. Aber da war ich so in meiner Rolle versunken gewesen, dass ich überhaupt nichts anderes wahrgenommen hatte als den Kartenständer und Tanita Tikaram. So geht es Schauspielern wohl immer. In der Klasse war jetzt der Teufel los. An den Tischen streckten sie einander in wilden Schlängelbewegungen die Arme entgegen, ächzten und rollten mit den Augen. Oh, viel Urmele, stöhnte Robert und fiel vor Lachen fast vom Stuhl. Verzug ist tot, röchelte Sascha und starrte mich verzweifelt an, als ich durch den Mittelgang in ihm vorbei zu meinem Platz wollte. Fetti als Romeo, da krachte der Balkon runter. Ruhe, verdammt, brüllte Herr Knöfelin. Unruhe kann er nicht so gut aushalten. Das war wirklich sehr nett, Jochen. Auf alle Fälle werden wir dich einsetzen können. Ich saß da und starrte auf mein Reklamheft. Romeo, den konnte ich dann wohl abhaken. Um mich herum wurde das Lachen leiser, aber ich hätte mich immer noch am liebsten in Luft aufgelöst. Fetti als Romeo, das waren sie alle kleinlich. Wer hat denn gesagt, dass Romeo unbedingt schlank sein muss? Jedenfalls nicht dieser Herr Shakespeare. Und der hätte es doch bestimmt in sein Stück geschrieben, wenn es ihm wichtig gewesen wäre. Aber das war es ihm eben nicht, weil nämlich nirgendwo geschrieben steht, dass die Damen sich nur in Magersüchtige verlieben. Deshalb. Man muss sich doch nur mal umgucken, dann sieht man, wie viele geradezu feiste Männer die schönsten Frauen abgekriegt haben. Daran, wie dick einer ist, kann es also nicht liegen, ob sich einer in ihn verliebt. Aber woran es sonst liegt, weiß ich auch nicht. Jule sagt am Geldbeutel, aber das ist nur wieder typisch für sie. Und ich hätte dann ja im Leben keine Chance. Es ist nämlich so, dass ich schon immer nicht gerade dünn gewesen bin. Das sieht man auf den Babybildern. Aber damals haben sie es wahrscheinlich alle niedlich gefunden. Vor allem, weil Jule so ein mageres Baby gewesen war. Und schließlich kneifen die Erwachsenen ganz gerne mal in so einen molligen, kleinen Babypupu. Nur ist es bei mir nicht anders geworden. Ich bin natürlich gewachsen, aber eben nicht dünn nach oben. Und so bin ich immer mollig geblieben. Wenn ein Kind erst mal sechs ist, findet es keiner mehr niedlich, wenn es zu dick ist. Da sagen sie dann nämlich plötzlich zu dick und es gibt keine Süßigkeiten mehr und das Brot wird einem abgezählt. Das hat bei mir aber nicht viel geholfen. Und schließlich hat Mama gesagt, ich schlage nach ihrer Familie. Da sind auch immer alle eher stattlich gewesen. Deswegen durfte ich wieder essen, was ich wollte. Und ich habe in der Schule die anderen nicht mehr um ihre Pausenbrote anbitteln müssen. Aber sie haben angefangen, mich dicker zu nennen. Und später dann Moppel. Und seit einiger Zeit sagen sie Fetti. Das finde ich am allerübelsten. Herr Knöfelin war inzwischen bei Frank Xavier Xay sich angekommen und bedankte sich. In der Klasse war es wieder ruhig geworden. Ich hörte nicht richtig zu, wie er die Rollen verteilte. Man nennt das Selbstschutz. Den Romeo würde ich sowieso nicht spielen. Und irgendeine andere Nebenrolle war mir ganz egal. Ich versuchte, an den neuen Blinker zu denken, den ich im Angelgeschäft gesehen hatte. Vielleicht sollte ich mir den mal zulegen. Einverstanden, Jochen? fragte Herr Knöfelin. Wenn ich ins Angeln denke, kann ich andere Dinge immer schnell aus meinem Gehirn schieben. Wahrscheinlich waren die Hechte ganz wild auf diesen Blinker. Meinetwegen, murmelte ich. Herr Knöfelin brauchte nicht zu merken, dass ich keine Ahnung hatte, welche Rolle er mir zugedacht hatte. Das würde mir Robert nachher schon erzählen. Sowieso überschlugen sie sich jetzt schon wieder vor Lachen. Ich beschloss, sie einfach albern zu finden und weiter ins Angeln zu denken. Natürlich ist das ungewöhnlich, wie fährt Knöfelin in das Getümmel hinein. Aber wir knüpfen damit an eine gute, ja geradezu Shakespeare'sche Tradition an. Wer kann mir denn wo sagen, an welche? In der Klasse röchelten sie immer noch vor Lachen. Einige lagen inzwischen mit dem ganzen Oberkörper über dem Tisch. Der Anblick machte mich misstrauisch. Ich meine, gelacht hatten sie vorhin auch und gar nicht so wenig. Aber das lag jetzt doch schon mindestens eine Viertelstunde zurück. Und so komisch war ich dann auch wieder nicht. Dass man bei der Vorstellung, ich wäre der, sagen wir mal, Freundes Romeo oder meinetwegen sein Vater vor Lachen platzen musste. Weiß es keiner? Fragte er Knöfelin unbeeindruckt. Er hatte schon so viele Klassen Lachen sehen. Das konnte ihn nicht mehr aus der Fassung bringen. Ist wirklich keiner da, der davon gehört hat, dass im Shakespeare'schen Theater alle Frauenrollen von Männern gespielt wurden? Auch die Julia zum Beispiel, nicht nur die Arme. Frauen als Schauspieler fand man damals als unschicklich. unschicklich, brüllte Ewald. Und jetzt fingen auch diejenigen, die schon aufgehört hatten zu lachen, wieder damit an. Und in mir stieg ein fürchterlicher Verdacht auf. Wen soll ich denn spielen? Sag doch mal los! Flüsterte ich und stieß Torben an, der neben mir sitzt. Nun sag doch! Aber Torben musste sich zuerst noch krümmen. Und dann musste er sich über die Augen wischen, als hätte er Tränen gelacht. Danach war er endlich in der Lage zu reden. Julias Amme! schrie Torben und schmiss sich gleich wieder über den Tisch. Die Amme sollst du sein und du sagst doch noch meinetwegen! Da wusste ich, dass ich erledigt war. Bis zum Abitur würden sie darüber Witze reißen. und ich konnte noch von Glück reden, wenn sie mich jetzt statt Fetti nicht Amme nennen würden. Und beim Schwimmen würden sie auf meine Brust zeigen und fragen, wie es dann war, als Julia daran genuckelt hat. Mir wurde richtig schlecht. Und vorne redete Knöfelin immer noch weiter. Gar nicht, dass er lacht, sagte er ärgerlich. Für die Amme brauchen wir jemanden, der über ein sensibles Spiel verfügt. Und das hat Jochen schließlich gezeigt, dass er sensibel spielt. Ich begriff, dass ich Knöfelin eines Tages erledigen würde. Erschießen. Oder von hinten mit dem Brieföffner. Sieh, Arsch! brüllte ich und sprang von meinem Stuhl auf. Ich bin doch nicht ihr Affe! Und ich rannte aus der Klasse und ließ die Tür hinter mir zuknallen. Mein Problem ist, dass Wut bei mir nie lange anhält. Schon auf der Treppe merkte ich, dass mein Hauptgefühl jetzt nicht mehr Wut auf Knöfelin, sondern Angst vor ihm war. Einen Arsch hat er in unserer Schule bestimmt noch niemand seinen Deutschlehrer genannt. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was jetzt werden sollte. Dass ich bestraft werden würde, war ja klar. Lehrer sind einfach so. Dass sie es schlimmer finden, wenn ein Schüler sie Arsch nennt, als wenn ein Kollege vorschlägt, ein Junge soll eine Amme spielen. An der Tür zum Pausenhof blieb ich stehen. Wenn das Leben ein Film wäre, wäre ich natürlich nach draußen gestürmt, im wilden Lauf und hätte dem Knöfelin vielleicht sogar noch die Reifen aufgeschlitzt. Aber wenn das Leben ein Film wäre, hätten mir hinterher auch alle verziehen und viel Verständnis gezeigt und sich gefragt, wie ein Lehrer so dumme und gemeine Vorschläge machen kann wie der Knöfelin. Im wirklichen Leben ist das anders. Das weiß jeder aus Erfahrung. Schülern, die Reifen aufschlitzen, wird nicht verziehen. Und Schülern, die einen Lehrer Arsch nennen, auch nicht. Vielleicht würde ich von der Schule fliegen. Ich stieg langsam die Treppe wieder nach oben. Ich bin kein mutiger Mensch, das merke ich immer wieder. Wahrscheinlich war es ganz gut, dass ich nicht in Romeo spielen würde. Mir hätte bestimmt niemand abgenommen, dass ich mich trauen würde, mir aus Liebe das Leben zu nehmen. Als es zur Pause läutete, stand ich wieder vor der Klassentür. Ich wollte mich entschuldigen, sagte ich zu Knöfelin. Darüber wird noch zu reden sein, sagte Knöfelin und er verschwand in Richtung Lehrerzimmer. Kapitel 3 Zu Hause saß Jule in der Küche auf dem Hocker und versuchte Ritchie dazu zu bringen, einen Teller Rotkohl mit Bratwurst leer zu essen. Wo ist Mama? fragte ich. Immerhin war heute Freitag und keiner von uns war für Ritchie zuständig. Eigentlich hätte Jule in ihrem Zimmer sein sollen. Tapeten kaufen, sagte Jule. Sie haben diese bescheuerte Stollenwand schon wieder um 300 Mark runtergesetzt. Jetzt will Mama sie kaufen. Aber vorher muss das Zimmer natürlich noch tapeziert werden. Logisch, sagte ich. Ich versuchte Schule, Strafe und Amme zu vergessen und mich ganz auf die Stollenwand zu konzentrieren. Ich verstehe nicht, warum du das immer in so einem Ton sagst. Stollenwände hat schließlich jeder, oder? Liebes Kind, sagte Jule. Und weil sie Ritchie dabei die Gabel aus der Hand nahm, mit der er gerade ein großzügiges Lochmuster an seine Bratwurst gerammt hatte, war nicht zu entscheiden, wen sie damit meinte. Stollenwände sind die Nierentische unseres Jahrzehnts, wenn du begreifst. Hast du dich mal schlau gemacht, was Möbeldesign betrifft? Na also. Und sie nahm Ritchies dreiviertelvollen Teller und trug ihn zur Spüler. Was glaubst du passiert, wenn man einen Deutschlehrer Arsch nennt? fragte ich. Manche Dinge kann man doch nicht so einfach vergessen. Überleg dir mal, in wessen Gegenwart du redest, sagte Jule schnell und warf bedeutungsvolle Blicke zu Ritchie hin. Ein Lehrer? Südpol? Kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das einer traut. Hat sich aber, sagte ich und gleichzeitig sagte Ritchie, da gibt es Pinguine, ne? Was? fragte Jule. Solche Tiere, sagte Ritchie, mit Anzug, die heißen Pinguine, die wohnen da, am Südpol. Und er kletterte von seinem Stuhl und ging zur Küchentür. Da drehte er sich noch einmal um. Bist du aber dumm, dass du das nicht weißt? Ha! sagte er. Pitsch, Patsch, Pinguin, soll ich mal vorsingen? Bloß nicht, sagte Jule und machte eine Wegscheuchbewegung. Wer hat sich getraut, in deiner Klasse einer? Ich nickte. Mann, sagte Jule nur, das war entweder Zivilcourage oder Blödheit. Gut, sagte ich, aber ich sah mit Schrecken, dass Jule gerade wieder diesen stieren Blick bekam. Obwohl, murmelte sie und fummelte an ihrem Platzdeckchen herum. Es letztlich natürlich egal sein kann, solange nicht mal gesichert ist, ob er existiert. Der existiert, ich spüre, sagte ich. Obwohl es mir in diesem Augenblick lieber gewesen wäre, ich hätte nicht existiert. Jule guckte böse. Du kannst da doch überhaupt nicht mitreden, rief sie. Ich dachte, dass gerade bei diesem Thema niemand besser mitreden konnte als ich. Immerhin ging es darum, ob ich von der Schule fliegen würde oder nicht. So plump vordergründig ist es doch nicht gemeint. Philosophisch meine ich natürlich. Wer sagt mir zum Beispiel, Sie guckte sich wild in der Küche um. Der Kühlschrank, der wirklich existiert. Oder ob er nicht vielleicht nur Produkt meiner Einbildung ist. Papa, sagte ich ärgerlich. Der hat ihn bezahlt. Was soll der Quatsch? Ich dachte, dass es ungünstig wäre, wenn Jule ausgerechnet jetzt durchdrehen sollte, wo Mama und Papa schon genug daran zu knacken haben würden, dass ich vielleicht von der Schule flog. Fass das Ding doch mal an. Meine Güte, schrie Jule verzweifelt. Das beweist doch überhaupt nichts. Wieso soll ich meinem Tastgefühl mehr glauben als meinen Augen? Vielleicht besteht die ganze Welt nur an meiner Vorstellung. Verstehst du das? Vielleicht ist das alles hier gar nicht wirklich. Und sie machte eine weit ausholende Bewegung mit den Armen, um zu zeigen, was alles sie für ein Produkt ihrer Fantasie hielt. Ich starte sie an. Bist ja total besoffen, sagte ich. Mich jedenfalls gibt es. Und wie. Und ich wollte in mein Zimmer gehen. Rotkohl mit Bratwurst mag ich sowieso nicht gerne. Aber jetzt hat Jule der Ehrgeiz gepackt. Begreifst du nicht, sagte sie verzweifelt. Und solange die Existenzfrage nicht geklärt ist, kann die Sinnfrage nicht mal gestellt werden. Ich zeigte ihr einen Vogel. Aber das ist doch logisch, schrie Jule. Wenn ich nicht mal weiß, ob es die Welt wirklich gibt, wie soll ich dann fragen, ob sie einen Sinn hat? Da ging ich endgültig. Ich dachte, dass es vielleicht gar nicht so schlimm war, wenn ich von der Schule flog. Wenn es solche Sachen waren, die sie mir in den nächsten Jahren beibringen würden, konnte ich auch gut darauf verzichten. Mama und Papa kamen fast gleichzeitig. Mama bepackt mit mehreren Rollen einer zaghaft gemusterten Tapete. Uff, sagte sie und ließ die Rollen im Flug sanft zu Boden gleiten. Schön, oder? Gab's im Teppichmarkt zum Sonderpreis. Nur zwölf Mark die Rolle und vorher siebenundzwanzig. Hm, prima, sagte Papa. Sieht teurer aus. Mama nickte zufrieden. Finde ich auch, sagte sie. Darum habe ich sie ja genommen. Und dann die Stollenwand davor. Da schätzen die Leute unser Einkommen gleich doppelt so hoch ein. Hm, ja, sagte Papa und nahm das Abendblatt von der Garderobe. Na, kannst du Helmut morgen gleich mal fragen? Der hat eine neue jetzt. Gabi oder Susi oder irgendwie so ähnlich. Helmut? fragte Mama. Sie klang richtig erfreut. Will der uns morgen beim Tapezieren helfen? Helmut ist Papas Arbeitskollege und es wäre nur recht und billig gewesen, wenn er uns geholfen hätte. Ich kann mich an mindestens drei Wochenenden erinnern, an denen Papa Helmut beim Umzug geholfen hat. Und das liegt an Helmuts undurchsichtigen Familienverhältnissen. Jedes Jahr einmal findet er die Frau fürs Leben und dann war es wieder nichts. Ich hätte mir also gut vorstellen können, dass er sich revanchieren und uns helfen wollte. Tapezieren? fragte Papa und schock den Sportteil der Zeitung auf. Wie kommst du denn darauf? Der will uns diese Uschi oder Susi oder Elli vorführen. Sie mag übrigens keinen Käse, damit du nicht aus Versehen, was du über Backenes machst, sagt Helmut. Und Papa fing an, die Sportnachrichten zu lesen. Mama starrte Papa an. Ihre Oberlippe begann zu zittern und im Arm hielt sie noch immer die letzte Tapetenrolle, zärtlich wie ein Säugling. Willst du damit sagen? flüsterte Mama. Du hast für morgen, wo wir das Wohnzimmer tapezieren wollen, Gäste zum Abendbrot eingeladen. Richard, ich hab dich was gefragt. Papa sah ungeduldig von seiner Sportseite auf. Stell dich bloß nicht so an, sagte er gereizt. Nur Helmut und seine Neue, das kannst du ja wohl nicht Gäste nennen. Und er widmete sich wieder seiner Zeitung zum Zeichen dafür, dass die Sache für ihn erledigt war. Da legte Mama die Tapetenrolle ganz leise auf den Boden. Und keiner von uns wusste in dem Augenblick, dass wir uns gerade in rasantem Tempo von der Stollenwand fort und auf Afrika zubewegten. Tapezieren macht uns eigentlich immer viel Spaß. Aber an diesem Sonnabend murmelte Mama beim Tapetenabkratzen die ganze Zeit so unfreundlich vor sich hin, das ihr nicht einmal anbot zu helfen. Ab und zu verstand ich Helmut. Sonst war nur das Geräusch des Spachtels zu hören, mit dem Mama wütend versuchte, die alte Textiltapete von der Wand zu schaffen. Ritchie hatten wir zum Glück bei Alf abgeben können. Seine Eltern wollten das schöne Spätsommerwetter ausnutzen und nochmal in ihr Wochenendhaus fahren. Und so hatten wir wenigstens Ritchie nicht immer zwischen den Füßen. Papa war gegen zehn zu einem Haus gefahren, in dem er das Bad machen sollte. Es ist immer verblüffend, wie groß der Bedarf an Schwarzarbeit bei Klempnern ist. Jule hockte in ihrem Zimmer am Schreibtisch und starrte auf ein pinkfarbenes Buch. Immer, wenn ich an der Zimmertür vorbeikam, guckte sie aufgeschreckt hoch und durch mich hindurch. Ich fragte mich, ob Mama schon etwas gemerkt hatte von den merkwürdigen Dingen, die mit Jule vor sich gingen. Jochen, rief Mama aus dem Wohnzimmer. Da war es so ungefähr zwölf. Könntest du wohl mal die Güte haben und mir helfen? Wenn ich gewusst hätte, dass ich hier heute ganz allein dastehe, hätte ich mich auf diesen Mist gar nicht eingelassen. Und sie schmisse einen riesigen, fetzen Tapete auf die Plastikplane, die wir zum Tapezieren immer auslegen und wo sich schon einiges häufte. Das hatte natürlich kommen müssen. Aber Jule soll auch, sagte ich maulig. Die macht auch keine Hausaufgaben. Die sitzt nur so rum. Ich kann ihr überhaupt nicht einsehen, wieso alle immer meinen, dass ich die nötige Zeit habe, ihnen zu helfen, während Jule friedlichen, ungestört in ihrem Zimmer am Tisch sitzt und träumt. Nur weil sie in die Oberstufe geht. Nur weil Mama und Papa so einen heiden Respekt vor diesem albernen Abitur haben. Lass Jule in Ruhe, sagte Mama unfreundlich und riss fast eine ganze Bahn auf einmal von der Wand. Das Zimmer sah jetzt schon richtig furchtbar aus. Die hat Liebeskummer. Was? fragte ich verblüfft. Ich dachte in das pinkfarbene Buch und daran, was Jule mir gestern Mittag alles erzählt hatte. Die hat ganz andere Probleme. Die weiß nicht, ob sie es wirklich gibt oder unseren Kühlschrank. Sie glaubt, sie bildet sich das alles nur ein. Ich hatte gedacht, Mama würde vor Schreck von der Leiter fallen. Schließlich erfährt man nicht jeden Tag, dass die älteste Tochter dabei ist, durchzudrehen. Aber Mama blieb ganz cool. Ja, ja, ich weiß, sagte sie ungeduldig. Aber da steigert sie sich doch nur so rein, weil sie Liebeskummer hat. Hast du noch gar nicht mitgekriegt, dass es seit den Ferien aus ist mit Olaf? Wo ist denn deine Augen? Und nun schmiss sie den Rest der Bahn auch noch auf den Boden. Ich nahm mir den zweiten Spachtel. Mit Olaf war Jule befreundet, seit sie 13 war. Und das war ja doch schon einige Jahre her. Manchmal hatte ich mir schon als Schwager vorgestellt. Fang da drüben an, sagte Mama unfreundlich, als ob ich etwas dafür konnte, dass Papa zur Schwarzarbeit war oder dass heute Abend Helmut kommen sollte. Aber an mir lassen sie immer alles aus. Seit Wochen hat Olaf schon dich angerufen und das kriegst du überhaupt nicht mit? Du denkst aber auch nur mal an dich selber. Und mit einer wütenden Bewegung riss sie mit der Tapete gleich noch ein winziges Stück Putz aus der Wand. Ach Mist, sagte Mama und hockte sich oben auf die Leiter. Sie sah aus, als ob sie gleich heulen würde. Ich holte Tiefluft. Manchmal wird einem im Leben einfach zu viel zugemutet, finde ich. Als ob ich nicht selber genug Probleme am Hals hätte. Redet ihr schon wieder über mich? schrie Jule hysterisch aus ihrem Zimmer. Könnt ihr das gefälligst mal lassen? Wie es mir geht, geht ganz alleine mich was an. Nur mich, mich, mich. Dann knallte ihre Zimmertür zu. Amen. Sagte Mama oben auf ihrem Hochsitz. Ich scheiße auf das alles. Soll Richard doch die Wände abkratzen. Ich jedenfalls koche jetzt das Mittagessen. Und damit riss sie sich den Malerhut vom Kopf und stieg von der Leiter. Kapitel 4 Als Helmut und seine Neue kamen, war das Wohnzimmer wieder notdürftig eingerichtet. Zwei Stunden hatte Mama geschimpft, als sie gegen fünf angefangen hatte, den Tomatenauflauf mit Mozzarella vorzubereiten. Drei Stunden mindestens gehen uns da fürs Tapezieren verloren. Kochen und aufräumen und duschen und Haare waschen. Und sie hatte so wild auf die Tomaten eingeschnitten, dass die Scheiben gleich ganz zermatscht aussahen. Wie ein Idiot komme ich mir vor. Wie ein Idiot! Hatte Mama geschimpft. Morgens Zimmer ausräumen, Plane auslegen, Wände abkratzen, abends Müll rausschaffen, Plane rausschaffen, Möbel wieder rein, hinterher Möbel rausschaffen, Plane auslegen, weiter tapezieren. Wie ein Idiot! Und sie hatte den Mozzarella genauso brutal zerstückelt wie vorher die Tomaten. Alles wieder eingeräumt hatten wir natürlich nicht. Aber wir haben in der Küche keinen Esstisch. Darum mussten wir Tisch und Stühle wieder ins Wohnzimmer schaffen. Und da war es jetzt wirklich trostlos. Die Tapeten waren inzwischen von den Wänden und es sah aus wie in einem Abbruchhaus. Vielleicht hatte Mama recht und es war wirklich nicht der richtige Abend, um Gäste zu empfangen. Aber natürlich war es ja nur Helmut. Seine neue hieß nicht Susi oder Gabi, sondern Evi. Und sie sah genauso aus wie all die anderen vor ihr. Ich kann darum nicht so richtig verstehen, warum Helmut sie zwischendurch immer auswechseln muss. Natürlich hat er auch schon mal eine pechschwarze Haare gehabt und diese Evi hatte weiß-blonde. Aber bei allen sind sie immer ziemlich lang und so hart gesprayt, dass sich den ganzen Abend kein Herrchen verschiebt. Und Frauen, die tiefe Ausschnitte tragen, sind es auch immer. Diese Evi hatte außerdem noch den mini-kürzesten Mini-Rock. Wie reizend, rief sie. Und irgendeine vor ihr, ich glaube, es war die vorletzte, hatte genauso eine helle Stimme gehabt. Dass sie uns an so einem Tag einladen, wirklich, ganz reizend. Und sie sah ein bisschen verwirrt auf die tapetenlosen Wände. Naja, besonders gastlich ist es nicht, sagte Mama grimmig. Es ist vielleicht nicht der günstigste Abend. Und sie deutete mit dem ausgestreckten Arm auf die Stühle, damit alle sich setzen sollten. In diesem Moment steckte Juli ihren Kopf durch die Tür. Hey, sagte sie gelangweilt. Mit einem Blick, den sie wahrscheinlich im Fernsehen gelernt hatte, sah sie sich die neue von oben bis unten an. Aber sie merkte es offenbar nicht einmal. Setz dich, sagte Mama. Die neue lächelte. Sie müssen Juliane sein, sagte sie mit einer Begeisterung in der Stimme, als dürfe sie nun endlich Steffi Graf oder Gabriella Sabatini kennenlernen. Ich habe schon so viel von ihnen gehört. Ich fand es völlig überflüssig, dass sie Jule siezte. Aber die ließ sich auch nicht bestechen. Tag, sagte sie und zog den Kopf aus dem Türrahmen zurück. Jule, rief Mama böse, komm bitte noch einmal einen Moment her, ja? Sie glaubt, es gibt sie nicht, sagte ich und setzte mich neben Helmut. Die neue starrte mich an. Jule erschien wieder im Türrahmen. Was ist? fragte sie. Willst du nicht mit uns essen? fragte Mama streng, so dass es mehr ein Befehl war als eine Frage. Immerhin hatte sie für Jule mitgedeckt. Aber die zog schon wieder den Kopf zurück. Nee, sagte sie und war verschwunden. Mama sah aus, als wäre es ihr peinlich. Sie hatte eine Krise, sagte ich darum schnell. Was ist der Mensch? Das würde sie gerne wissen. Und ob es unseren Kühlschrank wirklich gibt. Helmut sah mich einen Augenblick verblüfft an. Dann brüllte er vor Lachen. Euren Kühlschrank, schrie er. Das ist gut, Efi, was? Das ist gut. Und er boxte mir heftig gegen den Oberarm. Das tut Helmut immer. Er glaubt, das ist kameradschaftlich. Ich rückte meinen Stuhl ganz unauffällig ein Stück zur Seite. Dann kann ich mich nur für meine Tochter entschuldigen, sagte Mama. Sie stand auf und holte den Auflauf aus der Küche. Papa brachte die Bierflaschen. Das Essen wurde dann noch ganz gemütlich. Helmuts Neue fand es bestimmt interessant, weil sie die meiste Zeit sowieso nur selbst redete. Als Ritchie aus dem Kinderzimmer brüllte, dass er Durst hätte, sprach sie über Familienglück und wie kinderlieb sie sei. Und als Ritchie eine halbe Stunde später schrie, nun müsse er mal pipi, sagte sie, dass sie sich schon immer eine ganz, ganz große Familie gewünscht habe. Aber da wechselte Helmut das Thema und fing schnell an, von der Reise nach Mallorca zu erzählen, auf der sie sich kennengelernt hatten. Und von da an wurde über nichts anderes mehr geredet. Mama fragte manchmal dazwischen und Papa rauchte und trank sein Bier und die ganze Zeit schwärmte diese Evi von ihrem ganz modernen ausgestatteten Hotel und dem ganz besonders reichhaltigen Frühstücksbuffet und dem ganz außergewöhnlich schönen Klima. Zwischendurch sagte sie ab und zu, nicht Helmut? Und Helmut sagte, hm, ja Schatzi. Und ich saß da und dachte, dass ich auch ganz gerne mal Palmen und stumm toste Stellküsten sehen würde. Auf das Kloster, das Evis so begeistert hatte, konnte ich dann gerne verzichten. Als die beiden gegangen waren und Papa die leeren Flaschen in den Kasten zurücktrug, saß Mama noch immer regungslos auf ihrem Stuhl. Mallorca, sagte sie und dabei sah sie genauso aus wie Jule in letzter Zeit. Mallorca. Und ich tapeziere und gehe arbeiten und mache den Haushalt und im Sommer sitze ich im Zelt an der Ostsee im Regen. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Dann packte sie plötzlich die Tischkante und sprang auf. Bin ich denn hier der Idiot? schrie sie und starrte mich dann dabei. Aber ich glaube, die Frage war gar nicht ernst gemeint. Weil Mama nämlich in die Küche brächte, bevor ich überhaupt eine Chance hatte, sie zu beantworten. Ganz richtig übrigens war das, was sie gesagt hatte, ja nicht. Im vorletzten Jahr haben wir in der Ostsee nämlich wirklich schönes Wetter gehabt. Am nächsten Morgen hatte Mama schon um neun Uhr wieder ihren Malerhut auf dem Kopf und schnitt mit zusammengekniffenen Lippen die ersten Tapetenbahnen. Aha, sagte sie, als ich den Kopf zur Tür reinstreckte. Wenigstens einer ist wach. Vielleicht will der Herr mir ja sogar helfen. Es geschehen doch Zeichen und Wunder. Und sie tauchte den Quast tief in den Eimer mit Kleister und klatschte ihn auf die Tapete. Wo ist Papa? fragte ich. Mama verteilte den Kleister sorgfältig von oben bis unten. Man sah, dass noch kleine Klümpchen darin waren, die sie nicht ganz glatt gerührt hatte. Wo wohl? fragte sie wütend und versuchte mit der Holzkantel vom Quast ein Klümpchen zu zerquetschen. Der Herr schläft, was denn sonst? So viel Bier gestern Abend, zu lange gefeiert. Aber irgendwer muss den Kram hermachen. Und sie schleuderte den Quast über die Tapete, dass ich Angst bekam, gleich würde sie reißen. Ich kann es nicht ausstehen, wenn Mama so nörgelt, aber diesmal konnte ich sie sogar verstehen. Gestern hatte Papa sie schon mit der widerlichen Tapetenkratzerei allein gelassen. Er hatte Gäste eingeladen und nun stand sie schon wieder ohne ihn da. Ich zieh mich schnell an, sagte ich. Ich verzichtete auf Duschen und putzte mir nur die Zähne. Mama musste keine zwei Minuten warten, dann hatte sie ihren Helfer. Und tatsächlich schien das ihre Laune zu heben. Wir werden denen schon zeigen, was eine Hake ist, sagte Mama energisch, als sie die erste Bahn mit der Tapetenbürste oben andrückte. Bevor die überhaupt aufgestanden sind, ist die erste Wand fertig. Aber sie täuschte sich leider. Die Tapete hatte nämlich erstens die Neigung, sonderbare Blasen an allen möglichen Stellen zu werfen. Und außerdem war das dezente Muster ganz unglaublich schwierig zu kleben. Immer waren die Bahnen irgendwie ein Millimeter gegeneinander verschoben. Und auch wenn das lächerlich klingt, gerade bei diesem Muster fiel es besonders auf. Und wenn Mama die Bahn dann abhob und hin und her schob und andrückte, so dass das Muster passte, war plötzlich wieder alles voller Blasen. Und kaum hatte sie die angedrückt, hatte sich das Muster verschoben. Nachdem wir die dritte Bahn geklebt hatten, weinte Mama fast. Und der Kerl liegt im Schlafzimmer und schläft, schimpfte sie. Und die junge Dame dazu, aber ich, ich bin ja wieder der Idiot. Ich doch auch, Mama, sagte ich und streichelte vorsichtig ihren Arm. Manchmal kann man sie noch beruhigen, bevor sie richtig wütend wird. Aber heute sah es nicht so aus, als ob es klappen würde. Ach du, sagte Mama böse. Das kann man doch wohl auch erwarten, oder? Ihr wisst ja gar nicht mehr, wie gut ihr es habt. Keine Pflichten, keine Probleme. Jetzt hatte sie sich offenbar so weit gefangen, dass sie die vierte Bahn abmessen konnte. Aber nun konnte ich nicht mehr ruhig bleiben. Wie kam sie dazu ausgerechnet, mich zu beschimpfen, wo ich schließlich der Einzige war, der ihr hier heute Morgen half? Keine Probleme? brüllte ich. Da muss ich ja lachen. Haha. Und wenn ich von der Schule fliege und wenn der Knöfel in mich feuert? Mama starrte mich an. Dann legte sie langsam das Tapetenmesser auf den Tapetentisch. Jochen? sagte sie. Natürlich hatte ich gerade darüber im Leben nicht sprechen wollen. Nicht mal mit Mama. Aber ich habe eben auch Nerven. Und wenn man am Freitag so grässliche Dinge in der Schule erlebt und wenn man sich dann am Wochenende zu Hause auch nicht erholen kann, dann reißen die eben mal. Tun sie bei den Erwachsenen doch auch laufend. Ich holte tief Luft. Jochen? flüsterte Mama wieder. Warum soll er dich denn um Himmels Willen feuern? Einen Augenblick überlegte ich, ob ich meine Ausrede einfallen lassen sollte. Dann ließ ich es bleiben. Ich habe ihn einen Arsch genannt, sagte ich. Mama starrte mich an. Jochen? sagte sie und nichts erinnerte mehr an ihre normale Stimme. Sag das nochmal. Als Papa aufstand, saßen Mama und ich in der Küche und tranken Kaffee. Die vierte Bahn war noch nicht geschnitten und Mama tunkte gedankenverloren ihr Brötchen immer wieder in die Tasse. Bis unten ein Zipfel abbrach und im Kaffee schwamm. Hallo, sagte Papa fröhlich. Er sah ausgeschlafen und wach aus. Nur seine Haare standen verstrubbelt in alle Richtungen. Ihr wart ja schon fleißig. Wenn er vor einer Viertelstunde gekommen wäre, bevor ich Mama von meinem Problem mit Knöfeln erzählt hatte, ich gehe jede Wette ein, Mama wäre ihm ins Gesicht gesprungen. Aber jetzt hatte sie anderes im Kopf. Der Junge hat seinen Deutschlehrer einen Hintern genannt, sagte Mama und tunkte wieder ihr Brötchen ein. Richard, und nun meint er, dass er fliegt. Auf Papas Lob wegen unseres Fleißes ging sie mit keinem Wort ein. Einen Hintern? fragte Papa verblüfft und setzte sich im Schlafanzug zu uns an den Tisch. Ja? Ich wollte Mama zuerst korrigieren, aber dann dachte ich, dass sie das richtige Wort vielleicht nicht schon wieder so gern hören wollte. Darum ließ ich es. So ähnlich, murmelte ich. Hm, sagte Papa und kratzte sich über dem Nabel. Er trägt am liebsten diese komischen Stretch-Schlafanzüge und über dem Bauch rutscht ihm das Oberteil immer nach oben. Und deswegen fliegt man leicht? Tatsächlich? Ich zuckte die Achseln. Na, wenn das unser Lehrling täte? sagte Papa und sah ganz nachdenklich aus. Aber natürlich könnte sich der denn entschuldigen, dann wäre die Sache gegessen. Das hat er doch schon getan, Richard, sagte Mama ungeduldig. Aber dieser Knöfeler hat die Entschuldigung nicht angenommen. Tatsächlich nicht? murmelte Papa. Ja dann. Und er sah hilflos zu mir herüber. Jetzt hätten wir Jule gebraucht. Sie hat von uns allen die größte Erfahrung mit dem Gymnasium. Aber Jule lag noch im Bett. Da fing Mama plötzlich an zu heulen. Wofür macht man das denn alles? schluchzte sie. Putzt und kocht und wäscht und bügelt und wiegt den Leuten ihren Schafskäse ab. Damit die Kinder es mal besser haben sollen doch. Und dann sowas. Papa starrte sie erschrocken an. Du tust das doch wegen der Stollenwand, Schatzi, sagte er und versuchte ihr die Hand zu tätscheln. Aber die hatte Mama schon weggezogen. Es ist ein verrückter Gedanke, aber ich glaube, wenn meine Eltern als Kinder ins Gymnasium gegangen wären, hätten wir heute vielleicht unsere Stollenwand. Und Afrika hätten wir niemals gesehen. Das ist nämlich das Problem bei uns zu Hause. Mama und Papa haben einen Heidenrespekt vor der Schule und keine Ahnung, wie es dazu geht. Dabei glaube ich gar nicht mal, dass es so sehr viel anders ist als auf ihrer Schule früher. Aber sie haben eben diese unbändige Ehrfurcht. Sie denken, Abitur ist das Größte und ohne Abitur landen Jule und ich in der Gosse. Und immer, wenn es in der Schule irgendeinen Ärger gibt, sind sie gleich ganz verzweifelt und können dann gar nichts anderes mehr denken, bis sich dann doch alles klärt. Das Gymnasium ist für sie heilig. Darum blieb auch in diesem Sonntag die Stimmung bei uns düster. Als Jule aufstand, fragte Papa sie gleich, wie hoch meine Chancen stünden, von der Schule zu fliegen. Und Jule klärte ihn erst mal darüber auf, welches Wort ich wirklich gebraucht hatte. Da sah Papa die Sache noch düsterer. Jule erklärte, dass es ihres Wissens an unserer Schule noch keinen vergleichbaren Vorfall gegeben hätte. Und daraufhin brach Mama wieder in Tränen aus. Papa sagte, dann müsse noch an diesem Wochenende etwas passieren. Jule sagte, soweit sie wisse, entschied sie über den Verweis von der Schule die Lehrerkonferenz. Und Mama schrie, oh Gott, dann erfahren also alle Lehrer davon? Oh du mein Gott. Und mir wurde immer fürchterlicher. Vor allem, weil keiner auf den Gedanken kam, mich anzuschreien. Daran merkte ich erst, wie ernst das war. Darum ging ich in mein Zimmer. Ich hätte wirklich gern weiter beim Tapezieren geholfen, aber ich konnte einfach ihre Gesichter nicht mehr tragen und den Gedanken, dass ich daran schuld war. Ich legte mich aufs Bett und guckte die Risse in der Decke an. Zwischendurch hörte ich, wie Papa schrie, rechts, Heike, rechts, meine Güte, in den Spalt passt ja meine Hand. Und Mama brüllte, du musst doch nicht gleich immer alles so fest anbürsten, dann kriegt man ja nichts mehr geschoben. Das beruhigte mich ein bisschen. Ich meine, wenn sie sich schon wieder über die Tapete aufregen konnten, ging es ihnen sicher ein bisschen besser. Ungefähr gegen Mittag steckte Papa den Kopf durch meine Tür. Jetzt bringe ich die Sache in Ordnung, sagte er. Dabei sah er so entschlossen aus, dass es mir beinahe unheimlich war. Aber das ist das allerletzte Mal, mein Sohn, merkt ihr das? Und er verschwand und holte das Telefonbuch. Ich ließ die Tür angelehnt und hörte, wie er wählte. Offenbar wurde bei Knöfelen gleich abgenommen. Jäger, ja, guten Tag, Herr Doktor. Sagte Papa. Es tut mir leid, er ist hier so mitten am Sonntag. Nun ist der Knöfelen ganz bestimmt kein Doktor. Das wüsste ich sonst. Aber bestimmt ist er einer von denen, die gerne einer wären. Ja, ja, wegen Jochen, sagte mein Vater jetzt. Es tut mir leid, Herr Doktor. Wir wissen selbst nicht, wieso der Junge. Am anderen Ende wurde geredet. Und dann sagte Papa, das ist ja bestimmt sehr großherzig von Ihnen, Herr Doktor, aber eine Entschuldigung für den Bengel ist das nicht. Sie können ganz sicher sein, den knöpfe ich mir nochmal gründlich vor. Und dann sagte er nur noch, aber natürlich, Herr Doktor, nichts für ungut, Herr Doktor. Also nochmal vielen Dank. Und ganz sanft legte er den Hörer auf die Gabel. Er steckte den Kopf durch die Tür. Erledigt, sagte er, sonst nichts. Er verschwand wieder zu seinen Tapeten. Nun könnte man ja glauben, dass ich erleichtert gewesen wäre. Und das war ich irgendwie auch. Aber gleichzeitig schämte ich mich ganz grässlich für meinen Vater, wie er immerzu Herr Doktor geflötet hatte. Fast wäre er vor dem Telefon auf die Knie gesunken. Ich ging ins Wohnzimmer. Papa stand auf der Leiter und versuchte eine Bahn ohne Falten oben um den Kaminzug zu kleben. Der Knöpfelein ist gar kein Doktor, sagte ich böse. Natürlich hätte ich dankbar sein sollen. Papa faltete und bürstete und die ganze Zeit summte er irgendeinen alten Heino-Titel. Schließlich war er zufrieden mit seinem Werk. Wollen wir wetten, ich hätte länger reden müssen, wenn ich Herr Knöpfelein gesagt hätte? Fragte er und stieg von der Leiter. Na also, oder? Ich ging zurück in mein Zimmer. Bestimmt hatte Papa recht, aber trotzdem. Kapitel 5 Am Abend klebte die Tapete im ganzen Zimmer und Mama saß auf der Abdeckplane auf dem Fußboden und heulte. Wenn ich mich schon mal auf was freue, schluchzte sie. Dann guck dir das an. Jule steckte kurz den Kopf durch die Tür und zuckte zurück. Dezent, beinahe schamhaft, strahlte uns von allen Wänden des Raumes das Muster an. Fast fehlerfrei geklebt. Dazwischen aber, mal größer, mal kleiner, aber immer deutlich, waberten die Blasen. Am Nachmittag hatte Papa aufgehört, gegen sie anzukämpfen. Das ist eine Misstapete, hatte er gesagt. 27 Mark? Dass ich nicht lache. Aber jetzt doch noch 12, hatte Mama geschluchzt. Betrug, hatte Papa gerufen und zum letzten Mal versucht, die Tapete glatt zu streichen. Ich bin nur froh, dass ich den Mist nicht ausgesucht habe. Ich möchte nur wissen, was du da gesagt hättest. Aber jetzt streichelte Papa Mama nur immer zu über den Kopf. Ihm sind Tapeten nicht so wichtig. Bestimmt sieht morgen früh manches besser aus, sagte er tröstend. Wenn das richtig getrocknet ist, sollst du mal sehen. Und er tätschelte ihr den Arm. Aber Mama schüttelte nur stumm und verzweifelt den Kopf. Wir können sie auch noch mal abmachen, schlug Papa vor. Und eine ganz andere kleben. Allerdings dann bitte nicht gleich nächstes Wochenende. Mama trompetete laut und ausgiebig in ein Taschentuch. Dann stand sie mühsam auf. Wenn ich mich schon mal auf was freue, sagte sie wieder. Aber diesmal klang ihre Stimme schon beinahe fest. Das sieht doch auch mit der Stollenwand grauenvoll aus. Wofür hab ich denn dann ein halbes Jahr lang Wurst abgeschnitten? Für so ein Horrorkabinett. Und sie piekste mit dem Fingernagel in eine Tapetenblase, aus der auch gleich der Kleister quoll. Da, rief Mama anklagend. Wozu, wozu, wozu? In diesem Moment steckte Julie den Kopf durch die Tür. Das ist die ewige Frage der Menschheit, sagte sie überlegen. Papa starrte sich verblüfft an. Wie man Tapeten blasenfrei klebt? Fragte er. Julie schüttelte den Kopf. Das ist offenbar die ewige Frage in diesem Haushalt, sagte sie und guckte naserümpfend von Wand zu Wand. Nicht sehr gelungen. Nein, die Frage nach dem Sinn des Lebens natürlich. Das große Wozu unserer Existenz. Da rannte Mama aus dem Zimmer. Ich pfeife auf die Existenz, rief sie und man konnte hören, dass sie gleich wieder heulen würde. Papa ging ihr hinterher. Blöde Ziege, sagte ich wütend zu Julie. Sensibel ist sie kein bisschen. Sie hätte doch merken können, dass Mama wirklich Wichtigeres im Kopf hatte. Kannst du nicht sehen, dass Mama gerade alles kaputt gegangen ist, worauf sie sich monatelang gefreut hat? Julie zuckte gelangweilt die Schultern. Kann sein, sagte sie. Am nächsten Morgen graute mir vor der Schule. Ich war sicher, dass keiner in der Klasse die Deutschstunde vom Freitag vergessen hatte und ich hatte keine Ahnung, was ich knüffelnd sagen sollte. Musste ich mich noch mal entschuldigen? Oder sollte ich so tun, als wäre alles nie geschehen? Und wie sollte ich mich verhalten, wenn er mich noch einmal fragte, ob ich nicht doch die Amme spielen wollte? Ich war ziemlich sicher, dass ich mich nicht trauen würde, Nein zu sagen. Schon vor dem Frühstück übrigens hatte Mama morgens das Wohnzimmer inspiziert. Sie hatte da gestanden, mit hängenden Schultern und resigniert die Wände angeguckt. Das ist es dann wohl, hatte sie gesagt und war ohne einen weiteren Blick in die Küche gegangen. Das Wohnzimmer sah immer noch grauenhaft aus und jetzt endgültig. Im Gang vor unserer Klasse tippte mir Henrike auf die Schultern. Hey Amme, sagte sie. Ich hatte es ja gewusst. Lass den Mist, sagte ich wütend. Ich schlage sonst Mädchen eigentlich nicht und wenn sie so aussehen wie Henrike, schon gar nicht. Aber ich merkte, dass ich heute vielleicht eine Ausnahme würde machen müssen. Reg dich nicht auf, Moppel, sagte Henrike versöhnlich. Sie hängte ihre Jacke an den Haken, aber dann ging sie doch noch nicht in die Klasse. Ich dachte, wie arm einer dran sein muss, wenn er sich schon darüber freut, dass er Moppel genannt wird und wenigstens nicht mehr Amme oder Fetti. Hast du Angst gehabt wegen Knöfeln? Mit dem haben wir Freitag nochmal richtig geredet, du, wenn einer sich solche Sauerei erlaubt. Ich starrte sie an und das Herz ging mir über. Wie hatte ich nur jemals glauben können, ich werde es über mich bringen, sie zu schlagen? So blaue Augen und so blonde Locken hatte sonst keiner und eine schönere Julia hatten sie auch im Schauspielhaus nicht. Aber trotzdem, du, Moppel, sagte Henrike und jetzt legte sie mir sogar die Hand auf den Arm. Das mit dem Romeo hast du doch sowieso nicht ernst gemeint, oder? Sie streckte den Bauch vor und rollte mit den Augen. Dann wedete sie wild mit den Armen. Einen Augenblick dachte ich, ich würde ohnmächtig werden. So also hatte ich ausgesehen, als ich vorgesprochen hatte. Jedenfalls hatten die anderen mich so gesehen. Ich hab das denen ja gleich gesagt, sagte Henrike vergnügt. dass es gar nicht ernst gemeint war, dass du dieses ganze Tragische nur verarschen wolltest. Den Knöfelen mit seiner hohen Kunst. Weißt du ja schließlich selber, dass du kein Romeo bist. Und sie lachte und hielt immer noch meinen Arm fest. Ganz, ganz langsam machte ich mich los. Klar, weiß ich doch selber, dass ich kein Romeo bin, sagte ich und versuchte ein bisschen zu lachen. Ich wollte nur den Knöfelen veräppeln. Henrike sah mich ein bisschen beunruhigt an. Aber dann lachte sie schon wieder. Na eben genau, sagte sie. An der Treppe tauchte der Knöfelen auf und wir verschwanden in der Klasse. Die Amme musste ich nicht spielen. Aber Knöfelen verlangte, dass ich mich noch einmal vor der ganzen Klasse und in aller Form für den unpassenden Ausdruck entschuldigen sollte. Und dann sagte er, am Freitag seien Stimmen laut geworden, die behauptet hätten, mein Vorspiel wäre nicht ernst gemeint, sondern vielmehr eine Parodie auf die Rolle gedacht gewesen. Er selber sei der Meinung, dass dem jungen Menschen zur Parodie noch die nötige Reife fehle, was wohl auch erkläre, weshalb die meine nicht gelungen und ihn nicht als solche erkennbar gewesen sei. In jedem Fall aber sei solches Verhalten eines Schülers nicht zu tolerieren. Und deshalb erhielte ich auch keine Rolle. Er hoffte, mir sei diese Strafe einleuchtend. Ich war bei seinem Vortrag rot geworden. Auf den Plätzen um mich herum rollten sie schon wieder mit den Augen und schwenkten die Arme. Deshalb sagte ich schnell, dass ich mich für die Parodie noch entschuldigen wollte und die Strafe nehme ich natürlich an. Kapitel 6 Am Abend kam Papa etwas später als gewöhnlich. Den ganzen Nachmittag hatte Mama alle fünf Minuten den Kopf kurz ins Wohnzimmer gesteckt, nur um ihn jedes Mal sofort verzweifelt wieder herauszuziehen. Nur Richie hüpfte zwischen Muster und Blasen herum und schrie immer zu. Toll haben wir das hingekriegt, richtig toll haben wir das hingekriegt, bis Mama ihn schließlich packte und ins Zimmer schleppte. Aber ich fand ja doch nur das neue Zimmer so schön, heulte Richie wütend und Mama schrie, fand, es heißt fand. Da blieb ich den ganzen Nachmittag auf meinem Sofa und dachte ans Angeln. Dann kann mir die ganze verrückte Familie doch völlig pupegal sein. Als Papa endlich kam, trug er zwei prallvolle Plastiktüten. So, meine Lieben, sagte er und strahlte. Jetzt werden wir hier mal die Laune ein bisschen aufmöbeln. Richie wollte ihm die erste Tüte gleich aus der Hand reißen. Vom Imbiss, schrie er begeistert. Papa hat Picknick vom Imbiss mitgebracht. Ach du, sei doch still, sagte Jule und starrte auf die Tüten. Und was ist da drin? Papa legte geheimnisvoll den Zeigefinger gegen den Mund. Die eine Tüte baumelt ihm jetzt vor den Bauch. Ihr werdet schon sehen, sagte er und ging ins Wohnzimmer. In der Tür blieb er stehen, als hätte ihm jemand eins mit der Keule vor die Stirn gegeben. Ich hatte ja ganz vergessen, flüsterte er. Dann seufzte er und ging tapfer zum Esstisch. Trotzdem, das Leben geht weiter. Mama kam aus dem Badezimmer und wischte sich die Hände in der Hose ab. Du willst doch nicht im Ernst hier Abendbrot essen? fragte sie hysterisch. Papa schüttelte den Kopf und deutelte auf den Stuhl neben sich. Nun setz dich mal hin, Schatzi, sagte er. Jule lehnte noch immer am Türrahmen, aber Ritchie war Papa inzwischen auf den Schoß geklettert und versuchte an die Tüten zu kommen. Das riecht ja gar nicht, Papa, sagte Ritchie enttäuscht. Das riecht ja gar nicht richtig nach Imbiss. Papa packte Ritchie unter den Armen und hob ihn auf den Stuhl in seiner anderen Seite. Jetzt seid ihr alle mal still, sagte er. Da fing ich an zu begreifen, dass es hier heute Abend um etwas Großes gehen musste. Wenn Papa so feierlich die ganze Familie um den Wohnzimmertisch versammelte, hatte das sicher was zu bedeuten. Ich habe nämlich nachgedacht, sagte Papa. Und während er sprach, kam Jule ganz langsam von der Tür anmarschiert und setzte sich auf den Stuhl am anderen Tischende. Dann erklärte Papa seinen Plan. Er sagte, ihm wäre am letzten Wochenende klar geworden, dass in dieser Familie alle, außer vielleicht Ritchie, unter einem enormen Stress stünden. Was ich bei Mama ganz vernünftig daran zeige, wie leicht sie ins Heulen komme, aber bei anderen auch so bizarre Formen annehmen könne, wie den Zweifel daran, ob man überhaupt existiert oder die Unfähigkeit, sich in seiner Ausdrucksweise Respektspersonen gegenüber zu kontrollieren. Dabei sah er mich bedeutungsvoll an. Und Ritchie rief die ganze Zeit dazwischen. Ich will aber auch Stress, Papa. Was ist Stress, Papa? Ich will das auch. Ruhe, sagte Papa energisch. Und dann sagte er, dass wir alle uns in den letzten Jahren zu viel zugemutet hätten. Und das ohne eine richtige Pause. Die paar Regentage an der Ostsee immer, sagte er wegwerfend. Als hätte er sonst nicht immer unseren Urlaub gepriesen. Die zählen ja nicht. Da war mir klar, worauf das Ganze hinaus lief und was in den Plastiktüten war. Und ich guckte vorsichtig zu Mama hinüber. Aber dieser erstaunlicherweise nicht so aus, als ob sie gleich anfangen würde zu schreien. Es ist bei uns nämlich so, dass Mama immer gern alles Geld in eine schönere Wohnung stecken möchte. Und Papa würde es manchmal lieber auf den Kopf hauen. Deshalb fährt er auch manchmal mit uns allen einen Tag in den Freizeitpark. Und Mama jammert dann die ganze Zeit, dass er uns doch wenigstens nicht auch noch so viel Eis kaufen soll, wenn man für das Geld schon gut und gerne eine neue Flurgarderobe gekriegt hätte. Und Papa sagt dann einfach, wer verdient Ihnen das Geld? Und da muss Mama still sein. Aber jetzt verdient Mama ja mit und jeder weiß, dass sie nur arbeiten geht, weil sie diese Stollenwand will. Und nun wollte Papa das gesparte Geld einfach nehmen und dafür in den Herbstferien in den Süden fliegen. Ich habe den Chef schon gefragt, sagte er fröhlich. Den Resturlaub kann ich nehmen. Ich wartete darauf, dass Mama endlich anfangen würde zu schimpfen, aber sie blieb immer noch still. Und wenn wir wiederkommen, sagte Papa beschwörend, dann reißen wir diese Tapete von den Wänden und tapezieren neu mit frischer Kraft. Und wenn du ein halbes Jahr gearbeitet hast, haben wir das Geld für eine Stollenwand schon wieder zusammen. Und er legte seine Hand ganz lieb auf Mamas Hand. Heike, na? Noch immer machte Mama keine Anstalten zu protestieren. Stollenwände sind sowieso out. Die hat jetzt kein Mensch mehr, murmelte sie. Alle kaufen jetzt Glasvitrinen mit Rundbögen. Ich seh das in den Prospekten. Dann nickte sie. Ich könnte wirklich Urlaub brauchen. Da traute ich mich, mich zu freuen. Yippie, schrie ich. Und gleich hängte sich Ritchie an meinen Ärmel und brüllte. Gibt's jetzt das Picknick, Moppy? Gibt's jetzt das Picknick? Jetzt essen wir erst mal zusammen Abendbrot, sagte Papa. Und er sah so zufrieden aus, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen hatte. Und dann stürzen wir uns auf die Prospekte. Was, Heike? Er gab Mama einen verrutschten Kuss auf den Hals. Das hat er ja wieder sauber eingefädelt, murmelte Jule, als sie auf dem Weg in die Küche an mir vorbeikam. Seit Jahren will er nach Mallorca fliegen und immer fehlt das Geld. Da lässt er einfach die Frau dafür arbeiten und ob die das Geld für ganz was anderes will, ist ihm doch völlig egal. Ich starrte Jule verblüfft an. Aber Mama will doch jetzt auch, sagte ich. Jule drehte ganz langsam den Kopf und inspizierte noch einmal die Tapeten an allen vier Wänden. Weil sie so kaputt ist, mein Herz, nur darum, sagte sie in verschwand hoheitsvollen Richtung Küche. Nach dem Abendbrot stürzten wir uns auf die Prospekte. Papa hatte so viele mitgebracht, dass jeder einen kriegte. Ich will zu den Löwen, Papa, schrie Ritschi. Guck mal hier, Papa, ich will zu den Löwen. Da muss Mama noch mindestens ein halbes Jahr länger was schneiden, bevor wir da hin können, sagte Jule biestig. Vielleicht guckt ihr euch zuerst mal die Preise an, wir sind nämlich fünf Personen. Und da blätterte ich auch von den bunten Seiten weiter zu den grauen Seiten. Und es war tatsächlich verblüffend, was so eine Reise kosten sollte. Mit Mamas Stollenwandgeld würden wir kaum auskommen. Papa räusperte sich ein bisschen. Jule hat recht, sagte er. Also die ganz teuren Sachen, die sollten wir gleich, also fernreißen, das kommt nicht in Frage. Genau, sagte Jule triumphierend. Mallorca kommt in Frage vielleicht. Und die Costa del Sol. Und Punkt und Arm. Aber jetzt mischte Mama sich ein. Und Jugoslawien, sagte sie. Und das Schwarze Meer, das ist doch auch schon was. Und ich sah erstaunt, dass Mamas Augen jetzt genau den gleichen Glanz hatten wie Papas. Vielleicht hatte Papa sie doch nicht reingelegt. Das Schwarze Meer, sagte Jule maulig. Das kann man doch keinem erzählen. Sowas Spießiges. Loni fährt in die Toskana und Gitter macht Inselhüpfen in Griechenland und Insa fliegt nach Kreta und du warst bisher nur an der Ostsee, brüllte Papa. Nun wird man los nicht gleich größenwahnsinnig, Fräulein, ja? Und er schlug mit der Faust auf den Tisch. Jule stand auf. Den Prospekt klatschte sie hin. Den ganzen Tag eingeölt in der Sonne braten, rief sie. Liegestuhl an Liegestuhl, Neckermann an Neckermann. Seht ihr denn nicht, wie wenig kulturvoll das ist? Und sie wollte an Mama vorbei aus dem Zimmer. Aber Mama hielt sie fest. Nun bleibt doch mal hier, Julechen, sagte sie. Und ich war ganz erstaunt, dass sie nicht böse klang. Eher so, als hätte sie Mitleid. So verreißen schließlich Millionen. Da muss doch irgendwas dran sein, oder? Es wird dir schon gefallen. Jule machte sich los. Die Toskana ist eine alte Kulturlandschaft, sagte sie. Und die Dörfer auf Kreta sind noch ganz unberührt. Aber wir wollen natürlich in diese Betonsilos. Ein Klotz neben dem anderen. Da können wir doch am besten gleich hier bleiben. Und sie stürmte aus dem Zimmer. Papa sah ihr nach. Mit der erleben wir in den nächsten Jahren noch einiges. Da möchte ich wetten, sagte er. Aber meinetwegen kann sie auch hier bleiben. Also gucken wir erst mal Mallorca? Mama und ich nickten. Und dann vertieften wir uns wieder in unsere Prospekte. Wenn man den Prospekten glauben durfte, war Mallorca die von der Sonne verwöhnte Götterinsel im Mittelmeer, die alle Naturschönheiten Europas auf kleinstem Raum in sich vereinte. Es gab halbseitige Fotos von Steilküsten und Sandstränden und wilder Gebirgslandschaft. Und dann natürlich viele kleinere Fotos von Hotels, die eigentlich nicht viel anders aussahen als unser Wohnblock zu Hause. Nur, dass manchmal Palmen drumrum standen. Und das Wetter wollen wir nicht vergessen, sagte Mama. Ich dachte an Steilküsten und Sandstrände und nickte. Es gab Hotels in lebhafter, fröhlicher Umgebung, von denen Papa sagte, die schieden aus, weil das bestimmt bedeutete, dass sie an der Hauptstraße liegen. Und Mama sagte, die für den kontaktfreudigen Gast könnten wir auch gleich streichen, weil da nachts Rambazamba bis zum Morgengrauen wäre. Und sie jedenfalls würde im Urlaub auch ganz gerne mal schlafen. Dann sagte Papa, Hotels in aufstrebenden neuen Vierteln kämen auch nicht in Frage, weil das bedeutete, es gebe Baulärm. Und Mama war gegen alles mit familiärer Atmosphäre, weil eine Kollegin erzählt hatte, das wären winzige Absteigen mit Wanzen in den Betten. Es war erstaunlich, wie viel dann trotzdem noch übrig blieb und wir kreuzten eifrig an. Danach ging ich zufrieden ins Bett. Als ich am nächsten Mittag nach Hause kam, war ich schon richtig aufgeregt. Mama stand vor dem Spiegel und zog sich den Mantel an. Sie musste zu ihrer Wurst- und Käsetheke. Na, sagte ich gespannt. Mama drehte sich zur Seite und begutachtete sich im Profil. Sie zupfte den Mantel über dem Gürtel zurecht. Alles ausgebucht, sagte sie ohne mich anzusehen. Zu spät. Was? brüllte ich. Solche Reisen bucht man nicht 14 Tage vorher, sagte Mama. Die bucht man rechtzeitig. Und Restplätze für 5 Personen, das können wir uns abschminken, haben sie mir überall gesagt. Ich muss es los, Moppel. Papa habe ich schon Bescheid gesagt. Und sie zog die Tür unter sich zu. Da hat Julia doch mal wieder ihren Willen gekriegt, dachte ich verbittert. Werde ich also nicht erleben, wie es ist, wenn man fliegt. Aber wozu auch? Was sollte Moppel, Amme, Jäger, auch Steilküsten hochklettern? Da lachen ja die Hühner. Am Nachmittag hatte ich nicht viel Zeit, mich zu ärgern, weil ich für Ritchie zuständig war. Und dummerweise hatte er sich mit niemandem aus seinem Kindergarten Farb redet. Ich versuchte ihn dazu zu bringen, ein Puzzle zu legen, aber ich wusste von vornherein, dass es aussichtslos war. Eine Weile ließ ich ihn in der Küche mit Knete spielen, aber als ich zwischendurch mal kurz aufs Klo ging, versuchte er kleine Knetkugeln in Mamas neuer Teflonpfanne zu braten. Und ich entschied, dass er für dieses Material noch nicht vernünftig genug war. Ich nahm mir seine Kindergartenliste und rief der Reihe nach bei allen Kindern aus seiner Gruppe an. Aber entweder spielten sie schon irgendwo oder sie hatten gerade Schwimmkurs oder Flöten oder Turm. Da gab ich auf und spielte mit Ritchie in seinem Hochbett-Raumfähre. Als Papa kam, steuerten wir gerade auf ein schwarzes Loch zu und versuchten verzweifelt uns mit Megatonnen-Kilo-Pond-Beschleunigung dagegen zu stemmen. Ritchie hatte den Schrupper geholt, das war unsere Heckschraube, mit der er kühne Lenkmanöver machte. Und ich saß am Funkgerät und versuchte den Bodenkontakt wieder herzustellen. Der war natürlich längst abgerissen. »Na, ihr beiden, spielt ihr schön?« sagte Papa und guckte durch die Tür. »Ich begreife nicht, wieso meine Eltern immer noch glauben, ich könnte mit Ritchie spielen. Ich meine, so dass ich selbst Spaß daran hätte. Immerhin liegt fast ein Jahrzehnt zwischen uns.« »Er hatte keinen zum Spielen«, sagte ich und kroch schnell aus dem Bett. »Ich war zuständig.« Aber Papa hatte überhaupt nicht zugehört. »Und was habe ich euch wohl zu sagen?« rief er. »Was habe ich euch wohl zu sagen?« Beim zweiten Mal drehte er sich zu Jules Tür. Jule machte tatsächlich auf. »Na?« rief Papa wieder begeistert. »Na, was wohl?« Da war es ja schon klar. »Der schwarze Kontinent«, rief Papa. »Der Oberwald lockt.« Und Herr Obritschi einfach hoch und warf ihn gegen die Decke. »Doch nach Kenia?« fragte Jule erstaunt. »Na, das ging ja wenigstens halbwegs.« »Kenia?« fragte Papa. »Wo denkst du hin?« »Tunesien.« »Was sagt ihr nun?« Er ließ sich auf den Garderobenschrank plumpsen. Aber ich war noch immer skeptisch. »Mama hat gesagt, es ist alles ausgebucht«, sagte ich. Bevor ich anfing, mich zu freuen, wollte ich wenigstens sicher sein können. »Auf Mallorca, ja«, sagte Papa. »Aber ich habe einfach eine von diesen Restplatzvermittlungen angerufen. Die hatten gerade sechs Plätze Tunesien reingekriegt. Mit 30 Prozent Rabatt. Und er wollte Ritschi wieder hochheben, aber der duckte sich unter ihm weg. »Tunesien«, sagte ich. Und so ist es gekommen, dass wir nach Afrika geflogen sind. Kapitel 7 Zwei Wochen sind nicht viel Zeit, um eine Reise vorzubereiten, vor allem, wenn es die erste Flugreise sein soll. Mama wühlte verzweifelt unsere Sommersachen durch und jammerte, dass er nicht schon zum Schlussverkauf von unseren Tunesienplänen gewusst hätte. »Dann hätte ich uns doch noch eingekleidet«, sagte sie verzweifelt. »Aber so! Ritschi hat gerade noch drei passende T-Shirts. Ich habe doch schon alles zur Altkleidersammlung gegeben.« Ritschi legte jeden Tag neue Stapel Autos, Bilderbücher und Duplosteine auf seinen Mickey-Maus-Koffer. Und seit Mama ihm erzählt hatte, dass es in Tunesien ein Meer gäbe, wies er mindestens dreimal täglich darauf hin, dass er in einer Schwimmflüge ein Loch hatte. Komischerweise vergaß Mama trotzdem regelmäßig neue zu kaufen. Am rücksten von allen war Jule. Die kam aus der Schule und setzte sich an den Schreibtisch. Und wenn sie mit mir redete, dann immer noch meistens über Sein und Sinn und neuerdings über die philosophische Möglichkeit, glücklich zu sein. Deshalb unterhielt ich mit ihr möglichst wenig. Inzwischen hatte ich Olaf tatsächlich zweimal mit so einer kleinen Drahtigen gesehen, die meiner Meinung nach nicht im Mindesten an Jule konkurrieren konnte. Manchmal versuchte Mama, Jule dazu zu bringen, auch Reisevorbereitungen zu treffen. Aber Jule zuckte dann nur die Achseln. Wozu? fragte sie gelangweilt. Und Mama schimpfte, dass sie überhaupt nicht einzusehen wäre, wieso sie auch noch für ihre fast erwachsene Tochter die Kleidung durchsehen müsste. Dann machte Jule regelmäßig einfach die Türen der Sicht zu. Und Mama sagte böse, ohne gymnasiale Oberstufe verliefe Liebeskummer wesentlich einfacher. Am meisten von uns allen freute sich offensichtlich Papa. Er war mit meinem Leseausweis in die Bücherei gegangen und mit fünf Büchern über Tunesien zurückgekommen. Und während Mama abends Sommersachen bügelte und Knöpfe annähte und aufgerissene Nähte flickte, las Papa ihr daraus vor. Kartago, sagte er irritiert, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Aber du kannst mich schlagen, ich weiß nicht mehr wo. Na egal, es sind sowieso nur alte Trümmer. Und dann fand er ein Kapitel über Oasen und über Karawanen und über die Wassertemperatur im jährlichen Mittel. Auf jeden Fall war er ganz aufgeregt. Ich hatte beschlossen, diese Reise als einen Wink des Schicksals zu begreifen. Warum sonst hätten wir sie gerade zu diesem Zeitpunkt geplant? Gerade jetzt, wo ich meine Romeo-Niederlage erlebt hatte. Mir war ganz klar, ich durfte diese Reise nicht ungenutzt verstreichen lassen. Und damit meinte ich nicht nur, dass ich versuchen wollte, meinen Schwimmstil zu verbessern und eine tiefe Bräune zu ergattern. Es gibt ja Menschen, die meinen, auf die Liebe muss man warten. So romantisch eben. Du gehst die Straße entlang, kein besonderer Nachmittag, meinetwegen sogar noch Regen und Beugen steht sie vor dir, unter ihrem Regenschirm. Und sie sieht dich an und ihr spürt beide gleichzeitig, dass ihr füreinander bestimmt seid. Jede Wette hast du dann keinen Schirm bei dir und sie lädt dich ein, unter ihren zu kommen. Und weil ihr ja füreinander bestimmt seid, muss man sich über alles Weitere keine Sorgen mehr machen. Das läuft ganz von selbst. Händchen halten, erster Kuss und so weiter. Ich bin bei Sachen, die mit einem Beugen anfangen sollen, aber eher skeptisch. Und was ist, wenn du genau fühlst, sie ist für dich bestimmt, aber sie nimmt nur ihren Regenschirm und geht weiter. Ganz so einfach laufen die Dinge im Leben nämlich meistens nicht. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und dass man beim ersten Mal gleich weiß, was man zu tun hat, vor allem bei so neuartigen Dingen wie Händchen halten und erster Kuss glaube ich auch nicht. Ich habe bisher alles immer erst üben müssen. Schwimmen, Schlittschuh laufen, beim ersten Mal ging das alles noch sehr matt. Warum sollte es ein Liebesding anders sein? Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich offenbar nicht zum Romeo geboren bin. Da musste schon ein bisschen Taktik her. Übung konnte nicht schaden. Und dafür kam in Tunesien gerade recht. Man hört ja immer wieder, dass auf Reisen die unglaublichsten Liebesgeschichten passieren. Irgendwie sind die Leute da romantischer gestimmt. Da sehen sie vielleicht auch schon mal über ein bisschen Bauchspeck weg. Hinterher fällt dann jeder wieder nach Hause. Und wenn es beim Küssen oder so vielleicht nicht gleich geklappt hat, macht es auch nichts aus. Kein Mensch wird jeder von erfahren. Ich beschloss, den Urlaub nicht zu verplempern. Darum ging ich zum Friseur und danach kaufte ich mir eine neue Badehose. Einen Augenblick schwankte ich, ob ich wieder so eine dezente dunkelblaue aus Lyquas-Twetch nehmen sollte. Oder eine von diesen kühn gemusterten Schwimmshorts, wie sie jetzt überall im Angebot waren. Ich entschied, dass so eine bunte Hose zumindest demonstrieren würde, dass ich wegen meiner Figur keine Minderwertigkeitsgefühle hatte. Und Selbstbewusstsein zu zeigen, ist ja immer wichtig. Wer verliebt sich schon in einen verschämten Dicken? Ein stattlicher Mensch, der sein Gewicht nicht verbirgt, hat da schon größere Chancen. Ich war also vorbereitet. Wollten wir doch mal sehen, ob es mir nicht in Afrika gelingen würde, Herzen zu brechen. Kapitel 8 Wir flogen an einem Samstagmorgen. Bis zum Abend vorher, ungefähr 6 Uhr, hatte ich geglaubt, dass es höchste Zeit wurde, dass ich endlich mal in ein Flugzeug stieg. Ich meine, mit 13 und noch keinmal geflogen. Aber so etwa gegen 6, direkt vor dem Abendbrot, änderte ich meine Einstellung ganz plötzlich. Auf einmal begriff ich nicht mehr, warum der Mensch sich überhaupt in die Luft erheben sollte. Ist er dazu geschaffen? Wenn irgendwer gewollt hätte, dass wir fliegen, hätte er uns Flügel gegeben. Beim Abendbrot hatte ich keinen rechten Appetit und ich sah, dass es zumindest Mama genauso ging. Was ist das eigentlich für eine Fluggesellschaft? fragte ich vorsichtig. Papa zuckte die Achseln. Charter, sagte er und nahm sich eine Scheibe Mettwurst. Esst bloß ordentlich, was übrig bleibt, kommt auf den Müll. Charter waren immer die alten Maschinen, das weiß ja jeder. Die die Linien nicht mehr haben wollten, weil die zu schrottig waren, weil sie den Sicherheitsnorm nicht mehr entsprachen. Kann sein, ich werde krank, murmelte ich. Dann ziehe ich so lange zu Oma. Papa sah mich misstrauisch an. Jetzt ist für dich bezahlt, jetzt wird auch geflogen, sagte er. Die ganze Nacht konnte ich nicht richtig schlafen. Durch meine Träume geisterten ausrangierte Propellermaschinen und Stua dessen in mittelalterlichen Kostümen gaben mitten über dem Meer jedem Passagier ein Luftballon. Bitte die Notausgänge benutzen, riefen sie fröhlich mit ihren betörenden Stimmen. Der Tag ist ja noch fern. Und dann sprangen sie mit seligen Kreischen direkt auf ein großes, rotes Gummiboot. Im Taxi stieß ich Jule an die Seite. Hast du keine Angst, flüsterte ich, dass wir abstürzen? Jule grinste. Es war erst 5 Uhr und sie hatte verschlafene Augen. Nee, sagte Jule. Es sah aus, als wollte sie einschlafen und mir fiel ein, dass sie am Telefon irgendwen erzählt hatte, Olaf würde mit der kleinen Drahtigen im Interrail nach Spanien fahren. Es war erstaunlich, wie viel Betrieb auf dem Flugplatz auch so früh schon war. Da ist es, sagte Papa und steuerte zielstrebig die zweitlängste Schlange von allen an. Tunis, 7.15 Uhr. Zappel nicht so rum, Ritschi. Als wir dran waren, stellte Papa das Gepäck auf die Waage, zeigte die Flugtickets vor und steckte die Bordkarten ein. 17. Reihe, sagte er zufrieden. Na, bin ich ja mal gespannt, wo das ist. In einem kleinen Kabuff klopften sie uns von oben bis unten ab, um sicher zu gehen, dass wir keine Waffen dabei hatten und die ganze Zeit kicherte Ritschi wie verrückt, erst einfach schrecklich kitzlig. Ich versuchte so zu tun, als wäre ich das alles gewöhnt. Wenn ich schon abstürzen musste, sollte mir wenigstens vorher keiner ansehen, dass dies mein erster Flug war. Ich suchte mir einen Plastiksessel, ein bisschen von der Familie entfernt, und streckte meine Füße weit in den Gang. Und da sah ich sie. Sie saß mir genau gegenüber, zwischen einer ziemlich rundlichen Frau und einem ziemlich rundlichen Mann und blätterte in einer Illustrierten. Sie hatte die größte Sonnenbrille auf, die ich je gesehen habe, und die verrückteste Hose und die rotesten Nägel. Sie war das auffälligste Mädchen, das mir je begegnet war. Und das will ja schon einiges heißen, wenn man jahrelang in eine Schule mit 600 Schülern gegangen ist. Für einen Augenblick war meine Angst wie weggeblasen. Ganz sicher war es nicht so wie die blitzschlagartige Liebe unter dem Regenschirm. Nicht bei den Bruchteil einer Sekunde hatte ich den Verdacht, dass ich vielleicht in die Sonnenbrille verliebt sein könnte. Es war mehr so ein Gefühl, als wenn einer einen in den Bauch boxt. Wahrscheinlich ungefähr so, wie die Männer in den Filmen fühlen, wenn sie beim Anblick einer Frau durch die Zähne pfeifen und wow stöhnen. Ein echtes Wow-Gefühl, das war es. Und zum ersten Mal in meinem Leben Ich begriff, dass mir dieses Mädchen vom Schicksal zum Üben vorbestimmt war. Immer vorausgesetzt natürlich, sie flog überhaupt mit unserer Maschine. Und immer vorausgesetzt, sie landete dann auch in unserem Hotel. Passagiere zum Flug TU213, sagte eine Lautsprecherstimme. Passagiere zum Flug TU213, bitte zu Gate 4. Und das Schicksal hatte sie wirklich für mich bestimmt. Ein bisschen hektisch raffte das Ehepaar mir gegenüber sein Handgepäck zusammen. Und ganz langsam und mit Bewegungen, bei denen man immer irgendwie auf den Po gucken musste oder auf die Brust, schlängelte sich auch die Sonnenbrille aus ihrem Stuhl und hängte sich eine riesige Umhängetasche über die Schulter. Mama und Papa standen auch auf. Im Bus, mit dem wir zum Flugzeug fuhren, klammerte ich mich an die Stange bei der Tür und startete die Flugzeuge an. Unten auf dem Rollfeld waren sie dermaßen riesig, dass jedem denkenden Menschen sofort klar werden musste, sie hatten keine Chance, in die Luft zu kommen. Geschweige denn, oben zu bleiben. Ich habe noch nicht sehr lange Physik und ich will auch bestimmt nicht behaupten, dass ich mich besonders dafür interessiere. Aber so viel habe ich doch begriffen. Oben bleibt immer, was leichter ist. Holz schwimmt, weil es leichter ist als Wasser und ein Ballon fliegt einem weg, weil sein Gas leichter ist als Luft. Aber kein Mensch würde im Ernst behaupten wollen, dass diese Maschinen auch leichter waren, ganz egal, woraus sie bestanden. Sie waren einfach zu schwer, um hochzukommen. Jedenfalls konnte ich das nur hoffen. Denn wenn sie einmal oben waren, waren sie auf alle Fälle zu schwer, um dort zu bleiben. Andererseits hatte ich natürlich jeden Tag mindestens 20 Flugzeuge am Himmel fliegen sehen. Irgendwie musste es ihnen also doch gelingen, die Gesetze der Schwerkraft zu überlisten. Aber mir war völlig klar, dass das nicht ewig gut gehen konnte. Wer versucht, sich über die Spielregeln der Physik hinwegzusetzen, erlebt ein böses Erwachen. Das hatte ich bei Klassenarbeiten öfter erlebt. Der Bus hielt vor einer Maschine, die ich schon die ganze Zeit misstrauisch angeguckt hatte. Boeing 727, murmelte Papa. Sind das nicht die, die immer runterkommen? Wie runterkommen? fragte Mama böse zurück. Aus der Heckklappe führte eine Treppe zum Rollfeld. Und offenbar ohne zu zögern, setzte sich der Inhalt unseres Busses jetzt aufwärts in Bewegung. Richard, flüsterte Mama. Die Treppenstufen waren abgetreten und verbeult. Papa stieg tapfer nach oben. Warum rannte ich nicht weg, kümmerte mich nicht um das Gelächter, das hinter mir losbrechen würde und fuhr einfach zu Oma. Früher, wenn ich mich vor den Ferien darüber geärgert hatte, dass die halbe Klasse irgendwo hin in Urlaub flog und wir tapezierten nur wieder das Bad, hatte ich mir manchmal vorgestellt, wie ein Flugzeug wohl von innen aussah. Man hat das ja öfter im Fernsehen gesehen, aber das ist natürlich nicht dasselbe wie in Wirklichkeit. In meiner Vorstellung war alles großartig und modern gewesen. Gepflegte Sitze und dicke, flauschige Teppiche. Jedenfalls sahen so immer die Flugzeuge in den amerikanischen Katastrophenfilmen aus, die dann hinterher über den Bermuda-Dreieck abstürzen und verschollen sind. Aber dieses Flugzeug hatte auf dem Boden nur Linoleum. Nun ist es mir natürlich lieber, heil mit einem Flugzeug mit einem Linoleum-Belag über das Mittelmeer zu fliegen, als mit den vornehmsten Teppichen im Bermuda-Dreieck zu zerschellen. Aber dieses Flugzeug brauchte bestimmt kein Bermuda-Dreieck, um unterwegs verloren zu gehen. Die Sitzbezüge waren abgewetzt und alles war eng, viel enger, als ich es nach irgendeinem Film je vermutet hätte. Wahrscheinlich filmen sie die Flugzeuge von innen immer mit Weitwinkel. Meine Güte, Richard, murmelte Mama. Sie saß mit Papa und Ritchie in Reihe 17, auf der rechten Seite vom Gang. Julissa ist links am Fenster. Runtergekommen sind immer noch alle, sagte Papa tröstend. Aber er grinste dabei auf so eine Art wie sonst nur, wenn er vor einer Klassenreise mit meinem Lehrer reden muss. Da wusste ich, dass Papa die gleiche Todesfurcht hatte, wie wir alle. Richard, flüsterte Mama. Nächstes Jahr wieder Ostsee? Papa drehte sich zu ihr um. Wenn du meinst, sagte er. Ich sag dir jetzt eins, murmelte Mama. Wenn wir je heil wieder zurückkommen, ist das mein letzter Flug gewesen. Ich weiß gar nicht, was du immer gegen die Ostsee hast. Oder nach Österreich könnte man auch mal. Und sie zerrte an Ritchies Gurt. Die Motoren heulten auf und ich versuchte über Jule hinweg durch das winzige Fenster die Erde zu sehen. Hast du keine Angst? flüsterte ich. Jule hatte die Augen geschlossen und sah aus, als ob sie schlief. Ist doch sowieso egal, murmelte sie. Aber ihre Hände hatte sie um die Sitzlehnen geklammert und die Fingerknöchel waren ganz weiß. Wieso fliegt es? fragte ich und stieß sie in die Seite. Was? fragte Jule. Das Flugzeug, sagte ich. Wieso kann es fliegen? Jule zog dir die Achseln. Vielleicht hat das was mit der Fliehkraft zu tun? fragte sie und aus ihrer Handtasche holte sie tatsächlich das rosa Buch heraus. Aber ich sah genau, dass ihre Finger zitterten. Und ich wurde der Oberstufe gegenüber immer misstrauischer. Wenn alles, was dabei herauskommt, verrückte Fragen sind, aber so wichtige Sachen wie Flugzeuge gar nicht behandelt werden, kann man sie sich eigentlich schenken. Kapitel 9 Als wir aus dem Flugzeug kamen, schlug uns so warme Luft entgegen, dass ich wusste, die Angst hatte sich gelohnt. Wahnsinn, flüsterte Mama und lehnte sich an Papas Schulter. Papa nahm sie in den Arm und gab ihr einen Kuss. Zurückfliegen müssen wir immer noch, sagte er. Neben dem Parkplatz, auf dem die Hotelbusse mit unserem Gepäck beladen wurden, stand eine einzige Palme. Ein Kokosnussbaum, schrie Ritschi und war schon halb oben. Ich überlegte, ob ich verpflichtet war, ihn herunterzuholen, weil sich aus dieser Familie sonst keiner um ihn kümmerte. Jule las ihm gehen und Mama und Papa verhandelten mit einem dunkelhäutigen Mann, der eingemummelt war wie im tiefsten Winter und ihnen nur wortlos die Hand entgegenstreckte. Aber wir hätten das Gepäck doch auch selber getragen, rief Papa. Ich dachte, das wäre Hotelservice, im Preis inbegriffen. Fünf Mark, sagte der Mann freundlich und hielt immer noch die Hand auf. Deutsch gilt auch gut. Die nehmen es von den Lebendigen, sagte ein dicker Mann, der jetzt in unseren Hotelbus stieg. Da muss man aufpassen, aufpassen und nochmal aufpassen. Die nehmen die Touristen aus bis aufs Hemd. Und mit der flachen Hand gab er seiner Frau einen kleinen Schubs gegen den Po, um ihm in den Bus zu helfen. Eine Mark, sagte Papa böse und wühlte in seiner Geldbörse. Das ist ja Betrug. Und er wollte Mama zum Bus ziehen. Aber Mama hatte gerade Ritchie entdeckt, der inzwischen in mindestens drei Meter Höhe auf dem Parkplatz schwebte und immer noch dabei war, höher zu steigen. Ritchie! brüllte Mama. Ritchie guckte nach unten. Es sind gar keine Kokosnüsse dran, sagte er enttäuscht. Das war unsere Ankunft in Afrika. Das Hotel war groß, weiß und hatte Fenster, wie man sie aus Büchern über Tausenden in der Nacht kennt. Gegenüber dem Haupteingang sprangen Pferde in einer weißen Umzäunung herum. Überall blühten Blumen, deren Namen ich nicht kannte. Und in der Bungalow-Anlage hinter dem Swimmingpool, zu der wir uns jetzt auf den Weg machten, wuchsen genügend Palmen für Ritchie. Richard! flüsterte Mama glücklich und Papa gab ihr schon wieder einen Kuss. So oft küsste er sie sonst nie. Dass es bald November sein würde, war kaum zu glauben. Na, war das nicht die richtige Entscheidung? fragte Papa, als wir unsere Koffer ausgepackt und uns geduscht hatten und nun auf der Terrasse unseres Bungalows über den Garten hin zum Meer sahen. Wer denkt da an Stollenwände? Mama lehnte sich an Papas Schulter. Und ein ganzes Haus für uns allein, sagte sie, was nicht ganz stimmte. Immer zwei Bungalows waren aneinander gebaut, aber die Terrassen lagen so, dass man sich trotzdem allein fühlen konnte. Und alles so sauber. Jule hatte sich einen Klappstuhl aufgestellt und las. Langsam konnte man ihr Verhalten beleidigend finden. Richie war verschwunden und ich beschloss, mir vor dem Abendessen noch den Strand und die Tennisplätze anzugucken. Vielleicht lief ja irgendwo auch die Sonnenbrille herum. In unserem Hotelbus war sie jedenfalls gewesen. Auf der Rückseite unseres Bungalows, auf der Terrasse, die zur anderen Hälfte gehörte, saß ein Mädchen und cremte sich die Beine ein. Sie hatte Shorts an und ein buntes T-Shirt und außer dem Kopf war absolut nichts an ihr rund. Ich meine, nicht wie bei der Sonnenbrille. Die Arme waren lang und dünn, die Beine waren lang und dünn und wo das Bikini-Oberteil hingehörte, war alles flach. Hallo, sagte das Mädchen. Hey, sagte ich. Ich gab mir Mühe, gelangweilt und überlegend zu klingen. Den Bauch versuchte ich einzuziehen, soweit es ging. Wohnst du auch hier? fragte das Mädchen. Dabei cremte sie weiter, als wäre die Antwort eigentlich gar nicht so wichtig. Sie cremte sogar zwischen den Zehen. Nebenan, sagte ich. Die Sonne ist sowieso gleich weg, du brauchst dich gar nicht mehr einzuschmieren. Das Mädchen guckte hoch. Mit einem langen Blick musterte sie mich von oben bis unten. Habt ihr auch Kakerlaken in der Dusche? fragte sie. Was? sagte ich. Das war nun doch ungewöhnlich. Mein Vater hat sie weggeduscht, sagte das Mädchen. Aber natürlich kommen sie wieder hoch. Wir hatten das schon mal auf La Gomera. Er geht nachher gleich und beschwert sich, obwohl das natürlich ganz umsonst ist. Sie drehte sich zur Seite und legte die Cremeflasche auf den Liegestuhl. Und ich sah, dass sie hinten genauso flach war wie vorne. Zwölf Jahre, schätzte ich. vielleicht dreizehn. Jedenfalls nicht geeignet für mein Experiment. Da brauchte ich auch nicht zu versuchen, cool zu sein. Kakerlaken? fragte ich. Echt wahr? Das Mädchen zuckte die Achseln. Die kommen immer wieder, sagte sie. Und dann klettern sie am Wannenrand hoch. Du musst sie immer gleich zurückduschen, sonst klettern sie über den Rand und plumpsen runter und laufen durchs ganze Haus. Ich geht, sagte ich. Und klettern in die Betten. Das Mädchen nickte. Eklig. Ritchie! rief Mama durch den Garten. Moppel, Abendbrotzeit! Das Mädchen grinste mich an. Lass mich raten, sagte sie. Ritchie bist du nicht. Und sie guckte auf meinen Bauch und meine Beine. Für einen Augenblick fiel mir Romeo wieder ein. Jochen, sagte ich mit so viel Würde, wie es eben ging. Und du? Hannah, sagte das Mädchen und grinste immer noch. Wir sehen uns. Und sie verschwand im Haus. Ich trödelte zu unserer Bungalowseite zurück. Inzwischen war es beinahe dunkel geworden. Ich versuchte mir klarzumachen, dass das eben kein Misserfolg gewesen war, weil ich an dieser Hannah ja überhaupt nicht interessiert war. Darum hatte ich meinen vollen Charme eben auch nicht entfaltet. Bei der Sonnenbrille würde alles anders laufen. Der Speisesaal war ein riesiger Raum im Hauptgebäude. Die Decke sah aus wie ein Gewölbe einer Kirche. Rundbögen oder Spitzbögen oder Kreuzbögen oder irgendwas. Auf unserer letzten Klassenreise mussten wir uns sowas immer angucken. Zappel nicht so, sagte Mama zu Ritchie, der sich mit den Händen an der Tischdecke festhielt und seinen Stuhl schwungvoll vor- und zurückkippeln ließ. Gleich kippst du um. Ritchie drehte sich nach hinten, um zu sehen, gegen wen der in diesem Fall kippen würde. Und ich guckte mich jetzt auch um. An mindestens 100 Tischen saßen mindestens 400 Menschen und aßen. Manche waren braun wie Nüsse, andere so weiß wie wir und die meisten irgendwo dazwischen. Schön, oder? fragte Mama. Außer dem Mädchen mit der Sonnenbrille hatte ich bis jetzt noch niemanden entdeckt, der für mein Projekt in Frage gekommen wäre. Natürlich gab es eine ganze Menge hübscher Frauen, aber die meisten waren einfach zu alt. Wenn einer erst mal 16 war, kommt sie für mich nicht mehr in Frage. Sowas muss man realistisch sehen. Am Tisch neben uns saßen zwei Männer. Sie waren ungefähr 70 und ganz unglaublich braun gebrannt. Einer winkte zu und so rüber. Ich winkte zurück. Richard, flüsterte Mama. Richard, hör mal, glaubst du, die beiden da sind? Papa guckte sie verwirrt an. Was denn? fragte er. Wer denn? Den ganzen Tag hatte Juli sich nicht gerührt, aber jetzt kam Leben in meine Schwester. Das kann euch doch wohl ganz egal sein, oder? fragte sie. Das geht doch jeden wohl selber was an. Papa guckte immer noch verwirrt. Aber mir war auf einmal klar, wovon Mama gesprochen hatte. Schwul? fragte ich begeistert. Ehrlich? Eigentlich hatte ich mir da immer so junge Männer mit Goldkettchen vorgestellt. Nicht alte Obis, die zusammen verreisen. Vielleicht konnte ich auf dieser Reise doch einiges lernen. Ja, brüll das nur laut durch die Gegend, sagte Jule wütend. So hatte ich mir den Urlaub auch vorgestellt. Jetzt ist aber Schluss, donnerte Papa. Von den Nachbartischen sahen sie interessiert zu uns herüber. Ich habe für diese Reise viel bezahlt und ich will mich erholen. Streiten könnt ihr euch zu Hause. Und er nahm Mama seine Gabel aus der Hand, die sie gerade abruppeln wollte. Für diese Reise hat Mama bezahlt, sagte Jule und nahm sich aus dem Brotkorb ein trockenes Stück Brot. Für den Rest der Mahlzeit blieb sie still. Ich hatte inzwischen Hannah entdeckt, ganz am anderen Ende des Saals, an einem Fenstertisch. Sie winkte mir zu und ich winkte zurück. Wer ist das? fragte Mama. Kennst du die? Die wohnen in der anderen Hälfte von unserem Haus, sagte ich. Inzwischen grüßten auch Hannahs Eltern und Mama und Papa grüßten wieder. Ich möchte wissen, warum manche Leute einen Fenstertisch angewiesen kriegen und andere nicht, sagte Mama. Du, Richard, weil es nicht genug Fenstertische für alle gibt, brummte Papa. Ist doch klar. Ja, aber ich möchte wirklich wissen, warum wir nie einen Fenstertisch kriegen, sagte Mama. Sehen wir nicht aus, wie Leute, die einen Fenstertisch verdienen? Sehen die da drüben nach dem Meer aus? Weiß ich nicht, murmelte Papa. Ist mir auch egal. Und er fing an Kichererbsen mit der Gabel einen Tellerrand zu schieben. Mama seufzte und schnitt Ritchie das Hammelfleisch klein. Und ich guckte noch einmal zu Hannah hin. Direkt unsympathisch fand ich sie ja nicht. Und eigentlich war es ja nur ein Glück, dass in der anderen Bungalow-Hälfte nicht ausgerechnet die Sonnenbrille wohnte. Dann wäre ich in diesem Urlaub überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen. Nach dem Essen hatten sich die beiden Männer vom Nachbartisch noch kurz vorgestellt. Nelpenwinkel, sagte der eine und verbeugte sich elegant und altmodisch vor Mama. Auf gute Nachbarschaft. Und er streckte Mama die Hand entgegen. Mama zögerte einen Augenblick. Schön hier nicht, sagte sie dann etwas gequält. Eger. Papa nickte dazu. Lassen Sie den Kleinen bloß zwischendurch mal rumrennen, sagte der andere Mann. Er hatte eine ganz tiefe Stimme. Kinder brauchen Bewegung und uns stört das nicht. Und er kitzelte Ritschi an der Backe. Mama zuckte zusammen. Aber die anderen Leute stört es vielleicht, sagte Jule und deutete mit der Schulter unbestimmt in den Raum, wo an den meisten Tischen gesittete Familien ihr Fleisch zerteilten. Der Mann mit der tieferen Stimme lachte. Waldmann, sagte er. Bist du ein Opa? fragte Ritschi interessiert. Unsere Opas sind alle tot, alle beide. Tatsächlich, sagte Herr Waldmann. Er schien ziemlich viel zu lachen. Nein, ein Opa bin ich leider nicht. Mama warf Papa einen bedeutungsvollen Blick zu, aber Papa sah gar nicht hin. Doch, du bist ein Opa, sagte Ritschi bestimmt, weil du alt bist und bald musst du sterben. Und er tobte zum Ausgang, wo ein Tunesier hinter einem Tischchen Muster und Bilder in Messingschalen trieb. Die beiden Männer lachten wieder. Bis morgen, sagten sie. Mama guckte immer noch gequält, aber sie sagte kein Wort mehr darüber, auch auf dem Rückweg zum Bungalow nicht. Vielleicht hatte sie Angst vor Jule. Als Papa die Tür aufschloss, blieb Mama wie angewurzelt stehen. Richard, sagte sie erschrocken, es riecht nach Gas. Was? Fragte Papa verblüfft. Es riecht nach Gas, sagte Mama entschieden. Sie packte Ritschi am Ärmel und zerrte ihn nach draußen auf die Terrasse. Aber ganz deutlich tut es das. Papa schnupperte in den Raum hinein. Ich rieche nichts, sagte er. Zu Hause haben wir ein Elektroherd und das heiße Wasser kommt aus dem Hahn. Aber hier stand im Schrank unter der Spüle eine riesengroße Gasflasche. Und Mama hatte schon bei der Ankunft gesagt, das wäre ihr aber gar nicht zurecht. Keiner geht da rein, sagte Mama böse und zerrte jetzt auch mich zurück. Euch ist doch wohl gar nicht klar, wie gefährlich das ist. Ein Funk genügt und das Haus fliegt in die Luft. Papa zuckte die Achseln. Ich rieche immer noch nichts, sagte er. Aber wenn du willst, kann ich ja mal gucken. Um Himmels wählen, schrie mir immer hysterisch. Damit du uns in die Luft fliegst, du gehst jetzt am besten leicht zur Rezeption und sagst Bescheid, dass unsere Gasflasche leck ist. Meinst du? mummelte Papa. Inzwischen lag so etwas wie eine Dschungelnacht über der Bungalow-Anlage. Die Laternen verbreiteten nur sehr spärliches Licht und ab und zu kreischte ein Vogel. Ich kann aber doch kein Tunesisch oder dieses Französisch auch nicht. Wenn die hier deutsche Gäste haben, sollen sie gefälligst auch Deutsch reden, sagte Mama böse. Und außerdem kann Jule ja Französisch. Jule guckte böse. Kein Wort, sagte sie. Außerdem rieche ich auch nichts. Aber Papa hatte sich schon auf den Weg gemacht und da ging sie maulig hinterher. Und Mama, Ritchie und ich standen auf der Terrasse vor der offenen Haustür. Ab und zu steckte Mama ihren Kopf nach drinnen und schnupperte. Dann zuckte sie immer blitzschnell zurück. Plötzlich kamen Schritte aus der Dunkelheit direkt auf uns zu. Vor unserer Haustür hielten sie an. Guten Abend, sagte unser neuer Nachbar. Er sah uns drei ein bisschen verwirrt an. Pepper, wir sind sozusagen Next Door Neighbors. Und er hielt Mama die Hand entgegen. Jäger, sagte Mama und schüttelte auch gleich nach Frau Peppers Hand. Hannah stand hinter den beiden und grinste zu mir hoch. Wir warten darauf, dass mein Mann Herr Pepper sah in unserer erleuchteten Wohnzimmer. Meinen Sie nicht, dass es geradezu eine Einladung an alle Insekten ist, die Nacht bei Ihnen im Haus zu verbringen? Ich will mich nicht einmischen. Mit einem spitzen Schrei sprang Mama auf die Tür los und zog sie zu. Vielen Dank, sagte sie erschrocken. Und dabei soll es hier so viele Mücken geben. Drei habe ich schon, schrie Ritschi irgendwo in der Dunkelheit. Mückensteche. Und ich kratze die auch immer, du, ich kratze die. Wir wollten uns eigentlich vor dem Schlafen gehen wenigstens noch mal das Meer angucken, sagte Frau Pepper. Viel konnte man in der Dunkelheit nicht erkennen. Aber der Oberal, den sie anhatte, sah aus wie von einer Fernsehansagerin. Im wirklichen Leben habe ich sowas noch nie gesehen. Mein Mann ist noch unterwegs, um einen Hausarbeiter zu holen, sagte Mama. Bei uns riecht es nämlich nach Gas. Nach Gas? fragte Frau Pepper und sah richtig erschrocken aus. Du meine Güte, das könnt ihr ja wirklich. Aber ihr Mann hatte schon die Tür aufgerissen. Ich rieche nichts, sagte er und zuckte die Achsel wie Papa vorhin. Nach billigen Putzmitteln riecht es, könnte das sein? Mama drängte sich neben ihn. Gas, sagte sie aufgeregt, aber ganz eindeutig, ich bitte Sie. Jetzt hatte sich auch Frau Pepper dazu gestellt. Schließlich gefährdet uns das mit, sagte sie entschuldigend und schnupperte. Aber wirklich, ich rieche auch nichts. Ich bin mit einem Gasherd aufgewachsen, rief Mama empört. Bei uns zu Hause? In diesem Augenblick kam Papa und Jule mit einem Mann, der einen Handwerkskoffer trug. Hier ist es, rief Mama und riss die Tür noch weiter auf. Gas, Gas riecht, riechen Sie, Monsieur? Du Gas, sagte der Mann freundlich. Wie, wie, du Gas und eröffnete die Klappe unter der Spüle. In der Tür drängten sich Hannas und meine Familie und sahen ihm zu. Der Mann nahm einen Schraubenschüssel und lockerte eine Mutter. Er zog die Gasflasche heraus und klopfte dagegen. Dann stellte er sie zurück und schraubte sie wieder fest. Se va bien, sagte er freundlich. Dabei sah er von einem zum anderen. Dann steuerte er zielbewusst auf Papa zu und hielt ihm die Hand entgegen. Voilà. Was soll das heißen? fragte Mama hysterisch. Er hat ja alles einfach so gelassen. Es ist alles in Ordnung, gnädige Frau, sagte Herr Pepper beruhigend. Und nun will er ein Backschicht für seine Dienste. Ich hab doch gleich gesagt, sagte Papa böse. Dann legte er dem Mann irgendeine tunesische Münze auf die Hand, die ich noch nicht kannte. Aber wenigstens ist er gekommen. Der Mann lächelte freundlich und verschwand durch den Garten. Aber man riecht es doch ganz deutlich, rief Mama aufgebracht. Das ist ein wirklich starker Gasgeruch. Wenn nur das Haus übernachten die Luft. Ich geh jetzt ins Bett, sagte Jule gelangweilt. Sie zog die Terrassen und tönnte sich zu. Ja, wir wollen dann auch, sagte Frau Pepper freundlich. Nun machen Sie sich doch nicht gleich solche Sorgen. Der kann das beurteilen, da bin ich ganz sicher. Und Peppers verschwanden um die Ecke in Richtung Meer. Mama seufzte. Ich habe euch alle gewarnt, sagte sie resigniert. Ich bin mit Gas im Haus groß geworden, ich weiß, wovon ich rede. Papa tätschelt ihr den Po. Wir gehen jetzt auch mal schlafen, Schatzi, sagte er. Das war heute ein anstrengender Tag. Die Wände zwischen den Räumen waren dünn. Richie im Bett neben mir war sofort eingeschlafen. Aber ich hörte noch, was Mama und Papa redeten, bevor sie das Licht ausschalteten. Sag doch mal selber, Richard, sagte Mama und ihre Stimme klang, als ob sie sich dabei etwas über den Kopf zog. Das war doch ein schöner Tag heute, oder? Hm, ja, Schatzi, sagte Papa. Dann knarrte ein Bett. Doch wirklich, ein wirklich schöner Tag, sagte Mama und das nächste Bett knarrte. Und den wollen wir auch nicht vergessen. Jeden Tag wollen wir uns merken, ganz fest. Weil sowas schön ist, sobald ihr am Licht wiederkommt. Richard, ich hörte dich ja gar nicht mehr, Richard. Bist du schon eingeschlafen? Aber Papa sagte nicht mal mehr hm, hm. Und da machte ich auch die Augen zu. Kapitel 10 Ich wachte früh auf am nächsten Morgen, aber ich wusste, ohne auf die Uhr zu gucken, dass es noch zu früh zum Aufstehen war. Irgendwo in großer Entfernung hörte man eine Männerstimme singen, laut und sehr arabisch. Dann krähte ein Hahn und schließlich schrie ein Esel gar nicht weit entfernt. Der Gesang und der Hahn hatten Richie nicht gestört, aber Esel fand er vielleicht selbst im Schlaf noch spannend genug, um aufzuwachen. Jedenfalls fing er an sich zu wälzen. Ich lag mucksbeißen still. Wenn Richie erst mal wach ist, hat keiner im Haus mehr eine ruhige Minute. Und ich wollte gern noch ein bisschen im Bett liegen und die ungewohnten Geräusche hören und mir dazu etwas vorstellen. Mpf! Murmelte Richie und riss die Augen weit auf. Dann steckte er den Kopf unter die Bettdecke und grunzte. Am anderen Ende kamen die Füße heraus. Ich flehte in Gedanken den Esel an, ruhig zu bleiben. Zwei Minuten später kam aus Richies Bett das Geräusch tiefer, gleichmäßiger Atemzüge. Ich seufzte und schloss die Augen wieder. Singende Männer und Hähne und Esel. Dies war ein anderes Land und aus mir würde es hoffentlich einen anderen Menschen machen. Jochen, den Eroberer. Etwas klopfte leise gegen das Fenster. Ich war fast schon wieder eingeschlafen, deshalb dauerte es einen Augenblick, bis ich begriff, dass das Geräusch Wirklichkeit war. Durch die winzige Fensterscheibe, die ich gestern Nacht eigentlich noch mit einem Fensterladen hätte verschließen sollen, grinste Hanna mich an. Sie machte bedeutungsvolle Mundbewegungen und ich begriff, dass sie mich aufforderte, zu ihr nach draußen zu kommen. Ich fand ihr Tempo verblüffend. Gestern Abend waren wir erst angekommen und heute Morgen klopfte sie schon an mein Fenster. Mit einem Satz sprang ich aus dem Bett, damit Hanna nicht auf den Gedanken kam, nur weil ich einen Bauchansatz hatte, wäre ich auch träger. Aber dann blieb ich stehen. Auf dem Nachttisch lagen meine Sachen. Nun bin ich bestimmt nicht Brüder oder irgendwas. Ich finde, dass die Bravo ganz recht hat, wenn sie schreibt, der weibliche Körper ist so etwas ganz Normales und der männliche auch. Aber plötzlich fand ich es doch nicht mehr ganz so normal, wenn der weibliche Körper draußen vor dem Fenster meinem männlichen beim Anziehen zusah. Natürlich hätte ich Hanna ein Zeichen geben können, dass sie verschwinden sollte, aber dann hätte sie bestimmt gedacht, dass ich irgendwie verklemmt bin und dass mir alles peinlich ist. Und das stimmt ja nun wirklich nicht. Darum nahm ich einfach meine Klamotten und verzog mich ins Badezimmer. Als ich leise zur Haustür nach draußen schlich, sah ich, dass das Wohnzimmer so verleer war. Also war Jule auch schon unterwegs. Du brauchst aber ganz schön lange, flüsterte Hanna vor der Tür. Ich liebe morgenspaziergänge. Du auch? So mit den Zähnen im Tau. Gibt's hier denn Tau? fragte ich verblüfft. Hanna zuckte die Achseln. Symbolisch, sagte sie. Wenn alles noch unberührt ist. Kein Mensch draußen, das meine ich. Meine Schwester ist draußen, sagte ich. Hanna nickte. Frauen sind Unternehmungslustiger, sagte sie. Moppel, siehst du, nun ist das Haus doch nicht in die Luft geflogen. Jochen, sagte ich böse. Ich heiße Jochen. Jetzt ließ ich mich schon zur Nacht schlafender Zeit von hier aus dem Bett scheuchen und dann sagte sie Moppel zu mir. Finde ich aber gut, dass du mitgekommen bist, sagte Hanna unbeirrt. An Palmen und Mimosensträuchern vorbei waren wir inzwischen zu einem schmiedeeisenden Tor gekommen. Ein Mann in Uniform lehnte am Türpfosten und lächelte uns an. Bonjour, Monsieur, sagte Hanna. Wir möchten gerne ans Wasser. Geht das mal? Der Mann lächelte und öffnete mit einer einladenden Bewegung das Tor. Hanna lächelte ihm hultvoll zu und als wir schon ein Stück am Strand entlang gegangen waren, winkte sie noch einmal kurz zu ihm zurück. Ich sah sie bewundernd an. Ich weiß nicht genau, was ich getan hätte, wenn ich allein an das verschlossene Tor gekommen wäre. Wahrscheinlich wäre ich umgekehrt. Kein Mensch hat mir beigebracht, wie man mit Torhütern umgeht, noch dazu mit solchen Uniformen und wenn sie Französisch reden. Aber Hanna hatte getan, als mache sie das jeden Tag. Wenigstens schöner Strand hier, sagte sie jetzt und ließ ihre Zehen bei jedem Schritt tief im Sand versinken. Ich war überhaupt nicht so begeistert davon, dass wir hergefahren sind. Meistens ist es nur öde. Und du? Ach, geht so, naja, sagte ich. Ich wusste nicht richtig, was sie meinte und ich hütete mich, die falsche Antwort zu geben. Jedenfalls bin ich froh, dass sie auch hier wohnt, sagte Hanna. Meistens ist kein Mensch da, mit dem man was machen kann. Ich habe es inzwischen ziemlich über. Was? fragte ich verblüfft. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wovon die Rede war. Reisen, sagte Hanna. Und jetzt schleuderte sie mit den Zehen kleine Sandfontänen in die Luft. Was denn sonst? Das musste ich erst mal verdauen. Immerhin bin ich bestimmt nicht so oft gereist, dass ich behaupten könnte, ich hätte es über. Im Gegenteil. Im Sommer in der Ostsee wünschte ich mir eigentlich immer, dass wir noch länger bleiben könnten. Außer natürlich im letzten Sommer, aber das lag am Regen. In Norwegen diesen Sommer hatte ich keinen Menschen, sagte Hanna wieder. Immer nur angeln gegangen sind sie, mein Vater und mein Opa. Und dann ist mein Vater zurückgefahren, weil er die Praxis nicht zu lange allein lassen kann. Und da hat nur noch mein Opa geangelt. Und meine Mutter und meine Oma haben die Natur bewundert und gelesen. Und ich sollte auch die Natur bewundern und lesen. Aber ich hatte nur so blöde Bücher mit. Und auf Natur stehe ich sowieso nicht so. Mhm, murmelte ich. Und in der Ostsee ist dieses Frühjahr, sagte Hanna. Da war es auch ganz schrecklich. Immer nur Ruinen angucken und Jahreszahlen hören, da sollte ich auch dauernd bewundern. Aber ich finde das ehrlich gesagt alles ziemlich kaputt. Und das darf man natürlich nicht sagen. Nee, auf keinen Fall, murmelte ich. Hanna ließ sich in den Sand plumpsen und legte den Kopf auf die Arme. Aber hier, sagte sie zufrieden und ließ ihren Blick durch die Gegend schweifen. Finde ich es gar nicht so schlecht. Schöner Strand, schönes Meer und endlich mal einer in meinem Alter. Und sie grinste mich an, dass ich richtig verlegen wurde. Ehrlich war, sagte Hanna anschluss einfach die Augen. Ich glaube, das wird noch gut. Ich räusperte mich. Es tat mir so leid, sie enttäuschen zu müssen, aber schließlich hatte ich wirklich nicht vor, diesen Urlaub hauptsächlich mit ihr zu verbringen. Nur ist es natürlich schwierig, das einem Mädchen zu sagen, ohne es zu beleidigen. Ich merkte wieder einmal, wie viel Übung mir noch fehlte. In diesem Augenblick tauchte ein Schatten neben uns auf. Na ihr beiden, sagte Jule. Sie hatte verstruppelte Haare und zum ersten Mal seit Langem wieder ein richtig fröhliches Gesicht. Genießt ihr die Illusion? Illusion? fragte ich verwirrt. Jule ließ sich neben uns plumpsen und Hanna setzte sich auf. Hallo, sagte sie freundlich. Jule nickte ihr zu. Dann machte sie eine weitausholende Armbewegung, wie in der Schule beim Vorsprechen Henrike als Julia. Das blaue Meer, sagte sie, der weiße, saubere Strand, die laue Luft und Palmwipfel im Wind. Genau, sagte Hanna zufrieden, genießen wir. Geh mal zwei Kilometer weiter, sagte Jule unbarmherzig. Da fließt ein Rinser ins Meer, mit Plastiktüten drin und Dosen und Trinktüten und allen üblichen Arten von Hausmüll Richtung Süden. Willst du uns das vermiesen? fragte ich böse. Woher weißt du überhaupt, dass der Müll wirklich existiert und nicht nur in deiner Vorstellung? Ha 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 ha, sagte Jule. Aber richtig böse wirkte sie nicht. Ich bin längst weg vom subjektiven Idealismusherzchen. Und vermiesen will ich keinem was, weil ich das nämlich selber ganz toll fände. Das blaue Meer, die laue Luft, den weißen Strand und die Palmenwipfel im Wind. Der reinste Prospekt. Genau, sagte ich vorsichtig. Irgendetwas in ihrem Ton ließ mich auf der Hut bleiben. Nur dass es überall sein könnte, mein Herzchen, sagte Jule. Mallorca, Sri Lanka, Karibik, überall. Oder woran merkst du, dass du in Tunesien bist? Da sind so Bögen an den Hotelfenstern, sagte ich. Obwohl ich gar nicht wusste, warum ich hier irgendetwas verteidigen sollte. Immerhin konnte man das Ganze auch hervorragend genießen, wenn man nicht merkte, dass man in Tunesien war. Mich hat heute Morgen der Muezzin geweckt, sagte Hannah stolz. Daran merkt man es. Da war mir plötzlich auch klar, wer der Mann gewesen war, der so früh gesungen hatte. Der Rufer auf dem Turm der Moschee, der die Gläubigen zum Gebet rief, obwohl der inzwischen bestimmt auch nicht mehr selber sang. Bestimmt war das längst ein Kassettenrekorder mit Lautsprechern. Ja gut, der Muezzin, sagte Jule und pultete den Sand zwischen ihren Zähnen raus. Meinetwegen. Und beim Essen bedienen uns Kellner mit hübschbraunen Gesichtern. Einverstanden. Aber sonst? Hier hocken wir hinter einer Mauer und am Tor stehen bewaffneter Wächter. Wie kommt man sich denn da vor? Und sie schmiss wütend eine ganze Handvoll Sand in Richtung Wasser. Hannah guckte sie an. Hm. Sagte sie nachdenklich. So schnell ließ ich mich nicht einschüchtern. Aber wir können doch jederzeit raus, sagte ich empört. Das ist doch hier kein Gefängnis. Interessant ist nur, wer hier rein darf, sagte Jule. Das darf nämlich kein Nixwegs jeder. Die Bevölkerung bleibt bitte schön draußen, damit sie uns nicht belästigen in unserem Bilderbuch-Traum vom blauen Meer und weißen Strand und wiegen denn. Ehrlich? sagte Hannah verblüfft. Meinst du, die machen das deswegen? Weswegen denn sonst? fragte Jule zurück, damit bloß keine Armut zu sehen ist, nichts Schmuddeliges, kein Gebettel und damit uns nachts keiner überfällt. Höhöh, sagte Hannah. Jule grinste sie an. Ja, ja, sagte sie freundlich. Aber schön ist es trotzdem. Verzichten möchte man nicht. Und sie stand auf und ging langsam zum Tod zurück. Schlau, deine Schwester, sagte Hannah. Aber die gute Stimmung war irgendwie weg und auf dem Weg zurück zum Bungalow redeten wir nicht mehr viel. Im Wohnzimmer stand Ritchie in Shorts und kämpfte mit seinem Polohemd und aus dem Badezimmer hörte mein Papa unter der Dusche singen. Wir haben Tiere, Moppy, weißt du das? fragte Ritchie. Sein Kopf guckte oben schon durch die Halsöffnung, aber der Rest war noch reichlich vermuselt. So schwarze Tiere im Bad. Fang nicht schon wieder davon an. rief Mama aus dem Schlafzimmer. Ich ekle mich zu Tode. Wie Käfer sind die Moppy, ganz große, sagte Ritchie begeistert, ganz schwarz. Und er versuchte mit dem rechten Arm das Armloch zu treffen. Kakerlaken, sagte ich gelangweilt. Moppy, rief Mama. Inzwischen war sie auch ins Wohnzimmer gekommen. Aus dem Abfluss kommen die. Da kann man sich doch vorstellen, wo die hausen. In der Kloake. Und dann kommen sie in unser Badezimmer. Papa steckte den nassen Kopf durch die Badezimmertür. Alle weggeduscht, sagte er zufrieden. Alle ersoffen, da taucht zu schnell keine mehr auf. Und nach Gas, sagte Mama und schnüffelte wie gestern Abend, riecht es auch immer noch. Das will ich euch aber mal sagen. Ich bin schließlich mit Gasherd aufgewachsen. Gehen wir zum Frühstück, sagte Papa. Neben dem Eingang zum Speisesaal saß der Mann mit den Messingtellern und flottete mit einem jungen Mädchen. Ich ließ meine Familie vorgehen und lungerte am Eingang, um seine Technik zu studieren. Denn dass er erfolgreich flirrtete, war ganz offensichtlich. Das Mädchen rollte eine Haarsträhne zwischen den Fingern und kicherte so albern. Außerdem trat sie laufen von einem Fuß auf den anderen. Wie man erfolgreich flirrtet, ist Bischen immer ein Rätsel gewesen. Ich meine, das Schwierige dabei ist ja, dass es nicht allzu offensichtlich sein darf. Wenn das Mädchen nicht darauf angesprungen ist, muss man schließlich hinterher immer noch die Möglichkeit haben, so zu tun, als wäre nichts gewesen. Für den Messingschmied wäre das allerdings unmöglich gewesen. Er kniff ein Auge zu, schnalzte mit der Zunge und spitzte die Lippen. Ich dachte, dass es ihm bestimmt schwer fallen würde, sich hinterher rauszureden, falls er das wollte. Aber vielleicht flirrtet man ja in Tunesien anders. Viel lernen konnte ich von ihm jedenfalls nicht. Ich ging zum Frühstücksbuffet und suchte meine Familie. Die saß an einem anderen Tisch als gestern Abend und direkt neben der Familie Pepper. Deshalb nehme ich immer Pulverkaffee mit, sagte Frau Pepper gerade. Oder haben sie die Erfahrung noch nicht gemacht? Der Hotelkaffee ist in den Mittelmeerländern doch meistens mehr als mittelmäßig. Und sie lachte ein bisschen über ihr Wortspiel. Mama guckte verlegen. Wahrscheinlich wollte sie nicht gerne sagen, dass ich noch nicht so viel Gelegenheit gehabt hatte, Hotelkaffee zu probieren. Schon gar nicht in Mittelmeerländern. Und selbst in der Ostsee schlafen wir immer im Zelt. Aber das Haus ist nun doch nicht in die Luft geflogen, wie ich heute Morgen mit Freude festgestellt habe, gnädige Frau, sagte Herr Pepper belustigt. Wir sollen also doch noch eine Weile Nachbarn bleiben. Das Schicksal will es so. Kismet, sagte Jule, ohne ihn anzusehen. Hier hieße das Kismet, wobei man darüber streiten könnte, ob Schicksal überhaupt ein zulässiger Begriff ist, philosophisch gesprochen. Ein winzigen Moment lang sah Mama sie böse an. Sie liebt es nicht, wenn Jule andere Leute korrigiert. Aber dann hält es sich ihr Gesicht auf. Meine Tochter interessiert sich in dieser Hinsicht sehr für Philosophie, sagte sie. Sie besucht die Oberstufe des Gymnasiums. Tatsächlich, sagte Herr Pepper und nickte Jule zu. Und wofür da ganz speziell? Einfach so quer durch den Garten? Verstehen Sie was davon? Fragte Jule. Das fand ich nun doch schon recht dreist. Aber Hannes Vater lachte nur. Nicht mehr viel, sagte er. Und ich dachte, wie schlau manche Leute reden können. Nur mit dem kleinen Wörtchen mehr hatte er klar gemacht, dass er auch mal was davon verstanden hatte. Und das hatte er ganz ohne Angabe geschafft. Mama und Papa können sowas nicht. Und ich beschloss, dass ich als nächstes einige Zeit auf das richtige Reden verwenden würde, wenn ich mit der Übung und Liebesfragen fertig war. Aber zwei Dinge gleichzeitig kann man nicht üben. Wir sehen uns ja sicher noch, sagte Herr Pepper und stand auf. Bis nachher, Moppel, rief Hannah und lief hinterher. Habt ihr schon angefreundet? Fragte Papa und grinste ein bisschen. Ich wüsste gerne, was der Mann ist, flüsterte Mama über den Tisch. Du, Richard, also das sind wirklich mal vornehme Leute. Und du hast die Marmelade vom Messer geleckt. Ja, deine Praxis, sagte ich. Was für eine Praxis? Fragte Mama schnell. Ich zuckte die Achseln. Vielleicht ist der Mann sogar Arzt, sagte Mama. Leck bloß nicht wieder das Messer ab, Richard. Papa lachte. Hm, ja, sagte er und klopfte Mama leicht auf den Unterarm. Alles klar, Schatzi. Jule stand auf. Oh Gott, sagte sie, wie ich es mir vorgestellt habe. Und sie verschwand durch die Tür, wo der Messingschmied hinter ihr herpfiff. Kapitel 11 Als wir nach dem Frühstück zum Strand gingen, bepackt mit Sandspielzeug, Badelaken und Bastmatten, war dort schon reger Betrieb. Die Plätze unter den Sonnenschirmen waren belegt. Und von den rotbezogenen Strandliegen, die man für den Tag mieten konnte, waren auch nicht mehr allzu viele da. Schön, seufzte Mama und ließ sich auf eine Matte sinken. Und das am 29. Oktober. Das wollen wir nicht vergessen. Papa schlug die Zeitung auf, die er sich an der Rezeption gekauft hatte. Hm, ja, Schatzi, murmelte er. Jule wüllte sich mit ganz langsamen Bewegungen ein. Immer die Arme rauf und runter und dann die Beine. Vielleicht merkte sie gar nicht, dass von den Liegen um uns herum die Männer zu uns her sahen. Ihr habt mir keine neuen Schwimmflügel gekauft, maulte Ritchie. Aber keiner hörte zu. Richard, sagte Mama, hast du auch wirklich abgeschlossen und den Herd ausgedreht. Nach dem Frühstück hatte Mama sich im Hotelladen noch schnell ein Glas Pulverkaffee gekauft und am Bungalow hatte sie beim Badesachenpacken gleich davon getrunken. Hm, murmelte Papa. Was ist, Schatzi? Der Herd, rief Mama. Habt ihr ihn ausgemacht? In diesem Moment stand Herr Pepper in seiner Badehose vor uns. Ich sehe, Sie haben noch eine Zeitung gekriegt, Herr Nachbar, sagte er fröhlich. Wenn Sie mit dem Sportteil fertig sind, ob ich dann vielleicht... Papa blätterte geräuschvoll weiter. Diesmal schafft Herr Bäcker es nicht, sagte er, ohne hochzuschauen. Sollte mich freuen. Herr Pepper stand noch immer übelingebeugt. Tatsächlich? sagte er. Arrogantes Bürschchen, sagte Papa. Ja, das können Sie haben. In der Halle läuft übrigens den ganzen Tag Sat. Eins. Wussten Sie das? Wenigstens die Finals könnte man da gucken. Tatsächlich? sagte Herr Pepper wieder. Er faltete die Zeitung zusammen. Ja, das könnte man natürlich. Und vielen Dank noch. Und er stapfte durch den Sand zu seiner Liege hundert Meter weiter. Wirklich, Richard? sagte Mama und zog an Papas Zeitung. Da hast du uns wieder blamiert. Du kannst doch mit so einem Mann nicht über Tennis reden. Womöglich noch über Fußball. Da hast du doch beim Frühstück gehört, er interessiert sich für Philosophie. Wollte er von mir den Sportteil ausleihen oder von Juli ihr Philosophiebuch? sagte Papa ungeduldig. Guten Morgen, Herr Waldmann. Neben uns, so dass ihre Schatten über Mamas Beine fielen, standen Herr Waldmann und Herr Nelkenwinkel und lächelten freundlich. Wunderbares Wetter, sagte Herr Nelkenwinkel. Da kann man den Alltagsärger so richtig abschütteln, was? Mama stand auf und lächelte gequält. Ich gehe jetzt aber nachgucken, Richard, sagte sie. Gib mir mal den Schlüssel. Nachher steht die Tür offen und das Gas ist an. Ihr habt mir gar keine neuen Schwimmflügel gekauft, maulte Ritchie. Verdammt nochmal, brüllte Papa. Sei aber schuld, wenn ich ertränke, schrie Ritchie und rannte zum Wasser. Geh hinterher, Moppel, sagte Papa, ohne von der Zeitung aufzusehen. Los, los, dir tut ein bisschen Bewegung auch mal ganz gut. Ich wollte immer ich sagen, aber dann fiel er mal ein, dass ich auf diese Weise vielleicht ganz unauffällig meine Suchaktion nach der Sonnenbrille einleiten könnte und darum stöhnte ich nur und stand auf. Ritchie stand vorne am Wasser und tunkte die Zähne ein. So würde er bestimmt nicht ertrinken. Außerdem gab es keine Wellen. Ritchie, sagte ich, geh nicht tiefer rein, hörst du? Ich geh mal kurz noch ein bisschen rum. Wohin gehst du denn, Moppi? fragte Ritchie aufgeregt. Kann ich mitkommen, Moppi? Nee, kannst du nicht, sagte ich drohend. Ich stellte mir vor, wie ich bei der Sonnenbrille anfing zu üben und alles mit Ritchie im Schlepptau. Da würden mir wahrscheinlich nicht mal mehr meine neuen Schwimmshorts etwas nützen. Und jetzt kam auch noch Hanna. Hallo, ihr beiden, sagte sie und sah in ihrem gestreiften Badeanzug noch flacher und magerer aus als je zuvor. Kann ich mitmachen? Sie haben mir keine Schwimmflüge gekauft, sagte Ritchie anklagend. Du Ärmster, sagte Hanna und fuhl ihm durch die Haare. Ich pass auf dich auf. Dann drehte sie sich wieder zu mir hin. Wo hast du die denn her? fragte sie und zeigte erbarmungslos auf meine neuen Schwimmshorts. Sommerschlussverkauf? So hatte ich mir die Reaktion auf meine neue Anschaffung nicht vorgestellt. Aber natürlich war Hanna auch noch sehr jung. Ich zog den Bauch ein und guckte hochnäsig. Keineswegs, sagte ich so von oben herab wie möglich. Ich fand nicht, dass die Schwimmshorts nach Schlussverkauf aussahen. Grüne Palmen und braun gebrannte Surfer tummelten sich auf leuchtend rotem Untergrund. Dazu gab es blaue Wellen und in weißen Blockbuchstaben den Schriftzug Surf, Surf. Zu Hause hatte das irgendwie kühn gewirkt. Du kannst mal kurz auf Ritchie aufpassen, sagte ich ungnädig. Ich hab was zu erledigen. Was denn? fragte Hanna und spritzte Ritchie nass. Musst du mal? Ich schüttelte den Kopf. Keineswegs, sagte ich wieder. Dann komm ich mit, sagte Hanna und patschte noch mal ordentlich ins Wasser. Und den kleinen nehmen wir auch mit. Alles mal angucken, ja? Ich stöhnte. Natürlich war nicht viel gegen diese Hanna einzuwenden, wenn man sich nicht daran stieß, wie mager sie war. Aber wenn sie etwa vorhatte, sich in diesem Urlaub ständig an mich zu kletten, war mein ganzes Projekt in Gefahr. Mir reichte das schon Ritchie. Ich geh lieber alleine, sagte ich. Hanna sah mich neugierig an. Du musst doch mal, sagte sie entschieden. Nein, verdammt, brüllte ich. In diesem Moment flog mir ein Wasserball genau gegen den Kopf. Ritchie kicherte begeistert. Das ist die Strafe vom lieben Gott, rief er zufrieden. Weil du verdammt gesagt hast, das darf man nämlich nicht. Er geht jetzt immer zum Kindergottesdienst, sagte ich und wischte mir das Wasser von der Stirn. Bin ich früher auch, sagte Hanna zu Ritchie. Kriegt ihr da auch immer Kakao und Kekse? Ritchie nickte. Apfelsaft, sagte er. Und wir singen so Lieder und der Mann redet immer von Jesus, aber der höre ich nicht zu. Ich interessiere mich für Batman. Hanna kicherte. Und warum bitte schön darf ich also nicht mit, sagte sie zu mir. Da war mir klar, dass hier nur ungewöhnliche Maßnahmen halfen. Wenn ich jemals eine Chance haben sollte, mich in die Sonnenbrille heranzumachen, blieb mir nichts anderes übrig, als Hanna einzuweihen. Sie würde hoffentlich nicht eingeschnappt sein. Setz dich hin, sagte ich und hör mir zu. Und dann erzählte ich von Romeo und Julia und davon, was Henrike gesagt hatte. Und ganz zum Schluss erklärte ich ihr, dass ich mir die Sonnenbrille für meine Übungen ausgesucht hatte. Die ganze Zeit hörte Hanna gespannt zu und dabei buddelte sie Ritchie vom Hals bis zu den Füßen im Sand ein. Als ich die Geschichte von Romeo erzählte, kicherte sie ein bisschen. Aber als ich böse guckte, hörte sie schnell wieder auf. Fertig? fragte Hanna, als ich ihr die Sonnenbrille beschrieben hatte. Nee, noch die Zehen, die Zehen noch, du! brüllte Ritchie. Ja, ja, schon gut, sagte Hanna ungeduldig und ließ ihm auch noch auf die Zehen in den Sand drinnen. Also, das ist mal ehrlich ein komischer Plan. Wenn du willst, kann ich dir auch helfen. Du? fragte ich verblüfft. Hanna nickte. Ich bin so gerissen, das glaubt man gar nicht, sagte sie selbstzufrieden, behauptet meine Mutter. Ich kann mich doch zum Beispiel an diese Sonnenbrille ranmachen, oder? So von Mädchen zu Mädchen. Und dann stelle ich euch vor und schon hast du sie kennengelernt, sagte Hanna. Na, ist das nichts? Ich nickte nachdenklich. Vielleicht war es ganz gut gewesen, dass ich Hanna eingeweiht hatte. In diesem Moment hörte ich Mama rufen. Sie brüllte quer über den Strand, sodass alle Gäste sie hören konnten, während sie auf Papa zurannte. Richard! rief Mama. Die sind alle noch da, mindestens zwölf. Und du hattest doch gesagt, du hast sie ersäuft. Da war ja klar, wen sie meinte. Hab ich auch, murmelte Papa. Inzwischen hat er die Zeitung ausgelesen, und sich im Liegestuhl zurückgelehnt. Sein Gesicht hatte schon eine ganz ungesund rote Farbe. Dann sind sie wohl wieder zurückgekommen. Ich seufzte und Hanna boxte mich in die Seite. Ich gehe mal los, die Sonnenbrille aufspüren, sagte sie. Ganz unauffällig. Ich winkte ihr nach. Dann machte ich mich daran, Richie wieder auszubuddeln. Zum Abendessen gingen wir so gegen sieben. Papa hatte die Tiere in der Dusche noch mindestens drei Mal den Abfluss geduscht. Und Jule sagte, langsam wüsste sie gerne, ob die vielleicht noch zusätzlich Kiemenatmung hätten. Sonst wäre ihr hartnäckiges Überleben nicht zu erklären. Papa sagte, wir sollten nicht zu kleinlich sein. Andere Länder hätten eben andere Tiere. Aber Mama erklärte, sie jedenfalls würde sich während unseres Aufenthaltes nur am Waschbecken waschen. Auf dem Weg zum Hauptgebäude begegneten wir einem Eselskarren, neben dem ein Mann ging, der eine Glocke schwenkte und laut Bier, Wein, Bier rief. In Papas Augen kam mein Verdächtiges leuchten und er warf Mama einen schnellen Blick zu. Ich glaube, ein, zwei Flaschen hole ich mir mal, sagte er entschuldigend. Als wir heute Morgen in dem Laden waren, hatte ich schon gedacht, hier gibt's gar keine. Richard, sagte Mama, denkt daran, was wir über unsere Urlaubskasse gesagt haben. Und die Kinder hatten heute am Strand auch schon jeder zwei Cola und jeder ein Eis. Und wenn sich das weiter so läppert, hm, ja Schatzi, sagte Papa. Aber dann sprintete er hinter dem Eselskarren her, der gerade in einem der Seitenwege verschwand, während sein Fahrer mit einfach unglaublich lauter Stimme immer zu Bier, Wein, Bier brüllte. Mama guckte unzufrieden. Ich muss das heute Abend mal zusammenrechnen, murmelte sie. Und mit acht multiplizieren, ob wir überhaupt auskommen mit dem Geld. Und vielleicht will man sich ja auch was Schönes zum Mitnehmen kaufen. Einen Kamelhocker vielleicht oder eine von diesen wunderbaren Wasserpfeifen. Äh, sagte Jule und rollte mit den Augen. Wurde sie dann immer so hübsch Gruß aus Tunesien eingravieren, gell? Ja, sagte Mama. Wird doch gut ins Wohnzimmer passen. Oder findest du das aufdringlich? Dann lieber Bier, sagte Jule. Da ist das Geld vernünftiger angelegt. Mama guckte böse, aber inzwischen waren wir am Hotel angekommen und da lächelte sie lieber wieder fröhlich den Leuten zu, die wir heute am Strand auch schon gesehen hatten. Allmählich fühle ich mich zu Hause, sagte Mama. Guck mal, Jule, da ist wieder der Dicke mit der Mundharmonika. Jule nickte und stemmte sich gegen die Speisesaaltür. Selbst durch das Glas hörte man das Summen der Stimmen und das Geräusch von Hunderten von Bestecken, die auf Tellern kratzten. Geht nicht auf, sagte Jule resigniert. Das kann doch aber gar nicht sein, sagte Mama verwirrt. Komm, lass mich mal. Und jetzt stemmte sie sich gegen die Tür, dass ich für die Scheibe fürchtete. Mit Anlauf, schrie Ritschi begeistert und trat ein paar Schritte zurück. Ich mach das mit. Hinter der Scheibe erschien mit abweißendem Gesicht ein Kellner. Er trug eine schwarze Hose und ein weißes Hemd, wie alle anderen Kellner auch. Aber sein schwarzes Jackett, das bei diesen Temperaturen nur ein Mensch mit viel Selbstdisziplin tragen konnte, machte ihn noch um einiges eindrucksvoller. Der Mann wedelte mit den Händen, etwa so wie jemand, der eine Wespe verscheuchen will. Mama guckte verwirrt. Aber was soll denn das bedeuten? sagte sie. Wir haben schließlich bezahlt und nun kriegen wir nichts zu essen? Keine Sorge, gnädige Frau, sagte eine Stimme hinter uns, die ich jetzt schon kannte. Hier wird in zwei Schichten gegessen. Um Punkt sieben schließen sie den Saal. Und Herr Pepper lächelte uns freundlich an. Ach, na sowas, davon hatte ich ja keine Ahnung, sagte Mama. Sie hatte an diesem ersten Tag schon ordentlich Farbe gekriegt, sonst wäre sie womöglich noch rot geworden. Vielleicht setzen wir uns einfach noch so lange, bis wir an der Reihe sind? Schlug Frau Pepper vor und deutete auf die Terrasse am Swimmingpool. Neben mir stand Papa. Die meisten der kleinen weißen Tische waren besetzt von Gästen, die in der warmen Dunkelheit vor dem Essen noch ein Aperitif schlürften. Und über allem wedelten die Palmen als schwarze Schatten gegen den stahlgrauen Himmel. Es sah aus wie in diesen Fernsehfilmen, die Mama so gerne sieht. Ja, das ist eine gute Idee, sagte Mama mit einer Stimme, die sie zu Hause nie benutzt. Nicht, Richard? Ein kleines Gläschen vor dem Essen. Ich will Cola, schrie Ritchi, der wirklich keine Gelegenheit auslässt. Ich will aber Cola. Wir können ja auch einfach noch ein bisschen spazieren gehen, schlug Papa vor und drängte sich ganz dicht an Mama. Die Anlage haben wir uns eigentlich noch gar nicht richtig angeguckt, Urlaubskasse, murmelte er dann fast unhörbar gegen ihren Hinterkopf. Urlaubskasse. Ach nein, sagte Mama und lächelte er an Pepper verschwörig zu. Mir steht der Sinn jetzt insofern wirklich mehr nach einem Gläschen. Papa zuckte die Achseln. So kamen wir an diesem Tag zu unserer dritten Cola und Hannah flüsterte mir zu, dass die Sonnenbrillenfamilie offenbar im Bungalow 74 wohnte. Mehr weiß ich auch noch nicht, flüsterte sie. Aber das war ja immerhin schon ein Anfang. Kapitel 12 Am nächsten Morgen nahm Papa den Reiseführer mit zum Frühstück. Mit dem Buch in der Hand sah er gar nicht so anders aus als Jule in ihrer philosophischen Phase. Ich bin ja so froh, dass ich mir den Pulverkaffee gekauft habe, sagte Mama und winkte fröhlich zum Fenster hin, wo Peppers in ihrem Tisch saßen und zurückwinkten. Das war wirklich mal ein guter Tipp. Glaubst du, wir können Peppers das Du anbieten? Was? fragte Papa und blätterte ein bisschen chaotisch in seinem Buch herum. Ah, da ist es ja großer Kamelmarkt. Das habe ich doch gesucht. Für den Fotofreund bieten sich viele attraktive Motive. Heimische Keramik und Flechtwerk. Ja, da gehen wir hin. Lass mal sehen, sagte Mama und nahm mir den Reiseführer aus der Hand. Oh ja, lass uns das machen. Da lernt man so richtig das einheimische Leben kennen. Jule stand auf. Also ich gehe zum Strand, sagte sie unfreundlich. So was ertrage ich nicht so gut. Tschüss dann. Und sie zwängte sich zwischen den Tischen durch zum Ausgang. Dabei siehst doch, die die ganze Zeit nörgelt, dass man hier so abgeschottet lebt, sagte Mama empört. Als Jule die Speisesaaltür passierte, hörte man den Messingschmied pfeifen. Bevor wir gingen, duschte Papa noch einmal die Kakerlaken in den Abfluss. Und Mama sagte, sie hätte das Gefühl, dass der Gasgeruch allmählich etwas schwächer würde. Richie wollte unbedingt seinen aufblasbaren Gummidelfin mit zum Markt nehmen. Während Papa die Kamera fertig machte, wanderte ich ein bisschen zwischen den Bungalows herum in Richtung Nummer 74. Natürlich wollte ich auch gerne den Kamelmarkt kennenlernen. Aber das bedeutete, dass mir schon wieder ein Urlaubstag für die Annäherung an die Sonnenbrille verloren ging. Ich tröstete mich damit, dass sie wahrscheinlich auch auf dem Kamelmarkt war. Immerhin fand er nur einmal in der Woche statt. Papa war großzügig und wir durften mit dem Pferdewagen zum Markt fahren. Schon wegen der Fotos, sagte Papa und knipste, wie der Kutscher Mama in den Wagen half und wie Richie einstieg und dann noch, wie wir alle drei hinter dem unfreundlichen Fahrer auf der Rückbank saßen. Das gibt doch schöne Erinnerungen. Früher hat Papa immer gerne richtig fotografieren wollen. Bei uns zu Hause liegen sogar noch Bücher darüber. Aber irgendwie hat er die Zeit dazu nie gehabt. Und das Geld haben wir auch immer für neue Sessel und Lampen und für Tapeten gebraucht. Darum hat Papa immer noch diese kleine Automatikkamera und in unseren Fotoalben kleben die Fotos, auf denen Richie Weihnachten seinen Hubschrauber auspackt oder an der Ostsee im Rollkragenpullover spielt. Aber für diesen Urlaub hatte Papa der Ehrgeiz gepackt und hatte gleich vier Filme gekauft. Wenn das bedeutete, dass wir jetzt öfter mit dem Pferdewagen fahren durften, sollte es mir nur recht sein. Auf der Fahrt hielt Papa die Kamera ein paar Mal nach rechts und links, aber dann schüttelte er doch immer den Kopf. Nicht dem Fahnen, sagte er erklärend zu Mama. Mama nickte. Sie hatte wenig Platz auf der schmalen Bank und hielt sich krampfhaft an Papa fest. Aber schön, Richard, oder? sagte sie und zeigte blitzschnell mit einer Hand auf die staubigen Feigenkakteen, die zwischen einer Unzahl von Baustellen den Rest einer Erinnerung an Wüstenfilme wach riefen. Dann hielt sie Papa schnell wieder fest. Aus einem Kindergarten purzelten Kinder, die etwa so alt wie Ritchie waren. Sie trugen rosa und dunkelblaue Kittel und tobten in alle Richtungen. Mama lächelte wieder. Schön, sagte sie. In einer Seitenstraße hielt der Wagen mit einem Ruck. Der Fahrer drehte sich zu uns um und wartete, dass wir ausstiegen. Schon? sagte Papa verblüfft. Und für dieses kurze Stück habe ich umgerechnet zwölf Mark bezahlt? Da hätten wir genauso gut laufen können. Denk an die Fotos, sagte Mama. Sie hatte inzwischen Ritchies Delfin auf dem Arm, weil Ritchie gerade von zwei freundlichen Männern aus dem Wagen gehoben wurde. Kaum war auf dem Boden angekommen, drückten sie ihm in die eine Hand eine Pfeife, in die andere ein kleines Plastikkamel und streichelten ihm herzlich über den Kopf. So, liebe Männer, guck mal, Moppy, rief Ritchie aufgeregt, als ich neben ihm aus dem Wagen sprang. Mir half keiner und geschenkt kriegte ich auch nichts. Als letzter stieg Papa aus und sofort streckten die Männer ihm ihre Hände entgegen. Fünf Mark, sagte der eine lächelnd und der andere zupfte Papa am Ärmel. Gib das Zeug sofort zurück, Ritchie, sagte Papa aufgebracht. Das sind ja Methoden. Fünf Mark, sagte der Mann. Das haben die lieben Männer mir geschenkt, heulte Ritchie und hielt die Gaben mit beiden Händen fest. Das darfst du mir nicht wegnehmen. Fünf Mark, sagte der Mann wieder geduldig und der andere zupfte Papa freundlich am Ärmel. Einen Dinar und kein Pfennig mehr, schrie Papa wütend. Dabei wühlte er zwischen den ungewohnten Geldstücken in seiner Börse herum. Und das ist auch schon zu viel. Das ist der reinste Nepp hier. Aber die Männer waren schon in der nächsten Kutsche. Vielleicht hatte Papa aus Versehen doch eine größere Münze herausgesucht. Mama sah ein bisschen ängstlich aus. Um uns drängten sich die Touristen und schoben uns auf einen großen Platz, auf dem hunderte von Händlern schon auf uns warteten. Ritchie, schrie Mama, halte ich bei mir fest. Und sie klemmte sich den Gummidelfin in den linken Arm, um Ritchie mit rechts hinter sich herziehen zu können. Aber ganz einfach war das auch nicht. Ein lieber Mann hat mir Cola geschenkt, rief Ritchie und hielt Mama strahlend die Flasche entgegen. Dann nahm er einen großen Schluck. Gib die zurück, schrie Mama verzweifelt. Gib die zurück, Ritchie, die ist nicht geschenkt. Fünf Mark, sagte ein junger Mann neben uns und streichelte Ritchie über den Kopf. Der hatte die Flasche inzwischen schon halb leer getrunken. Deutschgeld auch gut. Ich habe kein Geld, schrie Mama verzweifelt. Richard, wo bist du denn? Richard, hier hat schon wieder einer. Zwei Dinar auch gut, sagte der Mann ein wenig eingeschüchtert, als Papa auf ihn zugestürzt kam, wie ein Tyrannosaurus Rex. Ein Dinar auch gut. Ein Dinar und kein Pfennig mehr, brüllte Papa, nachdem er einen Blick auf die Flasche gezeigt hatte, dass nichts mehr zu retten war. Das sind ja Räubermethoden hier! Und er packte Ritchie wild am Arm und schob ihn wütend vor sich her. Und Mama, gibst du dir andere Hand, damit du keine mehr frei hast, in die dir einer was drücken könnte. Und mit wütendem Gesicht stapfte Papa über den Markt. Es gab Kakteen und Töpfe und Schmuck und Vasen und kleine Kerzenhalter und Schildkröten und große Kerzenhalter und dazwischen schoben sich hunderte von Touristen und blieben ab und zu stehen. Schön, murmelte Mama und nahm einen Messingteller in die Hand. Oder, Richard? So orientalisch alles. Der Händler lächelte sie an und zeigte ihr einen zweiten Teller. Lucky, lucky, rief er begeistert. Ganz billig, pascher, very cheap, lucky, lucky, gut kaufen. Aber Papa hatte Mama schon weitergezerrt. Das ist doch alles nepp hier, schimpfte er. Die ziehen dich doch über den Tisch, wo sie noch können. Bleib um Himmels Willen nirgendwo stehen und geh nicht langsamer. Aber willst du nicht fotografieren? fragte Mama und trippelte auf ihren Stöckelschuhen hinter Papa her. Hattest du nicht gesagt, du wolltest? Bist du verrückt? schnautzte Papa sie an. Kaum bist du stehen geblieben, hatte doch gleich einer. Ritchie, schrie Mama. Ich sehe Ritchie nicht mehr. Und tatsächlich, Ritchie war weg. Allerdings verstand ich Mamas Panik nicht so recht. Die Wahrscheinlichkeit, dass gleich irgendwer auftauchen und Ritchie gegen Höchstgebot an uns zurückgeben würde, erschien mir recht groß. Ritchie, schrie Mama wieder. Sie drehte sich um und versuchte gegen den Strom zurückzugehen. Ein dicker Mann in Schurz und mit einer eingewickelten Wasserpfeife unter dem Arm versuchte ärgerlich hier auszuweichen. Dabei stieß er mit seiner Zigarette gegen den Delfin und mit einem leisen Zwischen entwich die Luft. Mist, Kram, sagte Mama. Ihre Stimme klang, als ob sie gleich weinen wollte. Richard, nun tu doch was. In diesem Augenblick sah ich die Sonnenbrille. Sie stand leicht gebeugt in einem Stand mit Schmuck und streifte sich einen Armreifen über ihr linkes Handgelenk. Und dabei ragte ihr Po ein winziges bisschen das Menschengewimmel hinein. Moppel, schrie Papa und wedelte mit den Armen. Ich hatte gerade überlegt, ob dies der Augenblick war, um einfach mal Hallo zu sagen. Dann hat man sich wenigstens schon gegrüßt. Aber jetzt sah die Sonnenbrille auch so zu mir hin. Moppel, schrieb Papa noch einmal und die Sonnenbrille grinste und beugte sich wieder über den Schmuck. Und ich spürte eine Wut in mir aufsteigen, wie ich sie seit meinem Hass auf Knöfele nicht mehr gehabt hatte. Der Nächste, der mich in der Öffentlichkeit Moppel nannte, würde einiges zu hören kriegen oder zu fühlen. Auf jeden Fall Moppi, schrie Ritschi und packte mich begeistert in der Hose. Bleib stehen, Moppi, guck mal, was der Mann mir geschenkt hat. Und er griff sich mit der freien Hand in den Kopf, den ein weißes, herabhängendes Tuch zierte, wie es die Wüstensöhne in Karl-Mai-Filmen tragen. Befestigt war es mit einer perlenbestickten Kordel. Fünf Mark, sagte ein großer Junge, der jetzt hinter Ritschi aus dem Gedränge auftauchte. Billig, billig, fünf Mark. Und er hielt mir die Hand entgegen. Aber da war Papa schon bei uns angekommen. Fünf Mark, schrie er und riss Ritschi das Tuch sammen Kordel vom Kopf. Von mir nicht, ja, junger Mann, nicht von mir. Und er drückte dem gleichmütig guckenden Jungen alles wieder in die Hand. Ritschi, schrie Mama und gab ihm einen Kuss. Inzwischen hing der Delfin schlaff über ihrem Unterarm. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er noch zu retten war. Und wo sind die Kamele? sagte Papa ärgerlich, während er uns weiterzog. Deswegen sind wir doch hergekommen, oder? Kamele, und zog seine Geldbörse und zog seine Geldbörse heraus. Mir sollte es auch anders sein, sagte er und suchte die winzigste Münze von allen heraus. Hier darf man sich nicht mal verlaufen. Der Mann satte erst die Münze und dann Papa an. Dann zog er geräuschvoll durch die Nase auf. Und wie viel kostet das hier? fragte Papa, als der Mann am Tor ihm abgezählt vier Eintrittskarten entgegenhielt. Doch sicher fünf Mark, oder? Fiert den Namen, sagte der Eintrittskartenmann. Schön, die Kamele. Ja, ja, sagte Papa, ich will sie ja nicht kaufen. So besonders schön fand ich die Kamele wirklich nicht. Und ich sah auch keinen einzigen Käufer. Dafür drängten sich die Touristen, um sie zu streicheln und auf ihn zu reiten. Und alle ließen sich fotografieren. Jetzt geh doch mal dahin, Ritchie, sagte Papa und zeigte auf ein Dromedar, das friedlich neben seinem Herrn am Boden kauerte. Ja, so, am besten du legst ihm die Hand auf den Hals. Na, prächtig. Jetzt hätten wir ihm das Tuch aber doch kaufen sollen, sagte Mama. Hätte doch süß ausgesehen, oder? Aber so wird es auch ein niedliches Foto. Aber Papa schnaufte nur. Niedliches Foto von wegen, sagte er. Nichts mehr, die Kamera sagt keinen Mucks. Wahrscheinlich sind die Batterien leer. Nein, sagte Mama. Verdammter Mist, brüllte Papa. Und fast hätte er die Kamera verwut auf den Boden getonnert. Wozu sind wir denn hier überhaupt hergekommen, wenn jetzt die Fotos noch nichts werden? Verdammter Mist. Man darf nicht verdammt sagen, schimpfte Ritchie, der immer noch neben dem Tromedar stand und darauf wartete, erlöst zu werden. Sonst kommt der liebe Gott. Aber stattdessen kam der Besitzer des Tromedars. Ganz langsam stand er auf und ging auf Papa zu. Ein Dinar, sagte er. Fotografier. Aber ich habe ja gar nicht fotografiert, sagte Papa verzweifelt. Die Kamera ist kaputt. Ein Dinar, sagte der Mann freundlich und lächelte. Fotografier. Nichts fotografier, brüllte Papa. Kamera kaputt, 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 kaputt. Kapito? Ein Dinar, sagte der Tunesier ungerührt. Fotografier. Das müsste doch vorgeschrieben sein, knirschte Papa zwischen zusammengebissenen Zähnen. Wenn man hier mit den Touristen handeln will, dass die wenigstens deutsch können müssen. Ein Dinar, sagte der Tunesier. Da gab ihm Papa das Geld. Kapitel 13 Als wir zurückkamen, saß Jule auf der Terrasse, ihr Buch in der Hand. Na, schön, die Eingeborene studiert, fragte sie. Jule, sagte Mama und ließ sich erschöpft auf den zweiten Liegestuhl plumpsen. Du glaubst es nicht. Die Dreistigkeit, mit der die einen hinten und vorne zu schröpfen versuchen, du glaubst es nicht. Nein, sagte Jule. Sollte es tatsächlich möglich sein, dass die arme, einheimische Bevölkerung die Dreistigkeit besetzt, den reichen Touristen ein winziges bisschen von ihrem Reichtum abknöpfen zu wollen? Mama guckte verwirrt. Wir sind nicht reich, sagte sie. Jule lachte. Geh mal in der anderen Richtung in den Ort, sagte sie, wo die Hühner auf der Straße picken. Ich werde da stehen, nicht in jeder Hütte Farbfernseher und Waschmaschinen. Trotzdem ist es ungehörig, sagte Mama bestimmt. Wenn man sich schon Touristen ins Land holt, soll man wenigstens nicht auch noch versuchen, daran zu verdienen, gell, sagte Jule. Bravo. Da sollen die sich hier doch freuen, dass sie endlich mal so sauber gewaschene, weiße Gesichter auf ihrem Markt sehen, oder? Dass sie an unserem Besuch auch noch verdienen wollen, ist wirklich dreist. Du bist wirklich dreist, sagte Mama und stand auf. Sie steckte den Kopf durch die Tür ins Haus. Richard, es riecht schon viel weniger nach Gas, oder? Kommst du mit zum Strand? Aus dem Haus kam ein undeutliches Gemurmel. Dann erschien Papa an der Tür. Geh doch mal allein, sagte er mit klagender Stimme. Ich glaube, ich habe mir gestern einen ganz schönen Sonnenbrand geholt. Ich lege mich ein bisschen aufs Bett. Mama zuckte die Achseln. Ich habe euch gewarnt, sagte sie. Wie sind wir hier in Afrika? Schutzfaktor 12, das ist das Mindeste. Und du hast dich wieder überhaupt nicht eingecremt. Ja, geh du schon, Schatzi, sagte Papa und drehte sich um. Ich fand den Gedanken, womöglich mit Mama und Ritchie alleine am Strand zu sein, auch nicht sehr verlockend. Ich gucke mir mal die Anlage an, sagte ich. Mama sah mir böse nach. Und wo ist Ritchie schon wieder? rief sie. Aber da konnte ich ihr jetzt nicht helfen. Ich hatte anderes vor. Bungalow 74 lag ganz nahe beim großen schmiedeeisernen Tor. Der Uniformierte von vorgestern erkannte mich wieder und tippte sich an die Mütze. Aber vielleicht tat er das ja auch bei jedem. Die Sonnenbrille lag auf ihrer Terrasse auf einem riesengroßen Badelaken und sonnte sich. Ihre Haut glänzte am ganzen Körper und davon war reichlich zu sehen. Wahrscheinlich hielt sie sich an den Ratschlag mit Schutzfaktor 12. Hey, sagte ich und tat, als wäre ich ganz zufällig vorbeigekommen. Na? Die Sonnenbrille rollte sich im Zeitlupentempo vom Bauch auf den Rücken. Dann nahm sie ihre Brille ab. Ja? Sagte sie und starrte mich an. Dabei zog sie die Brauen nach oben. Ich merkte, wie alles in mir zusammen sagte. Wenn einer Na sagte, dann sagt man auch Na und dann kann sich was entwickeln. Aber nicht, wenn man dann Ja fragt und die Brauen hochzieht. Wenn man dann Ja fragt und die Brauen hochzieht, dann heißt das Bitte, was willst du? Du hast noch sicher einen Grund für die Störung. Ich gebe dir 30 Sekunden, dann rolle ich mich zurück. Ich merkte, wie Panik in mir aufstieg. Dass gleich die erste Übungssituation unter so schwierigen Bedingungen stattfinden musste, hatte ich nicht erwartet. Aber wenn ich jetzt aufgab, brauchte ich es in den nächsten Tagen gar nicht mehr über ihr zu versuchen. Wir kennen uns, oder? fragte ich. Das war doch jetzt gut gesagt. Es hätte vielleicht ein bisschen souveräner klingen können, so wie bei den Typen im Fernsehen vielleicht. Hey Baby, haben wir uns schon mal gesehen? Und sie müsste dann antworten, nicht, dass ich wüsste, sagte die Sonnenbrille und rollte es schon wieder langsam auf den Bauch. Auf dem Markt heute Morgen, sagte ich schnell, und wir sind auch, wir sind mit demselben Flugzeug gekommen. Ja? sagte die Sonnenbrille und zog wieder die Brauen hoch. Aber immerhin blieb sie halbgerollt liegen, zwischen Bauch und Rücken, und das ist ja eine anstrengende Lage. Ich hab dich doch schon gesehen, sagte ich. Das klang schön neutral, damit vergab ich mir nichts. Du bist mir jedenfalls nicht aufgefallen, sagte die Sonnenbrille und jetzt rollte sie sich endgültig zurück auf den Bauch. Dann setzte sie die Brille wieder auf und tat, als wäre ich gar nicht mehr da. Wahrscheinlich hatte sie sogar die Augen geschlossen. Ja, also dann, sagte ich, aber auf den Badelagen regte sich überhaupt nichts. Also dann, tschüss. Die Sonnenbrille lag weiter da wie tot. Vielleicht war sie längst eingeschlafen. Auf dem Weg zum Strand überlegte ich, ob ich deprimiert sein sollte, weil ich nicht weitergekommen war, oder ob es nicht doch vielleicht Grund zur Zufriedenheit gab. Immerhin hatte ich jetzt schon mit ihr gesprochen. Wenn ich es das nächste Mal versuchte, konnte sie unsere Bekanntschaft wenigstens nicht mehr leugnen. Und ich konnte gleich mit einem viel kühneren Ton anfangen, wie man es bei alten Bekannten tut. Ich beschloss, die Situation hätte sich durch das Gespräch verbessert. Unter einem Sonnenschirm saß Mama mit geschlossenen Augen und döste. Neben ihr buddelte Ritchie. Wir haben eine Katze, rief er aufgeregt. Du Moppy, in unserem Garten wohnt eine Katze. Echt? Sagte ich und ließ die Jeans in den Sand rutschen. Die Badehose trug ich gleich darunter. Sie heißt Minka, rief Ritchie und hörte auf zu buddeln. Aber Mama lässt sie nicht ins Haus. Kakerlaken in der Dusche sind genug, sagte Mama ohne die Augen zu öffnen. Ich brauche nicht auch noch Katzen im Wohnzimmer. Im Schlafzimmer doch, rief Ritchie aufgeregt. Gar nicht im Wohnzimmer, im Schlafzimmer doch, Mami, sie soll auf meinem Bett. Na, wieder da? fragte Hanna. Sie sah ein bisschen maulig aus und schob mit ihrem rechten Fuß Sand über Ritchies Zehen. Ritchie kicherte. Wir waren auf dem Kamelmarkt, sagte ich, war gut da. Hanna bemerkte, sagte sie, kommst du mit Cola trinken? Ich wühlte in meiner Tasche nach Geld und ging hinter Hanna her in Richtung Strandbar. Wo eigentlich ihr Po im Badeanzug hätte sein sollen, war überhaupt nichts zu sehen. Ich überlegte, ob das so ein winziger Bikini wie die Sonnenbrille in Trug geholfen hätte, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Die Frau, unter der du her bist, liegt von Nummer 74 und sonstig, sagte Hanna und lächelte dem Kellner zu. Eine Cola bitte, nein zwei. Schon seit heute Morgen würde mich freuen, wenn sie einen Sonnenbrand kriegt. Ich setzte mich Hanna gegenüber auf einem kippeligen Stuhl. Die Strandbar war eine Art Kiosk am Strand, vor dem ein Dutzend Sonnenschirme in den Sand gerammt waren. Unter jedem Schirm stand ein kippeliges Tischchen mit ein paar kippeligen Stühlen und wenn man darauf saß, musste man aufpassen, dass die Stuhlbeine nicht im Sand versanken. Prost, sagte ich, als die Cola kam. Ich bin schon da gewesen, erste Kontakte geknüpft und so. Ehrlich? Sagte Hanna und sah fast ein bisschen beeindruckt aus. Hast du dich getraut? Logisch, sagte ich. Hanna nuckelte an ihrem Strohhalm. Ich hab mir überlegt, sagte sie dann, dass ich als Frau, also, du darfst das nicht missverstehen, ja, dass ich dir nicht weiter dabei helfen kann, weil das, ich als Frau kann sowas nicht unterstützen. Bist du eifersüchtig? fragte ich verblüfft. Auch obenrum hätte ihr ein Bikini kein bisschen genutzt. Wo nichts ist, kann man noch nichts betonen. Hanna schüttelte den Kopf. Hör mal zu, sagte sie und schob ihre leere Flasche zur Tischmitte. Ich hab den ganzen Tag drüber nachgedacht. Das ist einfach gemein, was du da vorhast. Weiber aufreißen und auch noch zur Probe und so und im Urlaub, damit hinterher kein Ärger mehr kommt. Das ist typisch männlich und schäbig und macho. Finde ich also mal so als Frau. Und jetzt machte sie ein Gesicht, wie die Frauen im Fernsehen bei Debatten über Frauen fragen. Mama hält gar nichts von ihr Manzen und bei Jule bin ich mir nicht sicher. Macho, du tickst ja nicht mehr richtig, sagte ich wütend. Hast du dir diese Sonnenbrille mal angeguckt? Das ist doch ein ein männermordender Vamp ist das doch. Und jetzt schob ich mir eine Flasche auch zur Tischmitte, bis sie mit ihrer Flasche zusammenkrachte. Hannah sah mich kühl an. Das sagen die Männer immer, sagte sie und zog ihre Flasche wieder zu sich zurück. Ich atmete einmal tief ein. Jetzt hör du mir mal zu, sagte ich. Und dann erzählte ich ihr, wie ich das sah. Und danach war Hannah eine ganze Weile still. Ich kann nämlich dieses ganze Geräte von der Benachteiligung der Frau überhaupt nicht ausstehen. Benachteiligung des Mannes, darüber können wir reden. Wenn man zum Beispiel nur mal mich nimmt, immer hat der Junge die Last, wenn es darum geht, in Liebessachen voranzukommen. Mädchen, die können sich schüchtern zurückhalten und warten, dass einer sie anmacht. Aber Jungs, da fragt keiner, wie schüchtern die sind. Die müssen ran, da hilft alles nichts. Das ist doch total veraltet, sagte Hannah. Mädchen können genauso gut einen Jungen anmachen, oder nicht? Ja, ja, logisch, sagte ich. Der Kellner baute sich vor unserem Tisch auf und klemmte die leeren Flaschen zwischen drei Fingern. Noch Cola? fragte er. Hannah nickte. Und wenn mich eine nun nicht anspricht, sagte ich, woher weiß ich dann, ob sie nur schüchtern ist oder ob sie mich blöd findet? Ich muss das erstmal riskieren und sie anquatschen und nachher lacht sie mich dann vielleicht aus. Das geht uns bei den Typen doch ganz genauso, rief Hannah. Wo ist denn da der Unterschied, wenn ich fragen darf? Du bist doch nur zur Feige, so ein Blödsinn, sagte ich wütend und sprang auf. Du verstehst davon natürlich die Welt, wie du schon aussiehst. Jetzt sprang Hannah auch auf. Ihr Gesicht war ganz weiß geworden. Alter Schowi, sagte sie und es klang fast als ob sie heulen müsste. Hab ich doch gewusst. Als sie sich umdrehte und zum Strand rannte, kippte ihr Stuhl um. Cola? Sagte der Kellner und stellte zwei Flaschen vor mich hin. Gleich zahlen? Ich zog mein Geld aus der Tasche und zählte es ab. Gerade eben hatte ich mich noch geschämt. Es gibt einfach Sachen, die darf man zu Mädchen nicht sagen. Zu Jungs vielleicht auch nicht. Aber jetzt schämte ich mich nicht mehr. Schließlich darf man auch niemanden mit einer unbezahlten Cola-Flasche sitzen lassen. Vor allem, wenn seine Urlaubskasse sowieso nur klein ist. Ich fand, dass Hannah und ich jetzt quitt waren. Vor dem Abendessen mussten wir alle noch mal unter die Dusche und in saubere Sachen anziehen. Darauf bestand Mama einfach. Es ist doch noch viel zu früh fürs Abendbrot, sagte Papa aus dem Schlafzimmer. Er hatte den ganzen Nachmittag auf dem Bett gelegen und seinen Sonnenbrand auskuriert. Trotzdem, sagte Mama, vielleicht können wir mit Peppers wieder ein Gläschen. Rechne mal nach, sagte Papa. Er war ins Badezimmer gekommen und duschte die Käfer in den Abfluss. Sonst bist du immer diejenige, die sparen will. Ach, einmal im Leben, sagte Mama und zupfte sich vor dem Spiegel die Augenbrauen. Und wenn wir mit so vornehmen Leuten einen Umgang haben kann, hat Hannah dir schon erzählt, was ihr Vater eigentlich ist, Jochen? Wir sind verkracht, murmelte ich. Ich versuchte gerade, meine weiße Sommerjeans zuzuknöpfen. Im August hatte ich es noch geschafft. Verkracht? rief Mama und schoss wieder Blitz aus dem Badezimmer. Du und Hannah? Ich begriff nicht, warum sie sich so dafür interessierte. Wenn ich ihr erklärt hätte, dass ich Hannah zwei Eckzähne ausgeschlagen hatte oder meinetwegen Hannah mir, wäre ihre Reaktion vielleicht angemessen gewesen. Kannst du den Knopf mal zumachen? Auf dem Sofa hockte Jule und lachte. Oh, Möppeljäger, jetzt hast du ihre Hoffnungen zerstört, sagte sie. Sie hätte schon zusammen in weiß gesehen oder meinetwegen dich in schwarz. Lass doch den Blödsinn, sagte Mama böse. Das sind wirklich vornehme Leute, für sie sitzt man doch gerne mal. Da riss mein Knopf ab. Es ist mir doch ganz egal, brüllte ich und ich zog das Polohemd über die Hose und machte mich allein für den Weg zum Speisesaal. Kapitel 14 Der nächste Tag wurde trostlos. Vielleicht hatte ich mich einfach schon so an die nordafrikanischen Morgengeräusche gewöhnt. Jedenfalls wachte ich nicht mehr davon auf. Und Hannah erschien in diesem Morgen natürlich auch nicht, um mich zum Morgenspaziergang abzuholen. So kam es, dass ich von Ritchies schrillem Geschrei geweckt wurde. Es regnet. Oh, guck mal, Moppy, es regnet, schrie Ritchie und ich brauchte nicht einmal die Augen zu öffnen, um zu wissen, dass er die Wahrheit sagte. Die Trommelwirbel oben auf unserem Flachdach genügten. Ihr habt gesagt, in Afrika scheint immer die Sonne, brüllte Ritchie. Ihr habt ganz doll gelogen. Vom Lügen kriegt man lange Nasen. Halt den Mund, fauchte ich. Auf das Dach trommelte der Regen, als fiel er kübelweise aus den Wolken. Ich versuchte mir vorzustellen, was man bei einem solchen Wetter hier anfangen konnte. Der liebe Gott mag auch keine Lügen hören, brüllte Ritchie wieder. Ihr habt gesagt, hier regnet es nie. Jetzt habe ich meine Gummistiefel nicht mit. Gummistiefel in Tunesien? Du tickst ja nicht richtig, sagte ich. Aber im Laufe des Tages änderte ich meine Meinung. Wir waren noch nie irgendwo gewesen, wo wir Gummistiefel und einen Schirm so dringend gebraucht hätten wie in Tunesien. Überhaupt hatte ich bis dahin nicht gewusst, dass, außer vielleicht dem tropischen Regenwald so viel Regen möglich war. Und wie kommen wir jetzt zum Frühstück? fragte Mama, als wir alle angezogen im Wohnzimmer standen und Pulverkaffee tranken. Sie musste ein bisschen lauter reden, um gegen den Regen anzukommen. Rennen? sagte Papa. Es waren heute viel mehr Käfer in der Dusche. Das Wasser drückt sie wohl hoch. Richard! sagte Mama und schüttelte sich. Wir haben keinen einzigen Schirm. Auf dem Sofa saß Jule und kicherte. Frag doch mal Peppers, sagte sie. Ich krempel mir die Hosen hoch, sagte Papa und renne barfuß. Kommst du mit, Ritchie? Und obenrum? jammerte Mama. Papa zuckte die Achseln. Plastiktüten? fragte er. Da räumte Mama die drei Plastiktüten leer, die sie für die schmutzige Wäsche mitgenommen hatte. Eine stülpte sie Ritchie über die Haare und eine sich selber. Und die dritte blieb schließlich liegen, weil Papa, Jule und ich uns weigerten, sie zu nehmen. Was ich als kluge Entscheidung erwies, denn als wir nach fünf Minuten im Speisesaal ankamen, hätte sowieso niemand entscheiden können, wer von uns sich eine Plastiktüte über den Kopf gehalten hatte und wer nicht. Pitschnass waren wir alle. Die Stimmung im Speisesaal war zum ersten Mal gedrückt. Das Brot schmeckt auch wie Pappe, murmelte Mama. Und der Kaffee ist ja sowieso. Da kamen Peppers mit ihrem Frühstückstablett an uns vorbei. Einen wunderschönen guten Morgen, sagte Herr Pepper. Hannah sagte gar nichts. Warum setzen die sich nicht zu uns? flüsterte Mama, als Pepper sich in einen Tisch nahe beim Fenster niedergelassen hatten. Das siehst du, mein Moppel, weil du dich verkracht hast. Jule zwinkerte erst zu mir, dann zum Messingschmied hin, der in der Eingangstür gerade mit verbissenem Gesicht etwas in ein Armband hämmerte. Jule kicherte. Da lassen die sich jetzt alle ihren Namen auf Arabisch irgendwo draufschreiben, sagte sie vergnügt. Und keiner kann es lesen. Woher wissen all diese Birgits und Karens und Claudias eigentlich, dass er wirklich Birgit und Karen und Claudia draufschreibt und nicht vielleicht Arschloch? Und sie kicherte so, dass man glauben konnte, sie hätte noch gar nicht gemerkt, dass heute ein Tag für schlechte Laune war. Jule, sagte Mama gereizt, denk an Ritchie. Arschloch auf Arabisch, sagte Jule wieder und prustete los. Und das hängte sich dann in den Arm und sind auch noch stolz drauf. Da musste ich auch lachen. Der Messingschmied hämmerte noch immer mit zusammengekniffenen Lippen. Die Birgit oder Karin oder Claudia, die vor ihm stand und darauf wartete, das Armband mit ihrem Namen in Empfang zu nehmen, konnte wahrscheinlich froh sein, dass sie kein Arabisch lesen konnte. Den Vormittag brachten wir damit herum, dass wir mit Ritchie Memory spielten, was fürchterlich anstrengend war. Weil Ritchie immerzu behauptete, er hätte eigentlich eine ganz andere Karte umdrehen wollen, was er dann auch tat. Nach einer Weile legte Jule sich aufs Sofa und las in ihrem Buch. Und Papa verzog sich mit der Zeitung ins Schlafzimmer. Wenn dieser Pepper wiederkommt, in den Sportteil zu schnorren, sag ihm, man muss sich noch eine Weile gedulden, sagte Papa und zog die Schlafzimmertür hinter sich zu. Richard, rief Mama ihm nach. Dann blätterte sie in ihren Illustrierten, um zu sehen, ob sie irgendetwas noch nicht gelesen hatte. Ritchie zog seine Badehose an. Darf ich im Regen spielen? fragte er. Noch vor drei Stunden hätte Mama bestimmt Nein gesagt und mir etwas über Erkältungen erzählt. Aber jetzt hatte der Gedanke, dass Ritchie sich nach draußen in den Regen verziehen könnte, geradezu etwas Befreiendes. Aber wenn du frierst, komm rein, sagte Mama Matt, als Ritchie die Eingangstüren, dass ich es zudonner ließ. Ob ich mal Frau Pepper zu einem Kaffee einlade? Kekse haben wir auch noch. Und mit einem Elan, wie sie in den ganzen Tag nicht gezeigt hatte, sprang sie vom Sofa und fing an, Ritchies im Zimmer verstreute Spielsachen aufzuräumen. Die langweilt sich doch bestimmt genauso wie wir. Du kannst gleich mal fragen gehen, Moppel. Ich schüttelte den Kopf. Ich hatte wirklich keine Lust, jetzt auf Hannah zu stoßen. Natürlich waren wir quitt, aber vermutlich hätte sie trotzdem noch eine Entschuldigung erwartet. Also dann gehe ich selber, sagte Mama. Inzwischen hatte sie alle Krümel vom Tischtuch gefegt und den Kessel aufgesetzt. Will einer von euch mittrinken? Juli nahm ihr Buch und ging ins Schlafzimmer. Wahrscheinlich studiere ich das mal, sagte sie, als sie an Mama vorbeikam. Philosophie, da kriegt man einen ganz anderen Blick aufs Leben. Da kann einem so ein bisschen Regen pft und sie schnipste mit den Fingern. Und du, Moppel? fragte Mama. Aber das kann sie sich gleich abschminken. Philosophie, damit sie arbeitslos wird wie Onkel Werner. Aber der hat wenigstens noch was Vernünftiges gelernt und kann mit Schwarzarbeit dazu verdienen. Sie stellte die Tassen auf den Tisch und einen kleinen Teller mit Keksen. Dann will ich mal, sagte Mama. Als sie mit Frau Pepper zurückkam, hatte der Kessel gerade angefangen zu pfeifen. Trostlos, oder? sagte Frau Pepper freundlich zu mir. Dabei warf sie einen schnellen Blick im Zimmer herum. Aber für die Möblierung waren wir nicht verantwortlich. Und wahrscheinlich war Mama auch nur darum, so mutig gewesen, sie überhaupt einzuladen. Hatten Sie heute Morgen auch so viele Tiere in der Dusche? Mama nickte heftig. Setzen Sie sich doch, Frau Pepper, sagte sie. Ich hatte leider nur noch diese Kekse. Ach ja, ist doch egal, sagte Frau Pepper und langte gleich zu. Nett, dass Sie mich rübergebeten haben. Ich sterbe langsam vor Langeweile. Mein Mann hat ja seinen Sportteil. Und sie schüttelte sich ordentlich Milch in ihren Kaffee. Ja, ja, ihr Mann, sagte Mama und lächelte. Der hatte die Entspannung sicher besonders nötig, bei dem anstrengenden Beruf. Jochen sagte etwas von einer Praxis. Ich nahm mir den letzten Schokoladenkeks und probierte, ob der Kaffee trinkbar war. Röntgendiagnostik, sagte Frau Pepper und nickte. Ja, der hat ja schon einiges zu tun. Mein Schwiegervater hat sich vor zwei Jahren zur Ruhe gesetzt und jetzt? Ach, sagte Mama. Ich konnte mir denken, wie es in ihrem Kopf arbeitete. Von allen Ärzten verdienen ja angeblich die Röntgenärzte gleich nach den Zahnärzten am meisten. Unsere Juliane will später auch studieren. Ja, sagte Frau Pepper. Sie sah ein bisschen verblüfft aus. Philosophie, sagte Mama und betonte das Wort richtig liebevoll. Aber wir raten ihr ab. Bei ihren guten Noten könnte sie sich dementsprechend alles studieren. Schön, sagte Frau Pepper. Allerdings, sagte Mama, tendiert mein Mann ja insofern mehr zu etwas Praktischem. Das ist sicherer. Frau Pepper nickte. Vielleicht wunderte sie sich jetzt schon nicht mehr so sehr über das Gespräch. Sie machen etwas Praktisches? fragte sie. Mama zuckte ein winziges bisschen zusammen. Ich bin im Einzelhandel tätig, sagte sie. Das ist sicher auch anstrengend, sagte Frau Pepper verständnisvoll, dass viele stehen. In diesem Augenblick wurde die Tür aufgerissen und Ritchie stürmte herein oder versuchte zu stürmen. Die Katze auf seinem Arm hinderte ihn daran. Ritchie, schrie Mama. Ritchie war so nass, wie es nach einem Aufenthalt im afrikanischen Regenguss zu erwarten war. Aber die Katze auf seinem Arm noch um einiges nasser. Sie hatte einfach mehr Fell, das ich vollsaugen konnte. Arme kleine Minka, sagte Ritchie und drückte das orangefarbene Tier ganz fest gegen seine Brust. Jetzt ist sie nass. In diesem Augenblick machte Minka einen Satz. Wahrscheinlich war ihr gerade eben aufgegangen, dass sie im Trocknen war und sie war nicht bereit, etwas zu riskieren. Mit einem lauten Freudenlaut verschwand sie unter dem Sofa. Sie hat mich gekratzt, brüllte Ritchie. Tausendmal habe ich dir verboten, die Katze hier reinzuschleppen, schrie Mama. Papa ist allergisch. In der Schlafzimmertür stand Jule und lachte. Bring sie wieder raus, sagte Mama bestimmt. Bring sie mal ganz schnell wieder raus, Ritchie und du hilfst mir bei Moppel. Ich stand langsam auf. Die arme Minka, rief Ritchie. Auf seiner Brust hatte er einen langen, blutigen Ratscher. Das darfst du nicht, da wird sie ganz nass, da wird sich eine Verkühlung. Kriech du unter das Sofa, rief Mama. Und jetzt war sie beinahe schon hysterisch. Frau Pepper lächelte entspannt. Vielleicht dachte sie, dass sich ihr Besuch bei uns gelohnt hatte. Jule, was stehst du da rum? Jule kicherte weiter. Keine Krisensituation, sagte sie fröhlich. Die Krisen sind die Hoffnung. Da erschien auch noch Papa aus dem Schlafzimmer. Er hatte verstruppelte Haare und verschlafene Augen. Was ist hier denn los, verdammt? fragte er. Ich beschloss, dass es nun genügend Leute für die Katzenjagd gab und krempelte meine Hosenbeine hoch. Es war genau das richtige Wetter, bei dem im Film eine romantische Liebesgeschichte beginnen konnte. Und ich machte mich auf den Weg zu Nummer 74. Der Vorteil von Regen für die Anbahnung von Beziehungen besteht einfach darin, dass derjenige, der es trocken hat, geradezu moralisch verpflichtet ist, dem anderen Schutz zu gewähren. Und schon können die zwei sich kennenlernen. Natürlich wusste ich nicht, ob die Sonnenbrille überhaupt in ihrem Bungalow war. Aber wenn sie es war, konnte sie einen tropfnassen Menschen eigentlich nicht den Unterschlupf verwehren. Wie ich begründen sollte, dass ich den ausgerechnet bei ihr suchte, hatte ich mir noch nicht überlegt. Kommt Zeit, kommt Rat. Aber das Schicksal war günstig. Die Sonnenbrille stand unter dem Vordach auf der Terrasse und starrte trübsinnig in den Regen. Nicht mehr ihre Brille hatte sie diesmal aufgesetzt. Hey, sagte ich und schüttelte mich ein bisschen. Na, Mistwetter heute, oder? Besser hätte ich es wirklich nicht treffen können. Jeder, der mich hier sah, musste denken, ich wäre auf dem Weg zum Strand, um das Meer in seiner Urgewalt auch bei diesem Wetter einmal so richtig kennenzulernen. Die Sonnenbrille sagte keinen Ton. Aber eindrucksvoll, oder? sagte ich. Ich wollte gerade, mir macht das nicht so viel aus, also nicht zimperlich und so. Die Sonnenbrille starrte mich an. Etwas wie erkennen starrt sich mit einem Tag Verspätung auf ihr Gesicht. Moppel, sagte sie. Das war nur nicht gerade der Gang, den unser Gespräch hätte nehmen sollen. Aber man muss jede Wendung für sich zu nutzen verstehen. Dies zum Beispiel war der Punkt, an dem ich sie ganz unauffällig nach ihrem Namen fragen konnte. In Wirklichkeit Jochen, sagte ich und trat so dicht an die Brüstung der Terrasse heran, dass die Sonnenbrille mich eigentlich hätte einladen müssen, zu ihr unter das Dach zu kommen. Der Regen lief mir hinten in den Kragen und den Rücken herunter. Sogar meine Unterhose waren zwischendurch geweicht. Aber meine Eltern, ich lachte ein bisschen. Du weißt ja. Und wie heißt du? Die Sonnenbrille starrte mich wieder kühl an. Von einer Einladung unter das Dach konnte offenbar keine Rede sein. Julia, sagte sie, Moppel passt besser zu dir. Ich holte einmal tief Luft. Sie hieß tatsächlich Julia. Nun braucht sich einer, dessen Schwester Juliane heißt, natürlich eigentlich nicht darüber zu wundern, wenn andere Mädchen Julia heißen. Aber ich musste einfach daran denken, was der Anlass dazu gewesen war, dass ich beschlossen hatte, die Sonnenbrille zu erobern. Dieser Name konnte kein Zufall sein. Ich habe in der Schule mal den Romeo gespielt, sagte ich schnell. Sie würde nie dahinter kommen, dass ich nur knapp dem Schicksal entgangen war, eine Amme zu sein. Sie ist es, meine Göttin, meine Liebe, wüsste sie, dass sie es ist. Sie spricht, doch sagt sie nichts. Schrott, sagte die Sonnenbrille und drehte sich zur Tür. Ciao, Moppel. Und sie verschwand im Haus. Ich stand noch einen Augenblick vor der Terrasse. Immerhin hatte sie nicht gesagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, wie ich den Romeo spielte. Und sie hieß Julia. Und unser erstes wirkliches Gespräch hatte an ihrer Terrasse stattgefunden, was fast so gut war wie ein Balkon. Ich fand, dass ich ein ordentliches Stück weitergekommen war und ging nach Hause, um heiß zu duschen. Auf dem Weg zum Abendbrot stülpte Mama sich wieder die Plastiktüte über und sagte zu Papa, dass er nun wirklich in den Sternen stünde, ob wir noch jemals so günstig an den Stollenwand kämen. So stark reduziert, sagte Mama anklagend. Aber der Regen prasselte auf die Plastiktüte, dass man sie kaum verstehen konnte. Die Terrasse am Swimmingpool lag wie ausgestorben. Auf den Tischen, an denen sonst die Gäste vor dem Abendessen ihren Aperitif nahmen, standen umgedreht die Stühle und die Palmen schlenkerten traurig ihre feuchten Wedel. Vielleicht hätten wir unser Geld doch lieber für eine Stollenwand ausgeben sollen. Zum Abendessen gab es Hammel und Papa sagte tapfer, das wäre nun mal Nationalgericht, aber Ritchie schrie, dass er Pommes wollte. Vom Nachbartisch schwingten Herr Waldmann und Herr Nelkenwinkel. Die sehen so vergnügt aus wie jeden Tag, sagte Mama düster, abartig. In diesem Moment stand Herr Waldmann schon bei uns am Tisch. Guten Abend, und guten Abend, sagte er fröhlich. Ein trostloses Wetter, ein trostloser Tag. Das können Sie laut sagen, sagte Papa und schob diskret ein Stückchen Fett zum Talerrand. Aber nicht verzagen, sagte Herr Waldmann. Schon morgen scheint wieder die Sonne, Sie sollen mal sehen. Ich will aber mit Ketchup, brüllte Ritchie jetzt. Ritchie, schnauzte Mama und lächelte den Kellner, der Ritchies Pommes gebracht hatte, dankbar an. Und was haben Sie getan? fragte Jule. Sie hatte ihr Hammelfleisch fast ganz gegessen und machte sich jetzt an die Kichererbsen. Schach gespielt, sagte Herr Waldmann und lachte schon wieder. Den ganzen Tag. Nelkenwinkel gewinnt immer. Seit wir uns kennen, gewinnt Nelkenwinkel. Und das sind nun schon bald 30 Jahre. Ich sage immer zu ihm, Nelkenwinkel, eines Tages schlage ich dich doch. Das ist mein Ehrgeiz im Leben. Das ist mein Lebensziel. Und danach lege ich mich friedlich auf die Bahre. Jule kicherte. Ein Ziel braucht der Mensch, sagte sie. Andererseits kann natürlich gerade ein Lebensziel. Oh, 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 ich muss, ich muss, rief Herr Waldmann. Unser Essen ist da. Wir essen heute das Diätgericht. Also einen schönen Abend noch. Und er ging eilig zurück an seinen Tisch. Das sind die wahren Philosophen, sagte Jule träumerisch. Aber zumindest Mama hörte ihr gar nicht zu. 30 Jahre, Richard. Hast du das gehört? Flüsterte sie Papa über den Tisch zu. 30 Jahre, das ist ja wie abartig. Und sie drosch auf ihr Hammelfleisch ein. Das war eine trostlose Mahlzeit. Aber Mama schafft es immer, die Dinge noch düsterer zu sehen, als sie sind. Richard, sagte sie, als der Kellner unseren Nachtisch brachte. Torte für Mama und Papa und Eis für Jule, Ritschi und mich. Richard, hast du den gesehen? Das ist der Hoteldirektor. Ich guckte unauffällig in die Richtung, in die Mama zeigte. Ein Mann im gestreiften Leinenanzug beugte sich gerade lächelnd über einen Tisch und tätschelte einem blonden Kleinkind den Kopf wie der Papst. Richard, sagte Mama energisch, der geht dir doch jeden Abend rum und begrüßt die Gäste und plaudert kurz. Und uns hat er noch nie begrüßt, Richard. Warum? Ja, weiß nicht, mein Schatz, sagte Papa und kratzte liebevoll die letzten Reste Schokoladencreme vom Teller. Wirklich gar keine Ahnung. Der Direktor kommt nicht, sagte Mama anklagend. Und einen Fensterplatz haben wir auch nicht. Weißt du eigentlich, was das bedeutet, Richard? Wie wir hier eingeschätzt werden? Kinderreich. Hm, ja, du hast recht, Schatzi, murmelte Papa. Habt ihr überhaupt schon gemerkt, dass es aufgehört hat, zu regnen? Und es hatte es tatsächlich. Herr Waldmann schien in Wetterfragen ganz fit zu sein. Trotzdem waren wir noch nicht am versöhnlichen Ende dieses Tages angekommen. Richard, rief Mama, die vor Papa in den Bungalow gestürmt war, weil Papa noch kurz bei Bier Weinbier angehalten hatte. Richard, um Gottes Willen, sieh dir bloß mal das Schlafzimmer an. Ist der Gastank explodiert? fragte Papa. Vorsichtig stellte er drei Flaschen Bier zwischen Ritchies Masters Figuren auf den Sofatisch. Sind die Betten abgebrannt? Das genaue Gegenteil, sagte Jule und kicherte. So fröhlich wie heute hatte ich sie schon lange nicht mehr erlebt. Ich lief eilig ins Schlafzimmer. Mama stand vor dem Doppelbett und starrte es an. Wo heute früh die Putzfrau Laken und Decken faltenfrei stramm gezogen hatte, warberte nun ein wässriger Sumpf. Richard, sagte Mama mit matter Stimme, jetzt regnet es auch noch durchs Dach. Die Hausarbeiter kamen schnell. Dass sie mehrere ineinander gestapelte Schüsseln bei sich hatten und sich zügig fachmännisch ans Werk machten, deutete darauf hin, dass sie mit diesem Problem nicht zum ersten Mal konfrontiert waren. Flachdächer, sagte Papa verächtlich, während die Männer systematisch Schüsseln an den Stellen größter Not im Zimmer verteilten. Flachdächer in einer Gegend, wo man mit solchen Regengüssen rechnen muss. In Afrika regnet es nie, Papa, oder? fragte Richie. Das hat sich der Architekt auch gedacht, sagte Papa. Ich bin gespannt, ob sie uns trockenes Bettzeug bringen. Ich jedenfalls will ja einen anderen Bungalow, rief Mama aufgeregt. Wer weiß denn, wann der nächste Regen kommt, Richard, du musst sofort mit dem Direktor. In diesem Moment steckte Herr Pepper den Kopf zur Tür herein. Wir haben den Auflauf bei Ihnen gesehen, sagte er. Und nun ist meine Frau ganz beunruhigt. Ist doch was mit dem Gas? Kommen Sie gerne gucken, Herr Nachbar, sagte Papa einladend. Die Männer hatten inzwischen die Betten abgezogen und sogar neue Matratzen gebracht. Unter die feuchten Stellen an der Decke klebten sie Plastikfolie. Dann packten sie ihr Werkzeug zusammen. Nix Wasser, Dach, gut jetzt, gut. Und damit verschwanden die Männer durch die Haustür. Kein Backschicht? fragte Papa erschüttert. Nix fünf Mark? Da sehen Sie mal, wie peinlich das kleine Marriott im Hotel ist, sagte Herr Pepper und lachte. Aber warten Sie mit dem Umzug bis zum nächsten Regen. Nach dem Wetterbericht soll es morgen wieder heiß werden. Sie wollen doch sicher den Sportheil mitnehmen, sagte Papa und durchforstete die Zeitung. Vor der Tür stand Hannah am Minirock. Die Glühbirne in unserer Außenlampe war sehr schwach, aber ich hätte trotzdem schwören können, dass sie sich mindestens mit Wimperntusche und Lippenstift eingeschmiert hatte. Kapitel 15 Herr Waldmann hatte recht. Am nächsten Morgen waren deutlich weniger Käfer in der Dusche und die Sonne schien schon auf dem Weg zum Frühstück so kräftig, dass wir in Shorts und T-Shirt gehen konnten. Mama redete nicht mehr von ihrer Stollenwand. Ich holte beide Badehosen aus dem Schrank. Dann entschied ich mich zur Abwechslung wieder für die Shorts. Hannahs Meinung konnte mir schließlich gestohlen bleiben. Aber Hannah war sowieso nicht zu sehen. Peppers machen einen Ausflug, sagte Papa und rollte seine Badehose ins Badelaken. Hat er mir gestern noch erzählt. Na, muss er mal einen Tag auf den Sportteil verzichten. Ach, sagte Mama aufgeschreckt. Warum sie mir wohl nichts davon gesagt hat? Und wovon sie hin? Papa zuckte die Achseln. Irgendwelche Ruinen, sagte er. Nö, lass man. Dann lieber Strand und Sonne, oder? Und dafür zahlen sie 86 Mark pro Person. Ich hab mal umgerechnet. Das ist doch für Peppers kein Geld, sagte Mama verbittert. Also, ich würde schon mal ganz gern ein bisschen Kultur. Jule kicherte. Du bist doch sonst immer diejenige, die nach Kreta will, alte Griechen angucken, sagte Mama böse. Erklär mir mal bitte, was daran komisch sein soll, wenn ich hier nun auch zu den Ruinen möchte. Alte Steine sind alte Steine. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand versucht Jule unter die Fingernägel der Linken zu kommen. Dieser kleine Reitlehrer ist tierisch hinter mir her, sagte sie dann. Der mit den schmalen Hüften und dem süßen Po. Ich begriff nicht, was das an dieser Stelle sollte, aber auf alle Fälle erklärte es ihre gute Stimmung gestern. Hinter der Mauer schlugen haushohe Wellen gelb gegen den Strand. Mein Gott, Richard, sagte Mama. Hier war es doch sonst so ruhig. Aufgewühlt, sagte Papa fachmännisch und breitete seine Badelaken aus. Das beruhigt sich auch wieder. Die nächste Welle schmiss mit wilden Getöse eine Cola-Dose auf den Strand. Als die Welle wieder zurückrollte, sah man oben auf dem Kamm zwei Plastiktüten treiben. Richard, sagte Mama. Nun guck doch, das sieht ja aus, als hätte es hier gestern Müll geregnet. Das gibt es doch gar nicht. Oh, jetzt kommen die Tüten, schrie Ritschi und stürzte begeistert auf die nächste Welle zu. Die hole ich ganz alleine, du. Richard, sagte Mama aufgebracht, halt doch das Kind mal zurück. Papa hockte gebeut auf den Badelaken und entrollte die Zeitung. Geh du mal, Jochen, sagte er. In dem Dreck soll er nicht baden. Immer ich, sagte ich wütend. Jule war natürlich wieder nicht greifbar. Die hockte vermutlich bei den Reitstellen und las dem Reitlehrer mit dem süßen Po aus ihrem Philosophiebuch vor. Aber wo kommt der Dreck denn um Himmelswillen her, Richard? Nun sag doch, sagte Mama ärgerlich. So von der hohen See? Papa blätterte die Zeitung durch bis zum Sportteil. Schiffe? Murmelt er. Guck an, die kleine Seele ist. Habe ich doch geahnt. Ein Plastikschatz, schrie Ritschi begeistert und kam mit zwei halbzerfetzten Tüten angerannt. Guck mal, Moppy, zwei Piratensäcke. Habe ich ganz allein. Schmeiß die weg, schrie Mama hysterisch. Wer weiß, was da alles noch dran klebt. Ich versuchte mich zu erinnern, was Jule mir am ersten Morgen über das ausgetrocknete Bachbett erzählt hatte. Mir und Hanna. Wenn der Regen den Bach zum reißenden Strom gemacht hatte, war es kein Wunder, dass jetzt die ganze Müllkippe zum Meer schwamm. Ich beschloss, mindestens heute nicht zu baden und lieber zu gucken, was ich bei Nummer 74 tat. Die Sonnenbrille saß auf ihrem Badelaken und feilte sich die Fingernägel. Sie guckte nicht mal auf, als ich direkt vor ihr stehen blieb. Wenn die Terrasse nicht überdacht gewesen wäre, hätte mein Schatten auf sie fallen können, wie im Film. Dann hätte sie aufgucken müssen. Na? sagte ich. Aus den Augenwinkeln sah die Sonnenbrille zu mir hoch. Moppel, sagte sie gelangweilt. Dann feilte sie weiter. Ich versuchte mir klarzumachen, dass es mich nicht kümmern konnte. Schließlich war ich nicht in sie verliebt. Schließlich wollte ich sie nur zum Üben. Unsere Nachbarn sind heute nach Kartago gefahren, sagte ich und stützte mich auf die Terrassenbrüstung. Immerhin wunderte sie sich jetzt schon nicht mehr, wenn ich kam. An mich gewöhnt hatte sie sich also schon. Ich fand, dass das auch ein guter Erfolg war. Dritter Punischer Krieg. Da haben sie Kartago zerstört. Warum fahren die dann noch hin? fragte die Sonnenbrille, ohne mit den Pfeilen aufzuhören. Oder haben sie wenigstens die Kneipen heilgelassen? Ich musste kichern. Das war doch noch vor Christi Geburt, sagte ich erklärend. Jetzt feilte die Sonnenbrille ihrer Fußnägel. Na und? sagte sie. Natürlich hatte ich gestern schon festgestellt, dass sie sich nicht für Shakespeare interessierte. Aber es hätte ja sein können, dass ihr Schwerpunkt mehr im Geschichtlichen lag. Wir hätten uns dann über ein gebildetes Gespräch an das eigentliche Thema heranschleichen können. So machten sie es in manchen von diesen alten Filmen mit Doris Day. Da liegt dann plötzlich immer irgendeine Hand auf der Brust. Ich musste mir einen anderen Einstieg überlegen. Konnte doch sein, sie mochte es, wenn man Interesse für ihr Leben bekundete. Die meisten Leute reden gerne über sich. Und was machst du so in Deutschland? fragte ich und versuchte munter zu klingen. Hast du eigentlich irgendwelche Hobbys? Die Sonnenbrille zog das rechte Bein an und pustete über ihre Zehennägel. Sie sah ganz langsam zu mir hoch. Das geht dich einen Dreck an, Moppe, sagte sie freundlich. Dann feilte sie die Nägel am linken Fuß. Auf dem Weg zurück zu unserem Sonnenschirm machte ich einen Umweg über das Hotel und kaufte mir ein Eis. Ich versuchte mich damit zu trösten, dass dies glücklicherweise alles nur eine Übung war. Wenigstens hatte ich jetzt kein gebrochenes Herz, nicht auszudenken, wenn es mir im Ernstfall so ergangen wäre, bei einem Mädchen, in das ich wirklich verliebt war. Nein, ich durfte jetzt keinesfalls aufgeben. Bevor ich zum ersten Mal wirklich eine traf, auf die es mir ankam, musste ich einfach den Dreh heraus haben. Am Strand lag nun auch Jule unter unserem Sonnenschirm. Dafür fehlten Mama und Ritchie. Diesen Händewaschen, sagte Jule. Ich setzte mich neben sie. Ich dachte, du bist bei deinem Prinzexy-Po, sagte ich. Ich habe es schon immer ungerecht gefunden, dass Jule einen Typen nur anlächeln muss und schon schmilzt er hin. Aber diesmal war offensichtlich etwas schief gelaufen. So ein Schuvi, sagte Jule aufgebracht und richtete sich auf. Glaubst du das? Der hat da am Stall mit dieser alten Tussi rumgemacht, der gelb gefärbt mit dem fiesen Gang. Ehrlich? Sagte ich gespannt. Mich hätte interessiert, was Jule unter Rummachen verstand. Die könnte seine Mutter sein, sagte Jule empört. Er, seine Oma. Und immer wenn sie an einem Typen vorbeigeht, kriegt sie so einen Schlenkern in den Hüften. Ich möchte wissen, ob die sich bezahlen lässt oder ob sie einfach Nymphomanin ist. Nymphomanin? Fragte ich interessiert. In diesem Moment grunzte Papa über seiner Zeitung und ich fragte lieber nicht weiter. Und ich habe echt gedacht, sagte Jule und schlang die Hände um ihre Knie, dass er mich gut findet. Dabei treibt er es mit jeder. Gitt. Ich nickte. Na ja, schwierig, sagte ich. Dann holte ich tief Luft. Ich habe auch Pech gehabt, sagte ich. Dabei buddelte ich meine Zähne in den Sand und ließ sie wieder herauswackeln. Mit dieser Sonnenbrillenfrau. Einer Jule, die mit dem Reitlehrer romantisch den Strand entlang galoppierte, hätte ich das nie erzählen können. Auch einer philosophisch über dem Wasser schwebenden nicht. Aber jetzt, wo ja auch etwas schiefgegangen war, fand ich es plötzlich nicht mehr so schwierig. Welche Sonnenbrille? Fragte Jule verblüfft. Welche von den ca. 2000 hier am Strand? Ich antwortete nicht. Ich dachte, du hättest was mit Hannah, sagte Jule unbahnherzig. Wieso fährst du zweigleisig? Da erklärte ich ihr die ganze Geschichte, wie ich sie Hannah erklärt hatte. Angefangen bei Romeo und Julia. Und Jule hörte auch ganz geduldig zu. Aber am Schluss bedauerte sie mich kein bisschen. Geschieht dir ganz recht, sagte Jule, als ich fertig war. Mensch Moppel, du bist ja kein bisschen besser als dieser Pferdetyp da hinten. Sich eine Frau zum Üben suchen, das ist ja wohl das Letzte. Langsam glaube ich, du wirst ein richtiger Macho. Ich fühlte mich geschmeichelt. Mit keinem Wort hat Jule darauf hingewiesen, dass mein Verhalten weniger schlimm war, weil ich wegen meines Baures sowieso von vornherein keine Chancen hatte. Außerdem ist es doch total der falsche Weg, sagte Jule. Ich habe nie gehört, dass einer vorher übt. Wenn du die richtige Frau siehst, dann kannst du es einfach. Das geht dann von ganz alleine. Ja, 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 sagte ich. Wenn man so aussah wie Jule, konnte man das natürlich behaupten. Mami hat mein Eis gekauft, brüllte Ritchie schon von Weitem und ließ sich neben uns hinplumpsen, dass der Sand stob. Und euch mal nicht, Edgy Batch. Selber Edgy Batch, sagte ich böse. Mama setzte sich sanfter hin. Richard, sagte sie und zog Papa die Zeitung einfach vom Gesicht. Jetzt können wir ganz beruhigt sein. Es war das Putzmittel. Papa grunzte. Dann öffnete er die Augen einen winzigen Spalt. Was war das Putzmittel, Schatzi? fragte er und zog sich die Zeitung wieder übers Gesicht. Der Gasgeruch, sagte Mama zufrieden. Die ganze Zeit sage ich doch, es riecht so nach Gas. Und eben, als ich mit Ritchie die Hände waschen war, putze diese Putzfrau gerade das Bad und es stinkt nach Gas. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich hab dran gerochen. Es ist wirklich das Putzmittel. Hm, schön, Schatzi, murmelte Papa unter seiner Zeitung. Ach, da möchte man doch wissen, sagte Mama und es zeigte sich wieder, dass sie einfach keine fünf Minuten zufrieden sein kann. Was da alles drin ist, dass es so stinkt. Sag mal, Richard, wo man so viel von Formaltehyd und Dioxin hört und wie das alles heißt. Hm, murmelte Papa. Die Zeitung wogte mit seinem Atem langsam auf und ab. Ach, an die hat man auch keine Hilfe, sagte Mama. Dann legte sie sich dazu. Die Sonnenbrille sah ich an diesem Tag noch zweimal, aber ich sprach sie nicht mehr an. Vielleicht hatte Jule recht. Vielleicht war das, was ich vorhatte, wirklich schauvinistisch. Und vielleicht, dachte ich, war es außerdem besser, meine Beziehung zur Sonnenbrille freiwillig abzubrechen, bevor endgültig klar war, dass ich es sowieso nicht geschafft hätte. Ab und zu spähte ich mir beiläufig nach Hannah aus. Aber bis wir uns schlafen legten, hatte sich im Bungalow nebenan nichts gerührt. Für 86 Mark pro Person konnte man ja auch erwarten, dass so ein Ausflug einige Zeit dauerte. Kapitel 16 Peppers kamen erst, als wir schon längst beim Frühstück saßen. Mit dem Tablett in der Hand blieben sie einen Augenblick an unserem Tisch stehen. Nur Hannah trödelte am Buffet. Es war aus der Entfernung schlecht zu erkennen, aber ich hatte den Eindruck, dass sie es wieder mit Make-up versucht hatte. Na, Herr Nachbar, gut geschlafen? Fragte Herr Pepper und lachte dröhend. Papa antwortete nicht. Und wie war Ihr Ausflug gestern? Fragte Mama fröhlich. Wir überlegen ja auch. Ach, ganz wunderbar, sagte Frau Pepper begeistert. Natürlich ist es nicht zu vergleichen mit, sagen wir mal Rom oder meinetwegen Athen, aber wir hatten einen ganz reizenden Führer. Ach, das sind ja Schmiedehammers. Wollen wir uns nicht dazusetzen, Wilhelm? Herr Pepper zuckte die Achseln. Die waren gestern auch mit, sagte Frau Pepper zu Mama und legte ihr Ei vorsichtig auf die Untertasse, bevor er sie über den Tablettrand kullern konnte. Der Mann wusste wirklich einiges über die Verschmelzung von punischer und römischer Kultur. Ganz spannend alles. Übrigens habe ich unsere Käfer heute Morgen mit Haarlack besprüht, bevor wir sie weggeduscht haben. Mal sehen, ob das hilft. Und sie winkte noch einmal freundlich, während sie sich seitlich zwischen den Tischen durch auf ein Ehepaar zuschlängelte, das sie schon entgegen lächelte. Jetzt sitzen sie da, sagte Mama düster. Richard, bei diesen Leuten. Natürlich können sie sich mit denen besser unterhalten. Punische und römische Kultur. Aber wenn du auch immer nur von Sport redest. Du hängst dich aber auch wirklich immer an solche Belanglosigkeiten, sagte Jule gereizt. Denk doch mal an das, was wirklich wichtig ist. Und ich sah, dass sie ihr rosa Buch, diesmal tatsächlich mit zum Frühstück genommen hatte. Es war wirklich schade, dass die Geschichte mit dem Reitlehrer nicht geklappt hatte. Auf dem Weg zum Strand machte Mama Papa damit verrückt, dass sie auch einen Ausflug machen wollte. Nun sind wir bald eine Woche in Tunesien, sagte sie, und haben nichts gesehen als die Hotelanlage. Und zwei Tage haben wir auch nur noch. Und der Kamelmarkt? Fragte Papa. Offenbar hatte er nicht so ein großes Bedürfnis nach Kultur wie Mama. Schon gar nicht, zu hohen Preisen. Und wo der Fotoapparat sowieso nicht funktioniert, wozu sollen wir denn dann überhaupt noch irgendwo hinfahren? Richard, sagte Mama verzweifelt. Ich habe dir doch erklärt. Da ging Papa zur Hotelhalle zurück und guckte an den Anschlagtafeln, ob er etwas Passendes für uns fand. Als er zurückkam, sah er richtig fröhlich aus. Heute Nachmittag, sagte Papa und kniff Mama in ihrem Bikini-Po. Gleich heute Nachmittag vom Hotel. Oder ist dir eine Halbtagestour zu wenig? Mama guckte nachdenklich. Bis Kartago geht es natürlich nicht, sagte sie. Und was soll es kosten? Das ist ja gerade das Tolle, sagte Papa begeistert. Keinen einzigen Pfennig. Es ist eine Serviceleistung des Hotels. Besuch der Altstadt und kennenlernen wichtiger Städten einheimische Kultur. Kultur wolltest du doch, oder? Mama nickte unzufrieden. Mama möchte Ruin, sagte Jule und lachte. Aber wenn es natürlich nichts kostet, sagte Mama lustlos und zuckte die Achseln. Also gut, Altstadt ist auch immer ganz schön. Und hinterher kaufe ich euch alle ein Eis, sagte Papa. Wahrscheinlich war er froh, dass er so viel Geld sparen konnte. Mich entschuldigt ihr dann bitte, sagte Jule. Aber darüber wunderte sich schon keiner mehr. Als wir uns nachmittags auf dem Weg zum Hotelbus machten, sah Mama ein bisschen käsig aus. Ich weiß nicht, Richard, murmelte sie. Irgendwie ist mir seit heute Morgen. Vor den Reitstellen sah ich auf dem weiß gestrichenen Zaun die Sonnenbrille sitzen und mit den Beinen schlenkern. Vielleicht wartete sie darauf, dass der Reitlehrer mit der Gelbgefärbten aus einer der Boxen kam und Zeit für sie hatte. Als sie zu uns hinguckte, winkte ich nicht. Ich lächelte nicht mal. Im Bus saßen außer uns noch sechs Leute, die fröhlich zusammenrückten, damit wir Platz fanden. Na dann wollen wir mal, sagte ein dicker Mann mit krebsroten Beinen. Das letzte Geld auf den Kopf hauen, bevor es wieder heimwärts geht. Und er lachte und betupfte seine Oberschenkel mit Spucke. Da hätte er vielleicht besser die 86 Markstour wählen sollen, murmelte Mama. Aber schon eine Viertelstunde später begriffen wir, was der Mann gemeint hatte. Gleich am Stadtrand hielt der Bus neben einem Gebäude, vor dem Krüge, Teller und Vasen aufgestapelt waren. Woll ja, wollen bitte, sagte unser Reiseführer und machte eine einladende Geste zum Eingang hin. Es war das Erste, was er auf dieser Fahrt sagte und ich musste daran denken, was Peppers über ihren süßen Reiseführer erzählt hatten. Aber wahrscheinlich kriegte man die etwas rätseligeren erst von 50 Mark an aufwärts. Richard, ich glaube, ich bleibe sitzen, flüsterte Mama. Mir ist irgendwie so blümerant, ich ruhe mich lieber aus, dass ich nachher wieder frisch bin, wenn wir an die Städten der Kultur kommen, das ist ja wohl doch nur ein Geschäft. Und sie lehnte sich im Sitz zurück und schloss die Augen. Papa guckte ein bisschen beunruhigt. Bist du sicher, mit dir ist alles in Ordnung? fragte er ängstlich. Soll ich nicht lieber bei dir bleiben? Nun geh schon, sagte Mama und sie klang fast ein bisschen ärgerlich. Nun lasst mich doch bloß mal in Ruhe. Da gingen Papa, Richie und ich alleine. Im Laden drehte ein Mann auf einer Töpferscheibe kleine Vasen, aber das hatte ich in der Schule im Werkraum auch schon gesehen. Überall standen Tongefäße in allen denkbaren Größen und Farben und freundliche Verkäufer lächelten uns an. Entlückt, dass Mama nicht mit ist, sagte Papa und lachte. Wetten, die hätte wenigstens so eine Botenvase gewollt? Und wie wir die hinterher am Flugzeug hätten transportieren sollen, habe ich wirklich keine Ahnung. Aus Versehen kippte Richie ein sonderbares Gebilde um, das wie ein Vogelkäfig aussah, in das man aber eine Kerze stellen sollte. Papa zahlte die Scherben anstandslos. Dann verließen wir den Laden. Wir wollten endlich die Altstadt sehen. Vor dem Bus stand Mama und sah nicht mehr ganz so käsig aus. Mir geht es schon besser, flüsterte sie Papa zu. Ich habe gerade eben gespuckt. Jetzt geht es wieder aufwärts. Gespuckt? fragte Papa alarmiert. Du meinst, du hast... Irgendwann erwischt es hier jeden, sagte Mama tapfer. Und nun bin ich ja auch schon wieder ganz frisch für die Sehenswürdigkeiten. Papa machte immer noch ein bedenkliches Gesicht, aber der Reiseführer scheuchte uns schon wieder an dem Bus. Die anderen trugen alle Tüten und Pakete. Ist doch wirklich schön, sagte eine ältere Frau, die auf ihren Knien eine riesengroße Schale balancierte. Ich wüsste nur gern, wie ich die nach Hause kriege. In diesem Moment hielt der Bus. Ach Gott, sagte Mama und ich hatte den Eindruck, sie war schon wieder ein bisschen blasser geworden. Nun auch noch ein Teppichladen. Papa sah bekümmert aus. Bist du sicher, dir geht es gut? flüsterte er. Mama nickte tapfer und wir marschierten alle zusammen ins Teppichgeschäft. Barfüßige junge Männer rollten ohne erst zu fragen Teppiche vor uns aus. Ein kleiner alter Mann ging herum und verteilte freundlich lächelnd Schälchen mit dampfendem Pfefferminztee. Richard, flüsterte Mama erschrocken, ich kann den Geruch nicht. Dann stürzte sie nach draußen. Welch Sorte? fragte ein junger Mann und hielt Papa gebieterisch in der Schulter fest. Welch Muster, wie groß? Was? fragte Papa verschreckt. Er startte immer noch zum Ausgang hingen, durch den Mama eben in wilder Hast verschwunden war. Farbe rot? fragte der junge Mann ungeduldig und zerrte eine Teppichrolle von der Wand. Braun? Du willst Bärber? Gar nichts will ich, rief Papa aufgebracht. Ich will jedoch keinen Teppich kaufen, ich bin hier auf Urlaub. Aber der Mann war nicht zu erschüttern. Fühl mal Qualität, sagte er und hielt Papa tapfer fest, der sich schon auf den Weg zum Ausgang machen wollte. Billig, billig, fühl mal Qualität. Da kam Mama zurück. Sie sah fast ein bisschen rosig aus. Nun ist aber auch wirklich nichts mehr drin, sagte sie erschöpft. Willst du hier einen Teppich kaufen? Wenn wir die Stollenwand haben, könnten wir natürlich auch gut. Bist du verrückt? sagte Papa und fegte energisch die Hand von seiner Schulter. Jetzt bloß nichts wie raus hier. Wir mussten vor dem Bus eine ganze Weile warten, bis die anderen sechs wieder kamen. Alle hatten sehr ein Schale klammerte. 400 Mark billiger als zu Hause. Sie kennen sich mit den Preisen aus? fragte Mama bewundernd. Also ich hätte nicht gewusst. Die Frau schüttelte heftig den Kopf. Natürlich nicht, sagte sie. Aber das wird einem hier alles so schön erklärt, dass der Zwischenhandel wegfällt und der Zoll jedenfalls so billig ist. Ach, sagte Mama und sah nachdenklich aus. Haben sie denn keinen gekauft? fragte der dicke Mann erstaunt. Meine Güte, geht es Ihnen auch gut? Mama stieß einer stickten laut aus und der Fahrer trat scharf in die Bremse. Wahrscheinlich hatte er sowas schon öfter erlebt. Als Mama zurück in den Bus kam, sah sie so blass aus wie vorher. Entschuldigung, flüsterte sie matt. Die Frau mit der Schale rückte ein Stück zur Seite. Ja, ja, das Nase. In diesem Moment bogen wir in die Straße ein, die zu unserem Hotel führte. Moment, Moment, rief Papa. Bestimmt war es ihm am liebsten, mit der kranken Mama jetzt ganz schnell nach Hause zu kommen. Aber beschummelt werden wollte er trotzdem nicht. Und wo ist die Altstadt? Und die Städten Einheimischer Kultur? Teppichkultur, ja, sagte der Reiseführer unfreundlich. Keramikkultur, ja, nein, Fragte eine junge Frau, die bisher noch gar nichts gesagt hatte, mitleidig. Das ist doch jedes Mal so. Haben sie das denn nicht gewusst? Papa schüttelte stumm den Kopf. Mama hatte sich gegen seine Schulter gelehnt und sah aus, als ob der Fahrer gleich wieder scharf bremsen müsste. Vor dem Hotel spuckte Mama in einen Kübel mit Mimosen. Papa hielt ihr die Stirn. Bei den Stellen gegenüber saß die Sonnenbrille immer noch auf dem Zaun. Als es zum Abendbrot ging, lag Mama bleich auf ihrem Bett. Vielleicht könnt ihr ihr noch Kamillentee fragen, flüsterte sie. Vielleicht, wenn ich schon mein Essen nicht in Anspruch nehme. Wird gemacht, Schatzi, sagte Papa zuversichtlich. Und du kannst auch sicher alleine bleiben? Mama nickte mit geschlossenen Augen. Der Eimer steht neben dem Bett? fragte sie. Jule gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Arme Mama, sagte sie. Aber nur im Gegensatz zum Leiden kann man das Glück überhaupt erfahren. Sag dir das mal immer vor. Wie schwach Mama war, merkte man daran, dass sie Jule nicht einmal anschrie. Das fand ich schon etwas besorgniserregend. Im Speisesaal hatten wir uns kaum gesetzt. Da kam Herr Waldmann an unseren Tisch. Haben Sie es sich überlegt, ein Verlegen aus? Ich glaube schon, sagte sie und sah auf ihren Teller. Herr Waldmann strahlte. Wunderbar, ganz wunderbar, rief er fröhlich. Das ist für uns alte Knacker doch mal eine erfreuliche Begleitung. Nelkenwinkel wird ganz außer sich sein. Und er wollte sich schon umdrehen und gehen. Dann fiel ihm offenbar auf, dass bei uns heute Abend jemand fehlte. Und die Frau Mama? sagte Herr Waldmann unglücklich. Nelkenwinkel und ich sind so selten unpässlich. Das gesunde Leben, wissen sie? Also dann richten Sie der genetigen Frau doch bitte unsere besten Genesungswünsche aus. Und damit verschwand er endgültig. Jule kicherte. Die beiden sind so süß, sagte sie. Immer so höflich, so richtig schön altmodig. Altmodig? Na, ich weiß nicht, sagte Papa zweifelnd. Mietwagen. Nelkenwinkel hat einen Führerschein. Wir wollen uns mal das Land angucken. Abseits der großen Straßen und so. Das machen die beiden immer. Und sie nahm dem Kellner den Teller ab. Na, sagte Papa verwirrt. Also ich weiß nicht. Also ich weiß nicht so richtig ob Mama. Die braucht es doch gar nicht zu wissen, sagte Jule beschwörend. Brauchst dir doch nicht zu erzählen. Wir fahren sowieso vor dem Frühstück. Ich kann doch heute Nachmittag mit einer netten Familie geredet haben. Und die hat heute Abend gefragt, ob ich mit darf. Stimmt doch sogar. Und mit der Gabel sortierte sie auf ihrem Teller sorgfältig alles nach bekannt und unbekannt. Hm sagte Papa unschlüssig. Ja, ich weiß nicht. In diesem Moment legte sich eine große Hand fest auf Ritchies Kopf. Bonsoir Monsieur, Bonsoir Mademoiselle, sagte der Direktor. Au le petit. Mich schien es nicht zu geben. Schmeckt es Ihnen? Ihr Aufenthalt ist in jedem Fall zu Ihrer Zufriedenheit? Lass los, sagte Ritchie und duckte sich unter der Hand. Der Direktor lachte. Au le petit, sagte er wieder. Das Essen ist gut, das Personal so vorkommend? Oh bestimmt, und ganz bestimmt, sagte Papa hilflos. Mit einem Arm hatte er blitzschnell über den Tisch gegriffen und hielt Ritchies Oberarm umklammert, bevor Ritchie irgendetwas anstellen konnte. Alles sehr nett hier, wirklich. Das freut mich, sagte der Direktor mit seiner tiefen, vornehmen Stimme und verbeugte sich leicht. Das ist unser Bestreben, Monsoir, jeden Duck. Und er tätschelte Ritchie noch einmal zum Abschied. Papa ließ los. Also bitte, sagte er erleichtert. Nun ist er doch auch noch zu uns gekommen. Schade, dass Mama es nicht mitgeregt hat, sagte Jule. Sie hätte sich über sein gutes Deutsch gefreut. Ein gebildeter Mann, sagte Papa und schnitt Ritchie das Fleisch in kleine Happen. Drei Tische weiter legte der Direktor gerade einem schreienden kleinen Mädchen seine große Hand auf dass sie sich nicht auf Arabisch etwas in ein Armband hämmern ließ, von dem sie glaubte, es wäre ihr Name. Man hätte glauben sollen, dass an diesem Tag schon genug unerfreudiges passiert war, aber an solchen Dingen gilt ja oft das Gesetz der Serie. Ihre Frau ist krank, habe ich gesehen, sagte Frau Pepper, Papa, als er beim Messingschmied an ihnen vorbeiging. Offensichtlich hatte Hannah etwas komplizierteres in Auftrag gegeben, dass es so lange dauerte. Wünschen Sie ihr doch bitte gute Besserung von uns und richten Sie ihr aus, Haarlack funktioniert auch nicht, die Biester sind alle wieder da. Welche Biester? fragte Papa, aber dann erinnerte er sich. Wir müssen mal schnell Ritchie hinterher, der ist schon alleine losgestiefelt. Und er lief über die erleuchtete Terrasse in das Dunkel des Palmengartens, wo Ritchie uns jeden Abend auf dem Weg zu unserem Bungalow hinter irgendeiner Ecke aufgelauert hatte. Aber heute tauchte er nicht auf. Auch vor dem Bungalow stand er nicht. Und als wir ins Schlafzimmer kamen, lag Mama matt auf dem Bett. Sie hat ihn auch nicht gesehen. Wie schlecht es ihr immer noch ging, merkte man daran, dass sie sich mehr darüber aufregte, dass wir ihren Kamillentee vergessen hatten, als über Ritchies verschwinden. Aber wo kann er denn jetzt sein? sagte Papa irritiert. Ob er jemanden getroffen hat, den er kennt? Der hat sich verlaufen, sagte Jule und zog sich einen Pullover über. In diesem Labyrinth und dann auch bei Dunkelheit ist das keine Kunst. Meinst du? fragte Papa erschrocken. Aber passieren kann ihm ja eigentlich nichts. Ich dachte in den Swimmingpool. Lass uns mal suchen gehen, sagte ich. Mama interessierte sich für gar nichts mehr. Ich ging zuerst zur Terrasse zurück und einmal um den erleuchteten Pool. Dann suchte ich die Wege ab. Ab und zu in einer Kreuzung traf ich auf Jule oder Papa und einmal begegneten wir Peppers, die nach dem Essen noch mit Schmiedhammers auf der Terrasse einen Verdauungsschnaps getrunken hatten. Sie versprachen, die Augen offen zu halten. Um halb zehn gingen wir zum Bungalow zurück. Entführung? fragte Jule und ließ sich aufs Sofa plumpsen. Meinst du, das könnte wirklich passieren? Wollen die uns erpressen? Warum denn ausgerechnet Ritchie? sagte Papa. Nein, nein, der hat sich verlaufen und raus aus der Anlage kommt er abends auch nicht mehr. Das sind die Wachen am Tor. Aber ich wüsste langsam schon gerne, wo er ist. Wahrscheinlich hat ihn irgendwer gefunden und natürlich kann er nun nicht mehr sagen, in welchem Bungalow er wohnt. Vielleicht versuchen sie über die Rezeption das herauszukriegen. Der erschien Mama schwankend im Türrahmen. Sie sah grau aus und wirkte schon wieder. Es muss doch irgendetwas geben, flüsterte sie verzweifelt und taumelte schon wieder zurück zum Bett. Kann Moppel nicht mal bei Peppers fragen? Für ihren verlorenen Sohn interessierte sich überhaupt nicht. Papa stöhnte. Jule, sagte er, wir beide suchen jetzt nochmal, bis genau zehn. Wenn wir ihn dann nicht gefunden haben, sollen sie vom Hotel mit Lautsprechern und Scheinwerfern nach ihm suchen. Und Moppel geht zu Peppers und fragt nach Kamillentee. Frau Pepper öffnete sofort. Jochen? sagte sie. Habt ihr ihn immer noch nicht? Ich erklärte ihr, dass es zurzeit nicht um Richie ging, sondern um Mama und sie riet von Kamillentee ab. Boucher, sagte sie. Kennst du das? Tunesischer Feigenschnaps. Wo der Herrgott die Spuckerei gedeihen lässt, da lässt er auch die Mittel dagegen gedeihen. In nicht allzu kleinen Mengen Genossen hilft Boucher immer. Ja? fragte ich unentschlossen. Hannah geht jetzt mit dir in die Bar, sagte Frau Pepper entschieden. Und da kauft ihr drei Gläser Boucher, oder besser gleich fünf, wenn es für die ganze Nacht reichen soll. Den Tipp hab ich von Schmiedhammers. Sie zog ihre Geldbörse heraus und schickte Hannah und mich los. Wir gingen nebeneinander ohne zu reden. In den Bungalows leuchteten die Fenster Vierecke gelb, sonst war es dunkel. Ab und zu ließ ein Windstoß die Palmenwedel rauschen. Ich dachte, dass es sehr romantisch hätte sein können, wenn Mama nicht im Schlafzimmer gelegen und gespuckt hätte, wenn Richie nicht verschwunden und wenn das Mädchen neben mir nicht Hannah gewesen wäre. So war die schöne Kulisse vergeudet. Auf der Terrasse saßen noch immer ein paar Gäste. Im Licht der Laternen sah ich, dass Hannah ihre Lippen fest zusammengekniffen hatte und ihrem rechten Auge war ein kleiner schwarzer Wimperntuschefleck. Wir hörten ihn schon, bevor wir überhaupt an der Bar waren. Ich kenne aber noch eins, sagte Richie. Er saß auf einem Barhocker zwischen dem Reitlehrer und der gelbgefärbten und hatte knallrote Backen. Ein tolles Lied, kriege ich dann noch eine Cola? Das geht so. Und er wollte schon anfangen zu singen. Die gelbgefärbte zog ihn an sich und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Ihre Backen waren mindestens so rot wie seine und ihre Augen waren schon ganz glasig. Du kleiner Schatz, du! Sie küsste ihn noch ein paar Mal schnell hintereinander. So ein süßer kleiner Schatz! Und sie sah herausfordernd zum Reitlehrer hin. Richie rubelte sich mit dem Ärmel die Stirn ab. Kriege ich jetzt meine Cola? sagte er ungeduldig. Soll ich noch eins? Aber da stand Hannah neben ihm und zog ihn vom Barhocker. Sind Sie verrückt geworden? schnauze sie die gelbgefärbte an. Können Sie sich nicht vorstellen, dass die Eltern sich zu Tode ängstigen? Komm, Richie! Und sie schob ihn mir in die Arme. Ich kriege aber noch eine Cola! schrie Richie wütend und trommelte auf mich ein. Die habe ich mir verdient! Ich sah bewundernd zu Hannah hin. Nie im Leben hätte ich mich getraut, so mit Erwachsenen zu reden. Nicht mal, wenn sie betrunken waren. Fünf Boca, sagte Hannah. Und jetzt tat sie, als wäre die gelbgefärbte gar nicht mehr da. Die Cola, die der Kleine hatte, zahle ich auch. Und ich staunte, dass sie sogar daran dachte. Auf dem Weg zurück zum Bungalow maulte Richie die ganze Zeit. Dabei stieß er ständig auf, weil ich schon drei Cola getrunken hatte. Hannah balancierte das Tablett mit den Gläsern. Ich beschloss, dass es an der Zeit war, wieder miteinander zu reden. Hannah, sagte ich, was ist eine Nymphomanin? Hannah blieb abrupt stehen. Vielleicht hatte sie erwartet, dass ich mich zuerst entschuldigen sollte. Guck im Mexikon nach, murmelte sie. Da fand ich, dass wir jetzt wieder versöhnt waren. Kapitel 17 Am nächsten Morgen war Mama immer noch schwach, aber trotzdem merkte sie gleich, dass Jule fehlte. Darin konnte man doch sehen, dass es ihrem Vergleich zum Vorabend besser ging. Und du meinst, du hast sie einfach mitfahren lassen? sagte sie erschüttert zu Papa. Mit völlig fremden Leuten? Durch ein völlig fremdes Land? An unserem letzten Tag? die Familie machte einen netten Eindruck, sagte Papa und sah hilfesuchend zu mir hin. Es war ja nicht nötig, dass Mama erfuhr, wer die Familie war. Vor unserer Terrassentür stand Hannah und wartete auf ihre Eltern. Anklopfend hat sie nicht. Ich seufzte. Ein bisschen musste ich wohl auch selber tun. Na? sagte ich und lehnte mich gegen die Brüstung. Ach, Hannah, rief Mama von drinnen. Magst du mal reinkommen? Hannah grinste ein bisschen schief und ging an mir vorbei durch die Tür. Die Juliane macht heute einen Ausflug, sagte Mama. Mit ganz fremden Leuten. Meinst du, es ist gefährlich, hier so alleine durchs Land zu reisen? Mit dem Auto? Ihr seid doch auch schon rumgefahren. Hannah sah ein bisschen verlegen aus. Das war ja vorgestern, sagte sie. Da waren die Straßen ja noch unter Wasser. Was? schrie Mama. Weil doch das Unwetter war, sagte Hannah. Da war ja alles überschwemmt. Aber mit dem Bus ging es ganz gut. Der hat ja so hohe Räder. Richard, rief Mama. Leider hatte sie die Bouchoirs in der Nacht alle getrunken. Bestimmt ist es jetzt wieder alles trocken, sagte Hannah schnell. Die werden doch nicht so blöde sein. Oh, Richard, sagte Mama verzweifelt. Dann legte sie sich wieder ins Bett und wir anderen gingen zum Frühstück. Hannah lief ein paar Schritte vor mir. Ich dachte, dass ich jetzt auch klare Verhältnisse schaffen konnte. Bist du noch sauer? fragte ich. Hannah drehte sich zu mir um und wartete. Sie hatte schon wieder Wimperntusche drauf und das sah wirklich blöde aus. Du solltest mal über dich nachdenken, sagte sie. Erst dein Plan, hier für die Ferien ein Mädchen aufzureißen und dann sagst du mir solche Sachen. Du solltest wirklich mal über dich nachdenken. Jetzt ging sie wieder ein bisschen schneller. Hm, ja, tut mir leid, sagte ich. Mit der Sonnenbrille habe ich ja auch schon oft gehört. Ehrlich, weil das ja stimmt, was du gesagt hast, weil es ja gemein von mir gewesen wäre, sie hier nur zu benutzen und dann sitzen zu lassen. Nachher hätte sie Liebeskummer gekriegt oder so. Hannah startte mich an. Ehrlich, warm Muppe? fragte sie. Das finde ich aber gut, du. Ich räusperte mich. Heute würde ich wahrscheinlich wieder die blaue Badehose anziehen. Ich habe gestern schon kein Wort mehr mit ihr gewechselt, sagte ich. Ich war auch nicht bei ihr. Ich war auch nicht bei ihrem Bungalow oder so. Nee, das hat mir echt eingeleuchtet, was du gesagt hast. Ich will nicht schuld an Tränen sein. Und ich merkte, wie es mir plötzlich gut ging. Hannah lachte mich an. Wir sehen uns ja nachher am Strand, sagte sie. Ich hätte mir denken können, dass ich den ganzen Tag für Ritchie zuständig sein würde, jetzt, wo Mama noch immer im Bett lag und Jule unterwegs war. Und ständig jammerte er nach Schwimmflügeln. Na, soll ich dich mal wieder einbuddeln? fragte Hannah und ließ sich neben uns in den Sand fallen. Inzwischen war sie überall gleichmäßig braun. Schön, oder? Und noch eine ganze Woche Zeit. Ich starrte sie an. Wir fliegen morgen, sagte ich. Hannah hörte mitten im Sandschaufeln auf. Morgen? sagte sie erschrocken. Seid ihr denn nicht auch 14 Tage? Du sollst mich einbuddeln, brüllte Ritchie. Ich schüttelte den Kopf. Das könnten wir uns doch gar nicht leisten, sagte ich. Acht Tage sind das nur. Ich dachte, bei euch auch. Hannah häufelte Sand über Ritchies Beine. Ach, sagte sie. Ich beschloss ihr zu helfen und bestreute Ritchies Bauch. Acht Tage, sagte ich noch einmal. Hannah nickte. Naja, sagte sie. Die eine Woche alleine kriege ich auch noch rum. Ich überlegte, ob ich das nun schmeichelhaft für mich finden sollte oder nicht. Aber Hannah redete schon weiter. Ich hatte nämlich gedacht, also, so blöde fand ich deinen Plan mit der Sonnenbrille eigentlich gar nicht, verstehst du? Wenn sie selber auch einverstanden gewesen wäre, meine ich. Also, sozusagen, Übung auf Gegenseitigkeit. Die Arme auch noch, schrie Ritchie. Ich guckte Hannah an. Du hast doch gesagt, es ist Mädchenausbeutung, sagte ich verwirrt. Hannah schüttelte den Kopf. Aber doch nur, wenn das Mädchen nicht weiß, wozu es benutzt wird, sagte sie ungeduldig. Wenn sie nicht ihr Einverständnis gegeben hat. Aber nun stell dir mal vor, die wollen das beide, das Mädchen und der Junge. Ritchie streckte sein rechtes Bein in die Luft. Das war nicht richtig zugedeckt, schrie er unzufrieden. Ihr sollt nicht so viel reden, ihr sollt mich begraben. Die wollen beide üben, sagte Hannah schnell und jetzt buddelte sie wie wild. Die schließen eine Art Vertrag und dann üben sie eben zusammen. Alles, was so dazugehört, dann kann ihnen später nichts mehr passieren. Und sie schleuderte Sand auf Ritchies Beine. Da erhob sich inzwischen schon eine richtig kleine Burg. Ja? fragte ich zweifelnd. Langsam hatte ich das Gefühl, sie wollte mir einen Vorschlag machen. Hannah guckte mich herausfordernd an. Ist doch gar nicht so blöde, oder? sagte sie fest. Ich versuchte, ihrem Blick auszuweichen. Hm? murmelte ich. Ritchie sprang auf und überschüttete uns mit Sand. Ätschi, bätschi, schrie er. Ich kann mich nämlich doch befreien. Und damit sauste er ins Wasser. Hannah stand langsam auf. Wir sollten auf ihn aufpassen, murmelte sie. Ich nickte. Sie war wirklich sehr mager. Ja, sagte ich. Ich verstehe, was du meinst. Dann fingen wir Ritchie ein. Den ganzen Nachmittag packte Mama unsere Koffer. Gott, was für ein Glück, sagte sie. Stellt euch mal vor, ich wäre heute Nachmittag krank geworden. Dann hättet ihr die ganze Packerei allein machen müssen. Hm, ja, schwarzi, murmelte Papa. Er saß auf der Terrasse und las den Sportteil. Hätte ich aber auch gekonnt. An diesem Moment kam Jule von ihrem Ausflug zurück. Oh nein, ihr glaubt es nicht, sagte sie und schmissig auf den Liegestuhl. Jeden Tag hätte man das machen müssen. Jeden Tag. Dem Himmel sei Dank, dass du wieder da bist, sagte Mama. Meine Güte, Jule. Papa hat es erlaubt, sagte Jule schnell. Oder Papa? Oh Leute, es war so absolut unglaublich. Irrwitzig. Nee, aber ehrlich. Ich setzte mich dazu und sah Jule ein bisschen neidisch an. Vielleicht hätten mich Waldmann und Melkenwinkel auch mitgenommen. Aber nun war es zu spät. Wir waren auf einem echten Markt, sagte Jule. Nein, ihr glaubt es nicht. Die machen die Schuhe dann noch von Hand, so richtig mit. Markt? fragte Mama spitz. Ich denke, du magst sowas nicht. Und was war mit dem Kamelmarkt? Mama, sagte Jule genervt. Du kannst doch sowas nicht vergleichen. Das da war ein echter Markt und wir haben Gewürze gekauft. Gewürze, sagte Mama und schnaubte. Aber wenn du zu Hause beim Kochen helfen sollst. Und Melkenwinkel hat einen Wasserkrug gekauft, sagte Jule triumphierend. Ganz ohne diese Touristenmuster. Melkenwinkel, sagte Mama erschrocken. Willst du sagen, du warst einen ganzen Tag mit denen? Papa unterbrach sie. Nun sei doch nicht albern, Schatzi, sagte er. Zwei so alte Herren. Aber weil es dir heute Morgen noch so schlecht ging, wollten wir es dir lieber nicht sagen. Garantiert komme ich wieder hierher, sagte Jule und zerbröselte rötlich-braune Feten aus einem kleinen Plastiksack zwischen den Fingern. Safran. Aber dann reise ich rum, tagelang hier im Touristenghetto und nur ein paar Minuten entfernt liegt schon Afrika. Dies hier ist auch Afrika, sagte Mama eingeschnappt. Jule zuckte die Achseln. Dies hier ist ein Hotel, sagte sie. Und das Meer ist das Meer und der Strand ist der Strand. Und wenn Postkarten übrig bleiben, können wir sie im nächsten Jahr nach Mallorca mitnehmen und von da schreiben oder von Gran Canaria. Das ist natürlich praktisch. Und ich durfte wieder deinen ganzen Kram für dich packen, sagte Mama. Wo sie recht hatte, hatte sie recht. Beim Abendessen verabschiedeten wir uns von allen, die wir kannten. Und Mama schaffte es sogar, sich bei Waldmann und Nelkenwinkel für den schönen Tag zu bedanken, den sie Jule bereitet hatte. Und sie müssen mir versprechen, dass sie mir schreiben, wenn sie Nelkenwinkel das erste Mal im Schach geschlagen haben, ja? sagte Jule zu Waldmann. Wenn man ein Lebensziel erreicht? Wollen wir uns alle wünschen, dass die Ziele uns lange erhalten bleiben, sagte Nelkenwinkel mit einer kleinen Verbeugung. Das sagte er nur, weil er nicht will, dass ich ihn schlage, sagte Waldmann. Danach verabschiedeten wir uns von Peppers. Wirklich, das ist schade, sagte Hannas Mutter und lächelte Mama freundlich an. Wer weiß, was wir nun für Nachbarn bekommen? Aber sie hat nicht vorgeschlagen, dass wir Adressen austauschen können, sagte Mama, als wir wieder an unserem Tisch saßen. Na, ist dir auch egal. Das tun sie wahrscheinlich mit diesen Schmiedhammers. Dann wartet sie die ganze Mahlzeit, ob der Direktor vielleicht noch einmal zu uns käme. Aber mehr als einmal stand einem wohl nicht zu. Der hielt er sich sicher in einen ganz strengen Plan. Hanna und ich hatten uns am Tor zum Strand verabredet und als ich kam, stand sie schon da. Also, sagte Hanna energisch. Der Wächter lächelte freundlich und öffnete uns das Tor. Er sah aus, als hätte er uns am liebsten noch zugezwinkert. Hanna ging mit riesigen Schritten voraus an der Strandbar vorbei und bis zu der Stelle, wo die Surfbretter lagen. Hier? fragte sie. Ich nickte, mir war jeder Ort recht. Hanna guckte sich ein wenig unruhig um. Am besten, wir setzen uns, sagte sie. Oder? Ich nickte wieder und wir ließen uns nebeneinander in den Sand plumpsen. Dass das ganz klar ist, sagte Hanna und zog sich ihren Rock über die Knie. Du fühlst dich von mir nicht ausgenutzt, wenn wir gleich? Nee, sagte ich. Hanna guckte zufrieden. Ich auch nicht, sagte sie. Also alles optimal. Am Himmel schub sich langsam eine Wolke vor den Mond. Die Wellen schlugen mit einem freundlich saugenden Geräusch an den Strand. Sie hatten zierliche Schaumkronen. Ja, also dann fangen wir an, sagte Hanna. Sie klang jetzt nicht mehr ganz so energisch. Am besten zuerst vielleicht. Küssen vielleicht, oder? Sag du mal. Hm, ja, egal, sagte ich. Ich dachte, dass es mit der Sonnenbrille anders gewesen wäre, romantischer und voller Sinnlichkeit. Die Sonnenbrille hätte so etwas bestimmt nicht zum ersten Mal gemacht. Davon hätte ich profitieren können. Ja, also, dann fang mal an, sagte Hanna ein bisschen ungeduldig. Soll ich dich da rankommen? Ich nickte und Hanna rückte ein Stück näher. So, sagte sie, jetzt bin ich also schon ganz dicht. Ich kann auch die Augen zumachen, wenn du willst. Nee, lass mal, nicht nötig, sagte ich schnell und beugte mich über Hanna und sah ihr in die Augen. Sie hatte sich irgendein Litzerzeug auf die Augen wieder geschmiert, das im Mondlicht gespenstlich leuchtete. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendwer unter solchen Bedingungen küssen konnte. Also gut, dann fang ich an, sagte Hanna ungeduldig. Kommt ja sowieso nah aufs Gleiche raus. Und sie legte ihre Hände auf meine Schultern und hielt ihr Gesicht ganz dicht an meins. Ihr Atem roch gut nach Spermend. Ich schloss meine Augen, aber dann war alles umsonst. Ach, scheiße, schrie Hanna und sprang auf. Das ist doch bescheuer oder Blödsinn, das Ganze. Sowas kann man nicht üben. Ich liebe dich nicht und du liebst mich nicht und ich hab einfach keine Lust, dich zu küssen und aus. Was soll denn der Kack? Und sie schmiss sich drei Meter entfernt wieder in den Sand. Ich atmete tief. Oder? fragte Hanna zaghaft. Ihre Stimme klang jetzt ein bisschen kläglich. Oder glaubst du, es ist einfach nur Feigheit? Ich schüttelte wild den Kopf. Nee, nee, überhaupt nicht, sagte ich schnell. Geht mir doch genauso. Eine Weile sagten mir gar nichts mehr. Der Mond kam hinter einer Wolke wieder heraus und die Wellen hatten immer noch zählische Schaumkronen. Morgen um diese Zeit würde ich schon wieder zu Hause sein. Man kann das nicht üben, sagte Hanna entschieden. Da bin ich jetzt ganz überzeugt, es geht einfach nicht. Jule sagt, im Ernstfall kann man es automatisch, sagte ich. Man muss es nicht üben. Das geht alles von uns selbst. Hanna zuckte skeptisch die Achseln. Naja, sagte sie, wenn eine natürlich aussieht wie Jule. Ich nickte. Du siehst auch ganz gut aus, sagte ich dann. Schließlich hatte ich noch etwas gut zu machen. Hanna stand auf. Das kann heute noch kein Mensch vorhersagen, sagte sie und stellte sich neben mich, sagt meine Mutter. Los, los, Moppeljäger, wir müssen nach Hause, sonst kriegen wir noch einen völlig unberechtigten Verdacht. Und sie kicherte so, dass ich fast mitgelacht hätte. Ich stand auf und klopfte mir den Sand von der Hose. Dann gingen wir nebeneinander zurück zum Tor. Einen Augenblick dachte ich, ich würde Hanna einfach im Gehen gern den Arm um die Schulter legen. Das hätte schließlich nichts bedeutet. Ich steckte die Hand in die Tasche. Bis zum Bungalow redeten wir kein Wort. Dann drückte Hanna mir einen Zettel in die Hand. Da, sagte sie, wenn du Lust hast zu schreiben. Sie bückte sich und zog den Riemen ihrer Sandale fest. Das Licht aus der Lampe über unsere Eingangstür fiel auf ihren Rücken wie ein Scheinwerfer. Die Härchen an ihrem Hals waren ausgebleicht. Und so gebückt sah sie sehr klein und kein bisschen energisch aus. Ja, also, tschüss dann, Moppel, sagte Hanna und richtete sich auf. War nett. Ich nickte und winkte ihr kurz hinterher. Dann steckte ich die Adresse in meine Tasche. Kapitel 18 Über dem Flughafen war der Himmel grau und ich knöpfte schnell meine Jacke zu, als ich aus dem Flugzeug stieg. Die Adresse in meiner Tasche war schon völlig zerknittert. Mit der Bahn würde man ungefähr drei Stunden von uns zu Hanna brauchen. Aber es gab natürlich keinen Grund, warum mich das interessieren sollte. Im Bus standen wir wieder dicht gedrängt. Ach, Richard, flüsterte Mama, ich hatte schon ganz vergessen, wie trostlos das Wetter hier ist. Papa nickte grimmig. Kalt, sagte er und regnerisch. Mama lehnte sich gegen ihn. Nächstes Jahr wieder, Richard, flüsterte sie. Ich brauche nur weiter zu arbeiten und die Stollenwannen kriegen wir auch irgendwie. Papa lächelte. War doch schön, sagte er. Der Bus fielte am Flughafengebäude mit einem Ruck und Jule lachte. Soll sie doch lachen. Nächstes Jahr verreist sie bestimmt sowieso nicht mehr mit uns.